langer stream heute acht stunden 16 bis 24 uhr live bei uns auf twitch nachher dann wahrscheinlich auch auf youtube zwei tage später schön dass ihr da seid noch mal ein herzliches willkommen alle leute die am nachmittag unter der woche hier dabei sind für ein civ 6 match entweder spiele ich mit alexander von den makedoniern von makedonien oder mit schacker von den zulo oder mit simon bolivare dem und den großkolumbianern das sind die drei teams die jeweils in einem pool drin sind aus dem pool bedienen sich beide seiten das heißt daraus bedient sich sowohl unser team unser dreier team als auch das gegnerische dreier team und wir haben uns das noch gar nicht genau überlegt wie wir das machen in meinem team sind der sepp von dem pietz meet und dann noch mike stiefel hagen der fernsehmoderator und wir teilen wir müssen das noch besprechen gleich wir haben getrennten teamspeak raum wo wir zu dritt unsere absprachen treffen können die anderen das andere team hat das auch das team mit dem nils von den rocket beans mit dem bram von den pietz meets und mit dem rené von von der gamestar das ist ja das das gegnerische team es nur ein team kann gewinnen ein team kann gewinnen es können nicht einzelne leute gewinnen und wir gucken einfach gleich mal wie die sich aufteilen wie wir wir haben auf jeden fall identische zivilisationen auf jeder seite haben eine pangea karte auf der wir zocken werden mit haben verschiedene mods aktiviert spielen nicht mit dem normalen balancing sondern mit dem balancing mit der balancing mod von der siv player liga muss ich die ist verändert unfassbar viel immer gespannt wie ich damit klarkomme viele automatismen die man sich so erlernt hat als siv veteranen die sind dann nicht mehr da aber wird schon gut gehen ich gehe mal rauf in den großen raum zu den anderen wünsche euch viel spaß nicht wunder wenn jetzt auch andere stimmen zu hören sind ja genau ich gehe einfach zu peter das ist eh viel netter bei dem wieso habt ihr euch schon getrash talkt ja bram möchte mich hier weg haben weil weil ich ein arsch bin sepp ich möchte dich hier haben wir sind ja ein team sepp heute also aber ehrlich gesagt was mit dem arsch mike auf jetzt geht es alter jetzt geht es los ja ja eins habe ich unseren zuschauerinnen und zuschauer noch nicht erzählt und zwar dass es insgesamt nur drei anführer geben wird jedes team hat diese drei anführer und darf die unter sich aufteilen wie sie wollen das sind alexander schacker und der herrscher von großkolumbien simon bolivar wurde mir auch gerade im chat gesagt simon bolivar alle alle wissen es als wenn er einfach nur simon ausgesprochen wird der wird bestimmt simon ausgesprochen oder simon oder nicht er kommt aus spaniere kulturraum der große anführer der großkolumbianer der hat das großkolumbianische reich gemacht im widerstandskampf gegen die conquistadoren reich das ist nur 20 30 jahre lang gegeben hatte anfang des 19 jahrhunderts danach war das futsch und er ist eine legende in südamerika und heute auch beim stream okay das ist deiner hast du da schon gelebt zu der zeit das nicht aber ich hab den schon mal let's playt das war unser neuzugang writing bull der bisher noch nicht hier bei unseren großen civilization 6 spiel mitgemacht hat wir freuen uns sehr dass du heute da bis wir freuen uns natürlich aber auch über die recurring guests bram sebastian moris mike und nils hallo ich meine aber writing bull trifft nicht die aussage ich habe ihn schon mal let's playt bei dir inzwischen auf so gut wie jeden ziff anführer zu fast jeden stimmt tatsächlich schacker nicht schacker nicht aber alexander auch schon mal das stimmt ja sobald er weiß wer ist fände das let's play auch wieder an jetzt also kurz umgezogen und los geht ja okay zur damit ihr euch im freien darüber unterhalten könnt wer denn jetzt welchen anführer übernimmt bitte ich euch in die wehrligen teamspeak channel zu gehen und ich spiele einfach ein bisschen mäuschen dann bevor wir gleich starten okay viel spaß viel spaß allen das kann ja das kann ja nur gut werden das wird ganz zauberhaft werden habt ihr irgendwelche welche also wollt ihr irgendwie unbedingt spielen schacker alexander oder den simon oder ist total egal ach stimmt wir haben das ja schon festgelegt wenn wir spielen genau warte mal warte mal wer kann denn was also ihr sagt die pros ehrlicherweise ihr dürft gerne euch entscheiden also was ich wichtiger fände wenn wir uns überlegen wenn wir spielen ja in teams das bedeutet wenn einer von uns sich vielleicht sinnvollerweise so ein bisschen auf forschung spezialisiert und die beiden anderen dass ein bodyguard sind das das wäre echt klug weil die immer dann wenn man eine forschung abschließt im team dann bekommen die beiden team mitglieder das heureka dafür also 40 prozent der forschungskosten spendet okay das ist krass deshalb sollte einer von uns sich vielleicht spezialisieren auf forschen und zwei die sich mit diesen mit diesen kampf sehr wohl fühlen die sollten ihn beschützen wer ist denn wer ist denn der krasse forscher wenn man kann ich sagen schacker den hatten wir noch das sind alles kämpfer alexander von makedonian und schacker und disulu und bolivar mit großkolumbien die sind alle auf militär getrimmt also mir ist gleich ich habe da so eine liste ich gucke mal eben da rein ich habe da so eine liste ich stelle mir jetzt sepp vor wie er kurz blättert hier seine schublade aufmacht den siv ordner raus also um das mal aufzuteilen ich würde sagen einer von euch beiden ist der forscher ich glaube ihr könnt das ein bisschen besser als ich ich bin für das grobe oder fürs beschützen wie sepp wie gut kennst du dich denn mit dem spiel aus sehr gut das ist stark sehr gut ist sehr gut ich sage also ich glaube du bist noch ein bisschen besser dabei so insgesamt aber warte mal wir haben schacker weil die meint das werden alles das hat peter forschen vorhin schon gesagt das sind alles drei also ich kenne jetzt nicht das balancing in dieser mod die welt spielen weil ich habe mir leider eine andere version runtergeladen als sie mit der wir spielen aber im original balancing ist so dass der alexander zum beispiel die kriegsmüdigkeit hat und dass der in der antike sehr gut ist mit den kampfeinheiten die hat und dass er aber auch tolle kavalry einheiten hat okay schacker hatten es auf domination und das zweitstarke ist bei dem bn science also geht so forscher warte mal ich bekomme das alexander groß kolumbien habe ich auch noch nie gespielt als mazedonien ja also mazedonien da ist er so insgesamt und olivia wer war also wenn ich euch was vorschlagen darf dass ihr mich vielleicht den bolivar spielen lasst weil die der später dazugekommen und dessen boni sind glaube ich komplizierter als die beiden anderen und ich habe den schon mal gespielt dann müsstet ihr euch da nicht rein denken und ich gehe sofort mit dem klar großkolumbien kannst du von mir aus gern machen der großkolumbianer ist das also wenn du schacker willst dann kann ich auch dann spiel du den dann spiel ich schacker oder ja geht klar und dann fühlst du alex also antike ist der kasse sich gerade nach zudonisches reich also das andere team hat sich entschieden frei nach dem motto ist uns allen egal ihr seid da noch ein bisschen ein bisschen aufgeteilt ich sag mal so der sepp hat eine liste ja das ist eine komische tier list die irgendein youtuber mal gemacht hat auf die ich nicht so viel zu viel geben würde ja der christian stachelhaus irgendwie so heißt der youtuber von der liste ist da stehen leider die neuen nicht drin das heißt bolivar ist leider nicht mit der vor allen dingen spielen wir mit einer balanced mod das ist ja egal weil der trotzdem gebäude die wieder ein bisschen in die richtung gehen der nächste mal selbst muss glaube ich auf jeden fall noch auch zwei auswählen was kann der denn kann ganz früh kurs bilden zum beispiel viel früher als die anderen hatten spezialeinheit im mittelalter die ist nicht gut weil das die frage wann kommen die dass wir spielen ja auch online das heißt wenn wir eine coole einheit haben die wird wenn die zum feind zieht dann schon veraltet wahrscheinlich ankommen aber das frühe chor bilden ist echt cool weil man dann gerade weil wir mit rundherum spielen kurs sind ja diese stapel von zwei einheiten weil man dann weniger einheiten zum hin und her ziehen hat ist es mit dem rundherum echt hilfreich da kann man mit ihm besser spielen okay das heißt ihr seid jetzt aber auch fertig werdet ihr denn auch ready das match zu starten wir müssen eine absprache intern noch treffen dann können wir sofort loslegen zwar werden das ja eben schon angesprochen aber man nehmen ein einer konzentriert sich auf forschung und zwei bewachen den und das sollten wir wir können auch loslegen und ist dann später ich kann gerne auf forschung gehen das wird damit jetzt erstmal kein problem ja und du das nicht unbedingt möchtest ich will ich spiele gerne auf wissenschaftssieg alles klar prima okay das heißt ihr seid ready ja ja okay das frage ich mal beim anderen team wir sollten aber auf jeden fall gleich gucken wenn einer direkt an der grenze also wenn ich direkt an der grenze bin dann sollten wir das nicht machen sepp wähl mal bitte ein team aus by the way ach so ich dachte ich spiele alleine ja wir müssen gleich mal gucken wie weit wir auch voneinander entfernt sind und wie weit die wechseln wer wo steht wie das mit den barbaren auch ist manchmal wird wird einer auch komplett von den barbaren aufgehalten das ding ist also zum beispiel wenn du jetzt in meiner nähe wärst könnte ich ja einheiten auch zu dir überschicken und du machst komplett auf wir werden schon in der nähe sein aber irgendwer wird ja auch direkt also am nächsten an den gegnern dran sein so gesehen okay also das andere team ist bereit sobald ihr jetzt hier auch ingame auf bereit klickt können wir kann das nicht ich habe immer noch bei mir wird immer noch angezeigt keine doppelten anführer und wegen dieser fehler melden und kann ich unten nicht klicken auf den ich bin bereit button peter ach so ich glaube du musst dann wenn war kannst du theoretisch einmal deinen deinen anführer hin und her wechseln mach ich mal jetzt kann ich jetzt könnte ich auf bereit klicken ich gehe wieder zurück auf simon bolivar jetzt kann ich auf bereit klicken problem gefixt alles klar ausgezeichnet dann meine damen und herren beginnen wir jetzt go viel erfolg leute ich hoffe am ende des streams wird sehr viel blut an unseren händen kleben ich hoffe das ist nicht dass wir unseren versuchen die wunden zu stellen die eigenen von den ersten anzeichen des lebens im wasser bis zu den gewaltigen bestien der steinzeit der mensch ist das ding ist ja das ist die drei größten kriegstreiber der welt in einem team hocken das sind das sind die richtigen für krieg so sehr schön wir sehen uns alle wer ist nachtlich von mir ich sehe mich noch nicht bei mir ich bin oben mittig ich bin links es kommt darauf an wo die sind ich bin der linke genau sind wieder sind wir rechts oder links alter ist das ein krasser start holy shit unfassbar viele ressourcen bei mir ich habe ich habe getreide scharf stein banane direkt so fans direkt so wenn du bist da dann gehe ich eher nach nach und glaubt oh nice direkt im söldner bahnlager neben mir da brauche ich ja nicht lang fackeln ne wir forschen zusammen hieß es genau oder bei den ersten drei forschungen ist es egal aber danach dann ich gehe jetzt über keramik auf bewässerung als erstes du gehst bewässerung du möchtest hängende gärten machen ich ne ne ich habe einfach furchtbar viel räucherwerk da das würde ich alles anschließen würde dann an und dann an euch weiter verschenken ja ja gut der rundheimer geht gleich übelst schnell ne also die erst sohn ist noch sehr okay also macht euch lieber vorher überblick der geht gleich der zieht gleich ordentlich an also ich werde glaube ich versuchen direkt auf schrift zu gehen weil ich habe auch direkt neben mir ein gebirge das ist schon ganz ganz gut da kriegt direkt plus zwei forschung wenn ich da eins baue das könnte gut enden plus drei sogar wegen dem steinbruch steinbruch bringt auch glaube ich also eine mine bringt glaube ich auch forschung ne ich glaube nicht normalerweise nicht nur berge genau also ein campus wenn die forschung süß direkt hinsetzt neben einen gebirge dann kannst du darüber über die nachbarschaft von den gebirgen forschungspunkte generieren ein bisschen aufgeregt ist diesmal nochmal anders weil man so eine direkte gefahr hat ja ist ja von Anfang an klar wer der böse ist ne ich glaube ich werde erstmal Richtung Norden erkunden um zu gucken ob da welche sind ich muss erstmal meine Barbaren hier weg machen die direkt neben mir sind oh eine Naturkatastrophe genau da wo ich bin meine einer wird verletzt ein heftiges unwetter oh Mist nein meine Runde ist schon wieder später das ist natürlich geil ich habe immer das Glück mein Gott habe ich ein geiles gebirge hier ich habe immer das Glück dass bei mir die Runde eine Sekunde später anfängt oder zwei das ist so ein bisschen hakelt weißt du aber die Barbaren sind echt heftig bei dir ja weil direkt nebendran ne das ist echt bitter sieben Runden bis Gesetzgebung ist natürlich auch lang bei mir auch boah ich habe mir die totale Naturkatastrophe bei mir wird alles in Schutt unter Asche gelegt ich habe auch nebendran Lager weißt du wieso ach das ist doch kacke dass ich so spät da bin ich muss glaube ich lohnt sich das schon anzugreifen die blöden Barbaren doch ich krieg die ich krieg die Erfahrung kann mich dann einmal heilen oder nach zwei Angriffen hast du eventuell genug Erfahrung zum heilen nach dem ersten noch nicht du kannst doch abwarten bis Gesetzgebung dann kannst du dir eine Karte holen mit der du Kampfstärke bist gegen Barbaren ich weiß halt nicht ob mir dann direkt schon was spawnt ich würde noch abwachen ich würde erstmal rumlaufen und mir alles angucken und Bonuslaufer abgreifen und so ach das ist so nervig dass das so leckt ich hatte gehofft dass es jetzt besser als ich habe ein paar Sachen geändert aber anscheinend ich schau so die weltweit erste großkolumbianische Zulu-Makedonische Allianz wir schreiben Geschichte Leute ja du bist Makedonien ne ich ich bin Großkolumbian ich bin Makedonien ach Alexander ist groß achso ich dachte Alexander Mike ist Alexander WB ist Simon Sepp ist Schocker oh shit also ich glaube unter das heißt wenn du unten Wasser hast ja eben ist er der Saver ist er genau bist du eher der Saver aktuell ja ich glaube das ich sag mal Sepp je nachdem was rechts von ihm ist aber ihr habt doch schon du hast ja auch schon mal hier mit gemacht ist Hausregel keine Pins setzen bei euch ja weil dann leckt das Spiel komplett ja dann kackt das bei allen ab die Erfahrung habe ich auch schon gemacht ey was ist denn das das ist doch richtig scheiße dass ich wieder dyslex ist das so schlimm du hast dann hast du deine technischen Probleme vom letzten mal etwa nicht gefixt oh Gott also ich habe alles neu installiert und auf eine SSD installiert und so und also ich weiß jetzt auch nicht was ich noch mehr machen kann nicht auf 4k spielen nicht auf 4k spielen das kann ich glaube ich nur außerhalb im Menü umstellen Keramik bei mir klar jetzt geht es Richtung Bewässerung Scheiße die Baban ey das macht doch gar keinen Sinn das ist in 4k das Spiel kurz leckt am Anfang ja jetzt haben wir nämlich hier die Scheiße jetzt haben wir nämlich Schleuderschützen hier gesporn bekommen naja bei mir auch ist das denn bei euch okay technisch Sepp wenn man Einheiten über einen Rundenwechsel hinweg auf ein anderes Gelände fällt schon mal zieht also sagt beim Rundenwechsel wird gezogen oder gibt es da auch Probleme weil manchmal heißt es ja das wird auch zu Problemen führen weißt du was ich meine? ne das ist okay also da haben wir noch nie was gehabt wir haben einen Stadtstaat gefunden cool der hier gerade war Bahnlager weg noch das ist nice das sollten wir uns auch unbedingt absprechen bei den Stadtstaaten dass wir uns nicht gegenseitig den um den Sozerenn-Status wettalfern das wäre ein bisschen doof das wäre wirklich doof und ich kann hier das Lager mit meinem Speer einnehmen oh mein Gott wie gut tu das das waren 25 Gold das war ungewohnt das war ungewohnt dass man so am Anfang von offen sprechen kann was man macht finde ich echt gut ja wirklich stimmt plus 10 Kampfstärke gegen Barbaren ist das nicht eigentlich plus 5? das ist diese Mod diese balanced Mod die hat das verdoppelt aber was? ich finde das total kompliziert muss ich sagen das ist ja übelst OP naja also ganz viele Abläufe die man so drin hat gehen jetzt plötzlich nicht mehr wild ist einer von euch wild in der Religion zu gründen ich bin zweifelsfall ja ich nicht aber Religion bin ich leider der übelste Kacken also dann würde ich nämlich dann gehe ich jetzt nämlich auf Glaubenspunkte generieren und guck mal ich habe auch Steine vielleicht bekomme ich sogar Stonehenge schnell gebaut also bei mir ist hier auch Wasser relativ schnell es kann gut sein dass also bei mir ist auch Wasser im Norden also die Karte dürfte nicht so groß sein kann sein dass es eher so eine geschlängelte Map ist wie geil wärs wenn zwischen uns einer ist für den nicht das Hügelland oh Stadtstadt kennengelernt Kumasi so wie seid ihr denn zufrieden mit euren Startpunkten gut ganz ok ich ertrinkte im Moderaum und habe zwei nette Leute als Nachbarn ich wollte auch sagen ich habe die ersten Barbaren wurden jetzt schon vom Stadtstart weg gemacht das ist schon mal ganz nett was ist sonst etwas was du eher als negativ einschätzen würdest Sebastian wenn du sagst ganz ok ist ja jetzt nicht so geil ich habe das andere Barbarenlager auch direkt auf der anderen Seite neben mir und wenn ich das hier gerade sehe dann will dieser Speer meinen Siedler klauen ahja verstehe also ich kann euch auch den Hinweis geben dass diese Ost-West-Einstellung funktioniert hat also ihr seht ja schon auf der Map dass ihr so dass ihr eher auf der östlichen Seite der Map seid ach echt die Gegner sind eher so auf der westlichen Seite ach das war mir gar nicht klar das haben wir noch nicht gesehen aber dankeschön für den Hinweis Peter kein Thema da gebe ich euch gerne solche Tipps da musst du uns alles so überlegen denn Sepp du wartest doch eigentlich hier auf Friedlich spielen das heißt du bist unseren Feinden am ehesten ausgeliefert ne mhm ah das ist echt äh das sollten wir uns echt überlegen kannst du denn Religion und äh ins gehen dann würde ich wenn ja dann lass es auch so machen dann mache ich Religion und Forschung bleib hier hinten und hab ja auch schnelle Einheiten du hast wirklich du hast wirklich den geilsten Spot dann weil du bist unten rechts hast du noch einen Stadtstart hier dazwischen mit Kumasi also du bist wirklich weit weg du kannst dich dann sehr sehr gut ausbreiten mhm scheiße dann muss ich eigentlich ein bisschen umdiskutieren hier ja ich mache auch gleich hier das erste Lagerplatz ich muss da auch in die andere Richtung äh tendieren äh ich wollte jetzt eigentlich eher nach oben rechts also nach oben glaube ich dann tendiere ich eher nach links ich kann jetzt mal die Tür sichern und ich hier mein Gebirge ein bisschen absichern das macht glaube ich mehr Sinn so zack haben wir die auch oh ey über Bahn echt überall ein Pantheon wurde gegründet oh das ist doch ein Pantheon? genau uh ganz schnell 50% rascher das ging schnell muss ich mal sagen immer das wenn man kurz davor ist ja wenn man kurz davor ist mal Bahnlager dazu zerstören und dann ne neue Einheit gespawnt wird von den das ist immer geil oh gut dass ich letzte Runde den den ausgelöscht habe aber ich habe das Lager das ist ein Kübel das ist ein ja dann gehen wir hier hin hier da ist er noch ok ok gehe ich gehe ich auf Bronzeverarbeitung jetzt liegt im Kampf mit Schleuderschützen dann brauche ich gleich auch einen Schleuderschützen ne ach sehr Meme ich kann einem von euch einmal Räucherwerk schenken wer hat ein Annehmigkeitsproblem wer hat die größere Stadt von euch? äh drei ne ich habe einen Siedler schon gebaut das dürfte ich wahrscheinlich nicht sein ne ich habe fünf ich habe gleich noch mehr mir ist egal gib es ruhig mal Sepp der ist also quasi Sepp ist unser Puffer zum Rest das heißt Sepp muss stark sein einmal Räucherwerk zu dir rüber ein Geschenk von WB liebe Grüße an dich oh danke schön gerne von WB geil schön annehmen warum weißt du drei Bulls sein du bist Riding Bull ich bin Sitting Bull genau und Sepp ist Chilling Bull oder? Chilling Bull Chilling Bull Chilling Bull finde ich ich habe super viele Pferde auch hier ist gar nicht so das übelste Gebirge das ist oh jetzt ist mein Spiel ganz abgekackt ehrlich? wie? das war jetzt mehr als nur ein kleiner Leck das war jetzt ja ok was ist denn schlauer jetzt Richtung Sepp zu siedeln um da in der Nähe zu sein oder eher das Gebiet Sepp lassen und woanders hin zu siedeln Dein Nitzel eher woanders hin also ich würde auch sagen siedel mal siedel du mal nach rechts das komplette Gebiet bis zur See und nach links kannst du vielleicht noch eine Stadt da wo dein äh unterer Krieger gerade ist da bei dem Mais dass das Gebirge unsere Reiche quasi trennt dass du so eine Schneise da hast das du so besser verteidigen kannst oh shit Alter was sind denn das hier für krasse Gebiete oh ich bin auch bisschen aufgeregt weil du willst halt auch nicht fürs Team verkacken ne das ist echt mal ja das ist jetzt nicht mehr so ja oh ein Handwerker bekommen geil oh hier hab ich ne richtig gute Stadt oh das ist doch tja was sind denn das hier für Städte ein Siedler zieht von dir schon Richtung Westen Sepp ne? oder Südwesten ja ich wollte gerade eigentlich unten siedeln aber ich hab gerade entdeckt links ist so ne richtige Schneise da gibt's ein Feld da wo mein Krieger gerade steht wenn ich da ne Stadt reinbaue kommt hier keiner durch dieses riesengroße Gebirge durch hm das ist wirklich das ist wirklich sehr gut so meine Stadt hat auch schon er hat schon den den Dootchen geschickt ja das machen wir es war sehr viele Gebirge da aber bisschen belastend dass ich Grafikoptionen nicht umstellen kann während des Spiels wir haben Banda Brunei hier rechts noch gerade entdeckt hast du entdeckt? äh ne Stadtstadt achso ist noch ein öhler Mensch Mike ist zwischen uns noch ein Räuberlager äh ich hab noch keins gesehen ne aber ich schick da gleich mal einen hin dann find ich's raus guck auch ok ah hier rechts ist noch eins auf jeden Fall und hier rechts hört's dann auch schon auf das Gebiet dann das mit dem Grundtheimer läuft echt schnell da ist's muss man sich dran gewöhnen aber es wird ja später noch heftiger im Augenblick geht's ja noch ne ja eigentlich schon ne ist ganz geil unter Druck ich find das auch super dann dümpelt man auch nicht so vor sich hin ok ok das wird immer schlimmer ähm immer schlimmer oh nein oh da ist Eisen ok dann sollten wir da doch siedeln also ich baller jetzt gerade mal ein bisschen Siedler ja fang ich jetzt auch an ich fachsch jetzt Richtung Schrift oder hatte das einer von euch schon ne 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 noch nicht und ich versuch Stonehenge zu bauen das ist im Bau dauert noch sechs Runden wenn wir das hätten dann hätten wir eine Religion dann würde ich uns einleiten rüberschicken damit ihr zum zum wahren Glauben bekehrt wird Setting Bull findet Writing Bull richtig gut ach das ist gut liebe Grüße an meinen Vetter oh scheiße hier ist ein Speer das findet Setting Bull gar nicht gut auch Hochwasser ein zwei Stunden in zwei Runden habe ich einfach mal drei Stunden die Beteiligung aufgebaut das ist ja richtig schnell ich weiß noch ein Händler 90 ich glaub den gönne ich mir gleich mal also das heißt in einer von euch was erforscht bekomme ich das Heureka dafür ne? genau dann hast du 40% der Forschungskosten geschenkt du kannst auch selber schon mal anfangen zu forschen das geht auch weil dann könnte es sogar sein das ist Heureka dann bei dir die Forschung abschließt okay das wäre ganz großartig wenn wir gleich mal eben eben speichern könnten und neu starten das hier wieder Ausmaße an die äh die Spieler sind das ist doch scheiße hast du einfach nur Delay oder auch wenn du Einheiten ziehst und so ne also der Anfang der Runde ist bei mir später bestimmt drei Sekunden später und wenn der andere dann halt schon angreift dann bin ich halt total also alle meine Einheiten schon tot bevor ich überhaupt was machen kann weißt du? ja zum Glück bist du natürlich nicht der der direkt neben den Gegnern ist ja sonst hätte ich da gar nicht so das Megaproblem und da wäre es mir ein bisschen egal aber ah guck mal Sululand hat ein Pantheon geründet gut welches denn? ja also die Gegner warte mal Bödefeld wir sehen ihn irgendwo echt? ja ich sehe ihn oben wo sehe ich ihn denn? Alter da oben ist ja auch ne richtig geile Siedlung Spott mein Gott Oioioioioi oioioioioioioi wo ist der Bödefeld? muss er links irgendwo von mir sein ach so aber sehen tu ich halt noch nicht öm Peter, könnten wir nächste Runde mal speichern und ich starte mal eben das Spiel neu und stelle hier ein bisschen was rum, weil das wird immer schlimmer Okay Dann speichere ich jetzt Das heißt, wir ziehen nicht mehr, danke dir Also, letztes Mal war das nicht so problematisch oder war es problematisch, aber nicht ganz so schlimm, weil wir nicht so auf Krieg gegangen sind aber Ich glaube, diesmal könnte das fürs Team schon einen erheblichen Nachteil bedeuten Wir ziehen jetzt nicht mehr, ne? Es wird eh neu geladen, ne? Also, du kannst ziehen, aber Bei mir ist so ein fettes Gebirge hier Es gibt zwei Durchgänge Das war's Wo denn, Sepp? Genau Links von mir, links von meiner Abstand Einen Durchgang habe ich gerade schon in der Siedlung hingebaut und das andere werde ich auch noch abgreifen Hat das Spiel beendet, ne? Scheint so, ja Zurück zum Hauptmenü Das ist doch richtig fein Ist direkt neben dem Fluss Die müssen immer den Fluss zu dir hinkommen Auf dem Hügel stehst du auch Super gut platziert Ja Schon echt belastend Zurück zum Hauptmenü Ich komme ja auch nicht raus Muss ich auch rausgehen? Äh, ja, du musst zurück Ne, zurück zum Hauptmenü reicht Wenn du das machst Okay Aber selbst das schaffe ich gerade nicht Oh nein, Sepp Ach, guck mal Warum kann das nicht liegen? Bei dir ist ja echt total strange Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich spiele jetzt mal aus 1080p Es macht zwar keinen Sinn, dass es an 4K liegt Aber hey Ähm Ich kann sie mal Probieren Ja Neues Spiel steht Und die, die ich in der Freundesliste habe Sind eingeladen Mhm Das weiß ich nicht Das ist gut Der indirekte Das Wollen wir doch Freundschaft schließen, Peter Ist die einzige Möglichkeit, dass es weitergeht Wird mir auch nicht schwer fallen Ich sag's dir ganz offen Ich weiß gar nicht Ähm Peter mag Gold und Räucherwerk Dann will ich der einen bestimmt Mal gucken, ob Bram mitdenkt Hast du schon einen Ja, er hat mitgedacht Ich habe gerade eine Eindolge Oh Not bad Okay, das heißt es fehlt nur noch Sebastian Der wahrscheinlich Ich muss gerade noch umstellen, ja Ja, stell du mal um Ich gehe mal kurz zum anderen Team Bin so gespannt, wie die anderen gestartet sind Die auch so gleich versetzt sind Aber in der Punktliste haben wir schon gesehen Wer der militärisch potenteste Und kriegerischste Typ in der ganzen Welt ist Das ist ein gewisser Mike Er liegt vorne Der hat die meisten Militärpunkte, glaube ich, gehabt Ganz oft Ja Du hast die dicksten Muskeln von uns allen Alles, aber das ist gut Alles zu, Sepp Ich möchte flexen Also ich verlasse mich drauf Wenn irgendwie ein Problem auftaucht Du bist für mich da Ja, natürlich Das ist so lieb Fühl dich gedrückt Ja Okay, wer haben wir allen Ne, ich war da gerade gut Siedler Warte mal Ehrlicherweise Ich habe hier auch aufgelöst Geh mal, wenn ich das umstelle Streamt ihr auch? Ich streame parallel zu meinen Leuten Wollt ihr denen mal ganz kurz Hallo sagen? Ja klar Hallo, liebe Leute Hallo, liebe Zuschauer bei Writing Bull Ich streame auch Möchtet ihr auch mal meinen Leuten Hallo sagen? Ja gerne Du streamst auch? Ja, ich streame auch tatsächlich Ja, super gut Hallihallo Ihr habt den mächtigsten Mann überhaupt hier Der in dieser Welt ist Das ist euer Anführer Und meiner auch Ja, Sepp Ist da Okay, ich muss eine Sache, glaube ich, machen Das, glaube ich Alle Bildschirme abnehmen Außer den allen Oh Mann Kommt denn nur Probleme Gerade Bei Rust hast du auch keine Probleme, oder? Nee, überhaupt nicht Ich habe auf bereit geklickt Hört mal, ganz kurz Ich verschwinde mal kurz für 30 Sekunden Und lass hier auf bereit rein Wenn das Spiel startet, bin ich da Ja, gar kein Thema Das dauert bei mir eh noch Ich muss kurz das Spiel neu starten Ey, Sepp, du bist in meinem Team Kein Stress So, jetzt habe ich hier 1080p Das sieht ganz gut aus Kein anderen Bildschirm mehr dran Außer den einen Wenn das jetzt nicht läuft, ne? Dann kotze ich einfach Hardcore im Strahlen Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr Was ich machen soll Was könnte da dran liegen, dass Es hier mit den unterschiedlichen Auflösungen Probleme gibt In dem Spiel In mehreren Bildschirmen Ja Geil, wenn man das über drei Bildschirme spielen könnte Und du einfach die ganze Welt so auf diesen drei Bildschirmen sehen könntest So Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie das Spiel laufen wird Ob das echt so ein Wettrüsten bis zur Endzeit wird Und dann kommt erst der Krieg Oder ob irgendjemand Einen frühen Krieg versucht Also ich bin gerade dabei Eher mich schnell auszubreiten Um die Grenze zu sichern Mit den Städten An den Bergen Weil ich glaube, wenn wir die haben Dann sind wir schon mal ganz gut abgesichert Außer natürlich auf der Seeseite Danach lässigst du immer sowas wie Kornspeicher, Monument Das ist am Anfang mal egal, ne? Ja, schon, ja Okay, Sebastian Wie sieht es aus bei dir? Ich bin fertig Aber unser lieber Freund Writing Bull ist gerade noch Pippi machen Und dürfte in ein paar Sekunden wieder da sein Und dann los Ah ja Nicht schlimm, oder? Die erste Runde ist ja eh wieder pausiert Also kann man glaube ich schon Ah ja, stimmt, da können wir wirklich schon Schon rein Party, Party, Party Bei euch ansonsten alles gut? Habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt? Oder wie läuft's? Ich hab bisher noch nicht viel zugehört Wir sind voll aufgeregt Weil keiner will was falsch machen Man ist das Team verantwortlich Alle haben Bock Also der neue Modus kommt glaube ich bis hierhin gut an Ähm, wie ist denn so die Meinung im Chat, Feder? Was sagen denn die Leute? Ich finde das cool Chat ist cool drauf Ja, ja Also ich hab bisher so ein bisschen versucht zu erklären und zu analysieren Ähm Ist viel Aber sieht cool aus Also Ich glaub das wird schön Wir haben auch Katz Mhm Er hat gerade überlegt Ob das einen frühen Krieg geben wird Oder eher einen späten Krieg Also es ist schwer abzusehen Wie die anderen so ticken So Wer sind wir wieder an? Ihr seid jetzt theoretisch Also ihr seid jetzt wieder dran Wer sind die Grünen? Haben wir noch gar Haben wir denen noch gar keinen Krieg erklärt Den Grünen? Da sind die Grünen Sag mal Habt ihr euch jetzt gerade entdeckt? Ja, wir haben uns gerade entdeckt, ja Das geht ja gar nicht Was denn jetzt passiert sein? Hä? Wen hast du entdeckt? Den Grün? Wer ist den Grün? Die Grünen sind am Stadtstaat Der Nils Der Bödefeld Ah, ich seh's Aber Writing Bull Fühlst du dich eigentlich unter Druck gesetzt Von den Von den Barbaren? Nein Nein, nein Das ist völlig okay Noch haben wir das andere Team nicht getroffen Alles okay Irgendwann lernt man die kennen Aber Bislang noch nicht Ey, das sind ja echt ein paar Alter Ja Okay, war das War das jetzt gerade ein Diss? War das jetzt ein Diss Das andere Team gerade vom Writing Bull Echt? Hab ich das gemacht? Nee, nee Ich dachte ich Geld als Lieber Bis wann rutscht man sowas Reißt du bei mir da rein Das ist irgendwas in mir Das drängt manchmal nach draußen Du musst dich erstmal umdenken Gerade Okay, aber die NPC-gesteuerten Barbaren Von denen fühlst du dich auch nicht unter Druck gesetzt? Bislang noch nicht Es sind ein paar Aber wir können ja ganz schnell Einheiten produzieren Also ich kann dir sagen Jedes Mal wenn Wenn einer von uns so umgeben ist vor Barbaren Dann würde er nicht aufhören Darüber zu weinen Ja Ich schäme mich doch gerade ein bisschen Ich hab vorhin zwei Barbaren bei mir gehabt Und gesagt Oh die Barbaren sind so hart Und jetzt guck ich runter und seh da irgendwie Eins, zwei, drei, vier, fünf Ein paar Schleuderschützen Das wird schon gehen Ich hab ja alle Modernisierungen auf der linken Seite stehen Und im Westen und im Osten ist nur Wald Und hier müssen wir die Flüsse Und ich Man hat ja auch ganz schnell Einheiten nachproduziert hier Das ist alles nicht so schlimm Was mir aufgefallen ist Du hast erst deine Sachen verbessert Modernisiert Und dann erst deinen Deinen ersten Siedler gebaut Kannst du das erklären Ist das immer so Hast du so einen Standardstart Oder Also normalerweise hätte ich auch zu essen Siedler Aber ich hab halt diese super coolen Deluxe Felder hier Die ja auch Glaubenspunkte generieren Diese Räucherwerk-Luxusgüter Hab die angeschlossen Die geben jetzt auch Glauben Dadurch hab ich furchtbar früh im Spiel einen Pantheon gehabt Und einen ersten Glaubenssatz Und jetzt wird ja Stonehenge gebaut Sollte in zwei Runden fertig sein Ich vermute die anderen Spiele nicht auf Religion Denke ich mal Ist das ein potenzieller Sieg für euch? Religion? Eher nicht Also es könnte Es wäre eine Option dann Also wir würden natürlich Also ich schicke natürlich den Leuten Meine religiösen Einheiten jetzt rüber Den beiden Mitstreitern Bei den anderen Also wenn es gegen die KI ginge Wäre das wahrscheinlich gut möglich damit Aber gegen Gegen richtige Menschen Es ist relativ leicht Sich gegen angekommende religiöse Truppen Zu wehr zu setzen Es sei denn man macht so einen super coolen Überraschungsangriff Und wir drei würden das so timen Dass ihr Dass die beiden anderen sind Ja meine Bodyguards So haben wir uns aufgeteilt Dass die dann kommen Wenn ich mit den religiösen Einheiten komme Wir würden das zu dritt timen Und ich müsste dann allerdings auch die Hälfte Aller Städte ja bekehren Bei jeder der drei anderen Cifs Es ist nicht ausgeschlossen Aber bei einem MP-Match Bin ein bisschen skeptisch Aber es könnte gehen Wenn die anderen nicht so Für wenig Religion spielen Und nicht so richtig wissen Wie sie damit umgehen sollen Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit Was ist wenn ich dir sagen würde Dass das erste Event hier Mit Religion gewonnen wurde Echt? Von wem? Von mir Rate mal von wem Ja Von dir? Echt? Wegen dem gutgläubigen Jetzt glaube ich unter anderem auch Es waren alle so gutgläubig Der Peter der hat uns so umsäuselt Mit seiner Religion Ja ja Ist jetzt aber richtig Dass noch nicht alle auf bereit geklickt haben Ich habe immer ein bisschen Sorge Wenn wir die Lobby neu starten Ich bin schon im Spiel drin Ja ja Aber ich meine Bereit im Sinne von Runde beendet Achso Ich hatte gerade geklickt Und bin schon jetzt schon wieder Glaube ich eine Runde weiter Okay Ich nicht Bei mir steht aber unten rechts Warten auf Riding Bull Also ich bin Runde 24 Und ihr? Und oben rechts steht Ihr seid an der Reihe Ja auch 24 Okay Pardon Dann ziehe ich noch schnell zu Ende Ich hatte eine Runde vorher Entschuldigt Alles gut Ist ja jetzt Kann man ja schon nutzen Eine Sekunde Ich gehe mal kurz zum anderen Team Ja das ist schon ein Streitwagen Nice Jetzt wartet man nicht mehr auf WB Ach guck mal Nein Doch Das hat nicht geklappt Forschung Bergbau Hatte einer von euch Bugenschießen habt ihr schon Soll ich mal auf Bronzeverarbeitung gehen Damit wir wissen wo Eisen ist Oder hat das schon einer Bronze Ich auch ja Dann gehe ich mal Achso ihr habt beide die schon erforscht Dann hole ich mir das Heuerrecker Den Den Rest davon dann Soll ich dir irgendwie schon mal sagen Wo Eisen ist Weil du siehst es ja jetzt noch nicht Kann ich es echt nicht sehen Weiß es nicht Anscheinend nicht Warte ich guck mal gleich Wenn ich Zeit hab Ich guck mal nach Im Eisen Ah ja Das Feld Wo dein Krieger draufsteht Mit dem Räucherwerk Oben rechts drüber ist Eisen In der Hauptstadt Du hast Ab Pferde siehst du selber Einen großen Propheten Konfuzius Wird jetzt eine Religion gründern Ich weiß auch schon Wie sie heißen wird Jetzt kommt der große Historische Augenblick Und Einmal aktivieren Jetzt kann ich gleich Eine Religion gründern Oh Gott Das Spiel gibt mir 35 Sekunden Zeit Für die Gründung einer Religion Ja vielen Dank Das ist wirklich hardcore Wenn du nicht genau weißt Was du da haben möchtest Jetzt nur nicht Dann mach ich das nächste Runde Dann werd ich erstmal hier Gucken Dass sie mich die Barbaren Hier nicht können Oh Ich sehe eine Grenze Bei mir Links von meinem Von meiner Stadt Sieht man noch die Grenze Oh shit Ja Ähm Brauchst du Kohle Für Landkauf Ja ich könnte vielleicht Das Pferd da wegkaufen Das wäre natürlich Ganz egal Ja Brauchst du Geld Oder schaffst du es Ja erstmal Leck das wieder Drei Sekunden Ja natürlich Sonst wär's aber langweilig Ja 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 Ich nehme meinen Siedler Über die andere Stadt Ähm Riding Bull Über deinem Siedler Ist ein Siedler von mir Auf dem Mais Oh Ganz kleinen Augenblick Ich gründe schnell Meine Religion Falls mich das Spiel lässt Okay Ja Wenn du noch 45 geben könntest Wäre nice Mach ich Oh nein da ist ein Stadtstart Nein okay alles gut Doch nicht Nee es ist ein Stadtstart Alles gut Alles gut Trotzdem nicht schlecht Da die Pferde zu haben Ja Gepriesen sei der Bullismus Frisch gegründet Preise den heiligen Bullen Kann ich nur sagen Mhm Ein Siedler von dir ist Ach du willst da oben auch siedeln Äh Daher nicht Also da wäre ich jetzt hingegangen Aber wenn du jetzt da hin willst Kann ich auch anders hin Da wo ich gerade bin Willst du hin Nee nee da wo ich gerade bin Will ich auch bleiben Ja mach das doch Willst du wirklich so dicht An deiner eigenen Stadt ran Naja ich würde noch ein Feld runter gehen Ja wir link Dann mach das Ich ziehe noch ein zweiter runter Eventuell Achtung das ist ein Barbarenlager bei dir ne Naja sehe ich Dank Dann gründ die Stadt doch da Und ich ziehe bei mir Ein zweiter Ach wir können auch so Wir können auch so Du kannst noch Ja ja komm Wir bleiben da wo sie sind Wo wir sind Das ist schon okay Das ist so tolles Gebiet Das können wir uns ruhig teilen Das ist nicht schlimm Annehmigkeiten Hängende Gärten Machen wahrscheinlich Jetzt nicht mehr so viel Sinn Anzufangen Oder Die dürften wahrscheinlich Durch sein Es macht doch mehr Sinn Miteinander zu handeln Als mit Stadtstaaten Ja jetzt komm ich mal auf Nick Mit Religionsgründung Und Stadtgründung In den Wundheimern Nicht mehr mit Der rast jetzt davon Ja ich bin auch Jetzt bin ich Wo ich schon ein paar Städte hab Ist jetzt übel Ach komm ey Das Spiel ist so Kacke Es tut mir leid Seth Ich bin ein paar Städte Ah. Du hast gerade Zeit Sepp oder bist du gerade im Stress? Alles gut, was gibt's? Rechts von dir, wo mein Krieger steht, willst du da ne Statten bauen oder soll ich? Also zumindest da am Gebirge... Bau du da noch gerne ne Statten. Ich geh nach oben und da drunter vielleicht eher. So viel Gebirge hier, ey. So, habt ihr bei der Balanced Not einen Tipp für einen guten Gouverneur? Die haben glaube ich alles verändert, ne? Oh, das weiß ich nicht. Guter Gouverneur ist sowieso immer für Forschung und so brauchst du ja eh, oder? Mhm, das stimmt. Du hast kein Gebirge, ne? Also ich werd weiterhin trotzdem auf Forschung gehen ein bisschen. Genau. Weil ich hab so viel Gebirge, also das ist ja... Also ich generiere jetzt gar nicht so viel Forschungspunkte im Augenblick, aber ein Campus ist im Bau. An einem sehr guten Standort. Ja, sehr gut doch. Goldenes Zeitalter. Ach, ich hab nur ein normales hingekriegt? Ach komm, wieder ein Punkt. Die Eurekas könnten uns was bringen, die freie Forschung, denn die bekommen wir doch ständig durch die Teamkollegen auch, ne? Ja. Ja, sehr gut. Na, man jedes Mal zählt, obwohl das auch online nicht so wichtig ist. Oder ich schick euch die Religion rüber und mache Exodus der Evangelisten. Machst du das? Ihr nickt mir alles ab, das ist so lieb von euch. Wir glauben an dich, Baby. Na dann, ich geh mal auf den Exodus der Evangelisten und verbreite erstmal meine Religion an alle, die mir zuhören und lauschen. Wundervollendet, du hast einen Wundervollendet? Ich? Ja. Stonehenge, deshalb Religion gegründet eben. Okay, start starten, ich hab grad nen Gesandten bekommen. Ich würd auf Kvokia oben gehen. Die sind super cool, mach das. Da kannst du, also wenn das Balancing hier noch das gleiche ist, kannst du da Kvokia Hügel bauen. Also zerrennen, die dir Annehmlichkeiten geben. Die find ich super Deluxe gut. Okay, geil. Oh, wer ist denn hier? Makedonien mit Schleuderschützen. Echt? Wo? Bei dir? Ja, bei mir oben links. Nein. Ach, der eine. Ja, mein, mein, meine. Der tut, ja. Krieger sind da ein bisschen... Okay, nach Platz. Beziehungsweise da unten ist noch ein Krieger und Speer. Ich glaube aber... Ich erforsche jetzt in der Herung. Ja, schön. Sobald ich die Barbaren ein bisschen im Griff habe, schicke ich glaube ich mal ein, zwei Leute rüber, dass falls irgendwas ist, da noch ein paar von mir sind. Ja. Jetzt hab ich nämlich den Nachteil, jetzt kann ich nicht ziehen und der mit seinen Schleuderschützen schoben. Ja, das ist kacke. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass mein... Vielleicht tut es mal angreifen kann. Das war knapp. Ich nächste Runde nicht. Na ja. Boah, jetzt gibt's da ein paar Einheiten zu viel, die man ziehen muss. Hm. Punktetechnisch sind für... Ah, komm schon. Vorne. Bram ist ziemlich gut von Punkten. Ja. Klapp gebaut. Festung gesichert. Sehr gut. Aber, ich glaube er wird jetzt als nächstes hier angeritten kommen. Tauken und Trompeten. Also um diese Stadt einzunehmen. Glaubst du? Ja. Da hat der Schleuderschützen am Start, also... Maurice, oder? Ja. Einheiten hinschicken. Stadtmauerbaum. 2A2 Schleuderschützen. Ich kann... Oh! Ich kann Eisenverarbeitung hier runden. Das wäre natürlich gar nicht schlecht. Dann dürfte er mir nicht mehr gefährlich hören. Oh, shit. Hinterher gerade. Aber es ist wie so oft, es macht wieder so viel Spaß. Oh ja. Sehr cool. Eine Aufklärungseinheit bekommen. Echt jetzt? So. Wo ist denn ein Plätzchen frei für eine Stadt? Ich zieh mal Richtung Westen. Da will doch keiner von euch hin, ne? Von mir aus. Ich denke ja. Na ja. Ich baue jetzt hier gleich noch eine Stadt hin. Wo ich mit Sepp drüber gesprochen habe. Und dann war es das mit Westen für mich. Und dann gucke ich, dass ich den Osten und den Norden besiedle. Also von dir aus in den Westen kannst du sehr gerne gehen. Ich werde noch hinter Kumasi eine Stadt bauen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ausrichtung wählen. Oh, politische Philosophie. Eine Regierungsform. Habt ihr einen? Was findet ihr am besten? Oligarchie, Autokratie oder klassische Republik? Kommt drauf an. Wenn du im Kampf bist, wenn du Angst hast vor Maurice, dann Oligarchie. Würde ich auch generell. Damit machst du, glaube ich, im Augenblick. Oder wenn du super auf Frieden machst, dann klassische Republik. Aber da, wenn ihr, wenn ich... Ah ja, passt schon. Ich geh immer auf die klassische Republik. Oh, 20 Forschung. Wow. Krass. Oh, der Stadtstaat hat sogar schon... Aua. Oh, Mann. Oh, Mike, du kannst dich auch ordentlich ausbreiten, ne? Na, mach ich jetzt auch gleich. Ui, ui, ui. Auch ein paar Barbarenplätten. Wann, ich bekomme jetzt meine Spezialeinheiten von Alexander. Na cool. Kann ja schon mal mit nem Schwertkämpfer gleich machen, was bei den anderen los ist. Hm. Vielleicht die Reiterei. Drei. So ein 30 ist so schnell. Aber schon ein bisschen mehr. Ja, wir müssen echt ein bisschen wissen, was unter Sepp und links... Alter, da ist eine Grenze, ne? Da ist jemand. Bei Nagazagamu ist eine Stadt von denen. Ach so. Nils. Oh, ja. Ich versuche noch links hinzukommen. Und dort... Wir sollten unbedingt da irgendwo was bauen. Zwischen... Anshan und Nagazamu. Damit die da nicht reinbauen. Äh, genau. Ich wollte nach Nagaz... Ja, genau. Da wollte ich gerade... Ich sehe nur noch nichts. Es ist dramatisch, aber es wird schon. Ah. Mich würde das aber genauso nerven. Komm, bitte. Komm. Komm. Nimm. ... Oh, da ist ein Baban da, ja. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Oh, und meine Stadt hat eine Flut gekriegt und jetzt mein Schwertkämpfer verletzt. Ach, komm. Doch, Arsch. Haben wir denen immer noch nicht den Krieg erklärt? Nee, stimmt. Das geht doch gar nicht. Ich mach das mal rasch, ja. Ich stehe gerade neben Maurice. Ich erkläre mal irgendeinem von denen den Krieg. Komm, einfach so. Überraschungskrieg, komm, zack. Ich stehe gerade neben denen, ne? Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ganz schnell. Mach mal lieber noch nicht. Noch nicht. Nächste Runde lieber. Das ist gut. Wir setzen ein Zeichen des Pragmatismus. Pragmatismus ist die zweite wichtigste Religion auf der Welt. Gleich nach dem Bullismus. Alles gut, alles richtig gemacht. Gleich nach dem Bullismus. So, Karokia und wir sind Friends. Auch gut. Aber dass wir denen doch nicht den Krieg erklärt haben. Schande über uns. Oh, hier vorne ist, hier vorne ist wieder Grenzgebiet. Hm, oh scheiße. Ich werde nächste Runde hier vorne siedeln dazwischen. Warte, ich hoffe, sie snacken mir den nicht. Äh. Brauchst du Gold, um irgendwie eine Einheit zu kaufen oder so? Ja, gerade noch nicht. Da könnte ich dir auch was schicken. Sag mal, habt ihr... Ich hab noch einen weiteren Weihrauch übrig. Ähm, ja, ich guck mal, was ich dir schicken kann. Ich hab ja schon einen. Scheiße, ist der ja auch? Der hat da zwei Steine. Ich hab leider noch nichts über. Ja, Bull, Bull, War, Bumba. Scheiße. Wo ich darf hier nicht siedeln, kann das sein? Das ist sogar an der anderen Stadt dran. Drei Felder, ja. Da bin ich. Das heißt, ich muss hier vorne hin. Zu dem Vulkan. Ist das smart, auf einem Vulkanfeld zu siedeln? Nee. Aber, also, sonst haben wir hier kein... Also, das ganze Gebiet hier wäre sonst frei. Wo genau? Ganz links? Neben... Bulawayo. Bin ich hier gerade mit dem Siedler. Ja, ich seh's. Das kopf mich ja schon ein bisschen an. Oh, ist das... Wie schnell... Ja. Ja, also, wenn du halt nicht baust, ist halt nix, ne? Ja, dann gehört denen das erstmal, ne? Ja, ja. Also, ich... Writing Bull ist erfahrenere, aber ich würd's, glaub ich, eher riskieren, als das... Ich würd's auch, glaub ich, riskieren. Ich kann sowieso nicht mehr weitersiedeln. Wenn die da schon sind, dann gibt's nicht mehr viel, wo ich hin kann. Oh, ich stelle gerade fest, ich gib die ganze Zeit mit meiner Religion an und hab keine einzige heilige Städte gebaut. Oh, er hat oben gesiedelt bei mir. Oh, er hat oben gesiedelt bei mir. Oh, Mike, ich brauch bald Truppen. Wo hat der gesiedelt? Uiuiuiuiuiui. Alexandria Troas, meinst du? Mhm. Ah, okay. Ich, äh, schick gleich was rüber. Da hat jemand sich aber was Schönes überlegt. Warte, diese Barbaren zwischen uns, Sepp. Ich, äh, komme. Lass mal noch mit dem Krieg bitte warten. Die sind jetzt ein bisschen nah dran, gerade hier, äh, mit der neuen Stadt. Und ich hab noch se- oh, der hat gerade seinen, seinen Bogenschützen abgegradet. Äh, ich glaub, die haben, die haben, vielleicht haben die schon Bock. Vielleicht haben die schon Bock. Ich will mal ganz kurz sagen, dass der Chat ein bisschen enttäuscht ist von euren Städtenamen. Die sind ja noch die normalen Städtenamen. Ja, ich hab echt keine Sekunde Zeit. Ja, okay, ne, ist auch okay, ist okay. Mein, mein Lack ist leider immer noch nicht behoben. Das ist belastend. Oh nein, ne Flut in meiner Stadt. Oh nein. Oh, mein Sperrkämpfer ist verletzt deswegen. Und ein Schneesturm. Alter, in einer Runde. Oh Gott. Ja, das wär jetzt richtig belastend. Ich glaube, ich forciere mal stärkere Mauern. Ich habe das Gefühl... Ne, meine Spezialeinheiten würde ich mal beziehen. Wie viel brauche ich noch? Ich baue drei Minen. Hörbar hin. Ne, ich hab schon drei Minen. Ach ne, Steindinger sind keine Minen. Das sind Steinbrüche dann, aber ist so ähnlich. Aber die zählen nicht als Miner leider. Für das Heureka. Das stimmt ja. Ja, schon mal wieder. Meine Städtennamen kann man eh kaum lesen, weil es gelb auf grau ist. Oh je. Habt ihr ein bisschen Kohle für Länder zu kaufen? Hättest du gerne was? Ja. Wie viel? Ich brauche das für 40. Ich brauche 14. Delegation schicken, dann schick mal auch 10 rüber, ne? Also wenn ihr 54 hättet, wäre cool. Ich hab ganz viel. Ich schick dir mal 100 rüber. Ne, Moment. Ich geb Schakka, ne? Doch, ja, Schakka, stimmt. Einmal 100 an Schakka. Ist er angekommen? Ja. Ach, Scheiße. Oh, die haben schon Stadtmauern hier, die Gucken. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass sie Angst vor uns haben. Ja. Immer positiv bleiben, ja. Ja, es ist so. Ich würde eher sagen, dass sie sich auf was trauen, aber ja, so ähnlich. Die Stadtmauern werden nicht auf uns zu marschieren. Alles gut. Alter, Sepp, hier sind ganze Barbarenhorde zwischen uns. Lauter Schwertkämpfer, ey. Ach, du Scheiße. Ja, ich mach dir mal Platz. Sehr gerne. Ist da schon mal ein General? Was? Ich hab so einen normalen General. Also, wir haben so eine Spezialeinheit für Großkolumbianer. Ah, cool. Das ist so ein extra General, den wir bisweilen geschenkt bekommen. Auch nicht so schlecht. Das feine Kolumbien. Nein, Leute. Das ist jetzt erst mal ein Siedler. Das ist getötet worden von der Naturkatastrophe. Nein. Das war heftig. Was ist das denn? Der Vulkan. Ah, ich dachte, die kriegen... Ah, nee. Ah, nee, nee. Da ist er. Oh Gott. Da ist er. Gott sei Dank, ich mein Siedler kriegen nämlich von Naturkatastrophen keine Schaden. Leider schrocken. Aber natürlich kommt da jetzt mal Bahnlager. Da, wo das steht. Das gibt's nicht. Das ist grad gespawnt. Nein. Oh. Oh Mike. Ja. Große Persönlichkeit, große Wissenschaftler. Bibliotheken bringen plus 1 Wissenschaft. Nehm ich. Immer noch kein Krieg? Ne. So, gerade... Warum bist du so ein Pisch da rauf auf Krieg? Also jetzt langsam könnte ich schon bald damit leben, aber... Ich hab hier Annehmlichkeit zunehmend. Ich hab dich doch schon bald. Jetzt ist die nächste Flut. Also ich werd einfach von der Natur besiegt, Leute. Ach nein. Ich droh den mal ein bisschen, ne? Ja, ja, nochmal. Womit? Einfach rüber gehen und da einschüchtern, oder? Mit Truppen, genau, einfach mit Truppen nach vorne setzen, an die, an die Grenze. Das kann ich tun. Ich hab mir schon mal ein bisschen Respekt eingebaut bekommen. Die Schweine. Oh, was hast du denn für ne geile Einheit? Ja, die ist ganz cool. Das Pietz. Wie gut gegen Pferde? Äh, ja. Cool. Und Kampfstärke bei Belagerung von Bezirken. Und 50% Unterstützungsbonus. Ich mein, hab ich nachher ein goldenes Seid, Alter. Ich hab super viele Punkte. Wie kann das denn rein? Was ist die Heureka-Geschichte vielleicht irgendwie? Alter, die nächste Naturkatastrophe, die mich trifft. Das gibt's ja nicht. Muss jetzt jeder Fluss hier über Wasser treten? Ufer, mein ich. Oh, Mann. Bananana. Papi. So, wir brauchen... Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Haben wir uns mal Eisen gesnackt hier. Also ich hab viel Geld auf der hohen Kante und kann gerne was abgeben. Wenn ihr was braucht. Also mit Geld auf der hohen Kante... Wie viel hast du denn? Na, 170. Na, ich sag dir Bescheid. Also wenn ich angegriffen werde, beziehungsweise wenn wir Krieg machen, dann könnte ich das vielleicht gebrauchen, um meine Krieger zu Schwertkämpfern abzugraden oder so. Weißt du, solche Sachen. Aber ich möcht' das jetzt nicht verblasen für Hand... ...wenn die wichtig sind. Ich kann's ja schon mal auf Vorrat rüber schicken. Das kann... ...wenn ich mal eine kleine Pause hab. Vor lauter Klicken hier. Ha. Wenn ich mal eine kleine Pause hab, dann kann ich hier mal... Oh, große Persönlichkeit. Großer Wissenschaftler, Shang Heng. Heureka, bla bla bla, die Weise Heurekas... ...wird rekrutiert. Neues Interface kannte ich noch gar nicht. Immer noch kein Krieg, ne? Große Bibliothek. Sollten wir sowas bauen? Brauchst du sowas? Ja, ich... Ich hab' zwölf Runden da drauf gerade. Normalerweise ganz selten, weil ich weiß auch gar nicht, wie die hier mit der Mod, die wir spielen, verbessert oder verschlechtert worden ist. Zwölf Runden könnte ich ballern. Macht das Sinn? Ich weiß halt nicht, wenn du unser Puffer bist und jetzt Produktion und Wissenschaft steckst... Würde ich nicht machen, genau. Das stimmt. Geh' weiter auf Militär und... Weil ich geh' gerade mal auf Ökonomie beziehungsweise Lager. Produktion kann ja nicht schaden. Mit Produktion... Genau, auf Produktion. Also mit Handwerkern Produktion schaffen. Und strategische Punkte absichern. Scheiß, okay. Wieso kann ich denn hier nirgendwo was hinbauen? Gott. Was ist denn hier los? Also ich brauch' auf jeden Fall Annehmlichkeiten. Oh mein Gott, jede Stadt hat keine Annehmlichkeiten. Ui. Ähm, wem hatte ich dir Weihrauch geschickt? Hattest du mal, ja. Ich schick' dir noch Weihrauch, ja? Geil. Räuchermark heißt das, pardon. Wär's clever zu versuchen, in Stadtstadt Hunza für sich zu gewinnen, der neben Sepp ist. Machst du was schon, Sepp? Was? Was du gewinnst? Äh, Hunza, neben dir, der Stadtstadt. Ach, Hunza. Hast du da schon... Lass mich kurz gucken... Ne, aber kann ich machen. Okay. Ich glaub' der könnte wichtig werden. Genauso wie unten da dieses Nagazagamu. Gazagamo... Wann mal, Gazagamo? Sagazagamo bin ich gerade dabei. Da bin ich schon drei drin. Okay, sehr gut. Da hatte ich aus irgendeinem Grund schon einen drin. Ich glaub' weil ich die gefunden hab' oder warum? Ich weiß es nicht. Barbaren und Natur, ne? Das reicht schon ins Zip, um mich fertig zu machen. Wobei, Gazagamo macht am meisten Sinn, wenn ich das nehme, weil ich baue ja eh überall ein Lager hin. Und da ist das wirklich stark. Alter, Kaoki hat so viele Einheiten. Militär ausheben würde 270 kosten. Also wenn ein Notfall wäre, wär's vielleicht auch clever, sowas auszuheben. Ja. Die haben so viele Schwerkämpfer. Schaut mal, Kaoki hat sechs Schwertkämpfer. Was? Ja, ja, ja. Das ist stark. Also was wir uns auch überlegen können, ist einfach mal ohne, einfach nur Einheiten in eine benachbarte Zip rüberschicken. In den Kriegerkläden einfach nur, um da gnadenlos zu plündern und um die auszubremsen. Es muss ja gar nicht sein, es kann ja sein, dass die Einheiten vom Stadtstaaten draufgehen, das ist ja egal. Hauptsache wir gehen rein und machen die, bringen die durcheinander, damit die nicht in Ruhe planen und aufbauen können. Also die finde ich cool. Wo ist denn Kaoki? Oben, oben. Haben wir denn ein Ziel, wo man die hinschicken kann schon? Übers Wasser, können wir schon wassern? Alexandria Troas, ich kann doch nicht wassern, glaube ich. Die Makedonier sind viel stark, die sind sehr stark. Dann lassen es die Kaoki rübergehen und wir wassern an. Also wenn ich die holen würde, dann könnte ich, du solltest die, glaube ich, holen in deiner Nähe. Dann schicke ich dir das Geld rüber. Hast du da schon einen Gesandten? Ich habe vier Stück drin, die sind bevor... Ja, dann mach das doch. Wie viel Geld brauchst du? 270. Und... Ich habe... Wie viel brauchst du? 50. 47. Mache ich nächste Runde. Jetzt bin ich schon zu spät, habe mich verplaudert. Ja, ja. Ich war auch zu langsam. Habe ich denn so starkes Luxus? Ey, auf die letzte Sekunde noch irgendeinen Klick machen. Echt, das ist echt ein Stress hier. Unfassbar. Also du willst, dass ich jetzt schon aushebe und die Leute rüberschicke, oder was? Ich schicke dir erstmal das Geld rüber. So lahmarschig wir sind, geht das wahrscheinlich erstmal in der nächsten Runde lang. Ach Gott, ich habe jetzt zweimal... Wir haben ja zwei Chakas. Jetzt hätte ich fast... Nee, Moment. Ich bin nicht. Oh Gott, das macht einen ja wahnsinnig. Ich hätte fast Maurice das Geld geschickt. Der hätte sich gefreut, ne? Das wäre auch geil, ja. Hey, kann es sein, dass du das noch nicht angenommen hast, die Luxusressource? Oh nein. Du hast vollkommen recht. Nimm die mal schnell an, sonst kann ich hier gar kein Geld rüberschicken. Ich bin hier so bestress. Okay, ich kann gerade... Scheiße. Vier Runden brauchen. Okay, dann muss ich vier Runden lang noch Handwerker. Boah, ich kriege... Wir haben so viele Einheiten. Der Bödefeld hat auch viel, ne? 281. 306. Ja, er rüstet gerade voll auf. Äh, Mike, hast du die Ressourcen angenommen? Die Ressourcen habe ich angenommen, ja. Gut, dann schick... Brauchst du immer noch Geld? Ähm... Ich brauche immer noch, aber nur noch 30. Ist unterwegs. Okay. Scheiße. Das ist echt schwer. Ähm... Alter, das nächste Bahn-Dorf. Ich... Fuck ab, ey. Okay, jetzt schon ausheben, meinste? Wie viel Runden geht das? 15. 13. Ja, 15. 15, ey. Da muss ich... Echt, auf Anlagen nur 15? Mal was ja 30. Warte, du bist nicht... Alter, wie viele Babanen da oben sind? Krass. Und wie viele Schwertkämpfer das sind? Jetzt hast du sie ausgehoben. Hm. Ja, ja. Mach dir erst mal. Die können... Also ich kann nicht wassern, ne? Also wir müssen... Ich muss laufen. Und laufen geht nicht, ne? Du kannst da nicht drüber laufen. Also... Da ist kein Durchgang. Dann müsstest du komplett durch meine Base. Und das sind alleine 15 Runden, fast. Jo. Ich kümmere mich erst mal um die Baban hier. Mach das. Anwalt Geld investiert, um ein paar Baban hier auf wegzumachen. Das ist ja auch okay. Jo. So, ich handel mal mit Olundi. Dann sind wir auch verbunden. Ne, nochmal. Einheiten, die ich steuern muss. 300 hat er schon. Ne. Also ich kann gleich Ritter bauen. Beziehungsweise meine Impi. Das sind meine... Das sind Pitiniere mit Stärke 41. Die versuche ich. Das ist meine mittelalte Einheit. Hm. Damit könnten wir vielleicht das Reich reißen. Ritter sind natürlich auch insane. Ja, ich bin auch die ganze Zeit dabei, Einheiten rüber zu schicken zu dir. Ja, ich sehe es. Aber das braucht halt alles fassbar lange. Ich kann hier noch eine Rundbinder erforschen. Ich kann hier noch mal ein bisschen den Bullismus verbreiten. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen den Bullismus verbreiten. Das kann doch nicht sein. Ich komme auch kaum dazu, zwischendurch überhaupt einen Blick zu werfen. Ja, ja. Ja, bei denen an. Ja, bei denen an. Ja, bei denen an. Normalerweise puzzeln ich an jeder Karte rum, aber das ist so heftig. Alle zig Regierungswechseln gucke ich einmal in die Regierungsformen rein. Das ist so brutal mit dem Rundentimer. Und trotzdem, man ist nur am Klicken, am Klicken, am Klicken. Es werden immer ein paar Einheiten über. Wenn man anfängt, sich zu ärgern, hat man verloren. So ein bisschen, ja. Soll ich das Militär ausheben? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja, okay, ich habe es gemacht. Das war eine gute Entscheidung, immer. Was machst du mit dem Militär? Ich laufe jetzt gerade in Richtung Sepp. Ja, tu das. Kann ja nicht was an. So, jetzt habe ich schon meine frühe starke Einheit. Das tut mir da gut. Ich will die erst mal bauen. Ritter kann ich acht Runden lang bauen. Impi, so vier. Noch mal ein paar von den Impis. Der Ritter ist ganz schön teuer hier. Neun Runden. Noch Impi. Der Nils ist halt von der Forschung nicht so weit, ne? Also ich glaube, der wird echt bald mal anrücken. Da ist auch schon Bogenschütze bei Nobamba. Aber gut, du hast ja eine Mauer. Ach der, ja, da sind zwei Bogen. Die wollen die einen Stadtstaat haben, glaube ich. Aber der hat schon eine Mauer. Das macht gar keinen Sinn. Kannst du das Feld da kaufen zum Stadtstaat? Ah ne, kommt der unten auch durch. Ja, okay. Quatsch. Ja. Ja. Ich habe so viele goldene Zeitalterpunkte. Holy shit. Aber jetzt habe ich den General gekriegt. Bringt angrenzende, barbarische Einheiten unter eure Kontrolle. Super. Schick ihn jetzt. Ja, mach das. Schick ihn rüber und holt. Die gehören dir dauerhaft. Das ist super cool. Ja, aber die sind alle schon tot. Mike hat die gerade alle schon getötet. Ja, ist doch genial. Das ist ja eine Armee von Untoten, die für uns kämpfen wird. Die haben die Deluxe Boni im Spiel. Das ist der ultimative Schrecken, den du verbreiten wirst. Wäre cool. Das ist eine Frage des Glaubens. Ja. Ich merke schon, du magst Kategorien sehr gerne, ja. Und das als Bekenner-Atheist, wie ich mal wieder gestehe. Okay, Ritter können wir in fünf Runden ballern. Das ist angenehm. Terrakotta-Armee. Lohnt sich, glaube ich, weniger als Einheiten, ne? Ich versuche mal ein paar Ritter zu ballern. Nein, wie der zu lange braucht. Soll ich mit den Einheiten auch gleich Richtung Endon da cool... Kannst mal einfache Städtenamen machen irgendwann, dann kann ich dich schneller aussprechen. Deine nördlichste Stadt. Ja, versuch mal da hinzukommen, ja. Ui, die Stadt ist nicht so stark. Mehrheitsreligion in Ripp-Räuberwald ist buddhistisch. Willkommen in der buddhistischen Gemeinde. Ganz liebe Grüße. Die Makedonier. Die treuen Makedonier. Jetzt auch im Zeichen des Heiligen Bullen unterwegs. Ich höre, wie begeistert du dich äußerst. Das scheint eine Idee zu sein, die dich total übermannt. Du bist kaum der Worte fähig. So sehr... Ich weiß, das ist ein unfassbarer Augenblick. Also, meine Freundin wird das bestätigen. Ich bin der schlechteste Multitasker dieser Welt. Wenn ich auf irgendwas gucke, mich konzentriere, überlege, nachdenke, mache, kann ich gleichzeitig nicht reden. Da kann ich nur... Willkommen in der Gemeinde des Heiligen Bullen. Wir alle teilen dieses Schicksal. Ja, perfekt. Ach, Korven. Ich würde ja gerne die Städte umbenennen, aber ich habe halt... Kein Stress, der finde ich... Das ist nicht so wichtig. Hat einer für euch die große Bibliothek begonnen zu bauen? Nee, ne? Nee, nee. Dann mache ich das mal fix. Der dritte große Wissenschaftler für mich, ey. Uh, stark. Ähm. Der bringt halt auch Glauben. Ja, den habe ich geskippt. Aber musst du selber wissen. Nee, den skipp ich auch. Überall Barbaren. Ich habe keine Zeit, die alle zu ziehen. Hildegard von Binnen. Jetzt haben wir einen Barbarenreiter hier schon. Ja, das gibt ja jetzt. Ich glaube, schon was weg, ja. Also mich erschüttert schon, dass wir immer noch keinen... Auch noch immer keinen Krieg haben. So wird das ja niemals mit dem Sieg. Ja, irgendwie... Ey, wie geht da? Geil! Ah, geil! Ich habe meine Freundin dazu gebracht, mit der ersten Staffel Dragon Ball anzufangen. Oh, sehr cool. Sie lernt jetzt alles kennen. Das macht es nicht besser hier. So, sehr, die Leute sind gleich da. Das ist sehr schön. Kannst du deinen Reitern links neben Son Goku weg? Äh, der ist gerade gelaufen. Der ist gerade gelaufen. Nächste Runde. Ah, ich bin doch das Campus-Ding. Ja, egal. Ich bin hier, um dich zu blocken. Ach. Ich habe hier noch acht Runden. Hahaha. Dann halt nicht scheiß Spiel. Das kann doch nicht sein. Oh, hier hat oben einer auch, die fast pisst. Das sind Speer-Kämpfer, richtig? Meine? Das sind, äh, Schwert-Kämpfer, ja. Schwert oder Speer? Schwert. Das ist stark gegen die Schwert-Kämpfer. Du weißt das doch nicht. Entschuldigung. Oh, ich werde angegriffen. Oder was? Von wem? Ach, nee, das war der Vulkan. Der Vulkan hat meine Stadt angegriffen. Das ist ein Endgegner. Das ist wirklich ein Endgegner. Komm, lass uns doch mal irgendwie... Wir müssen niemandem kriegen... Lass uns einfach dem Vulkan den Krieg erklären. Irgendjemand. Abreißen! Finde ich auch eine gute Idee. Zwei Bombarden, ey. Boah, ey, bis die Einheiten bei dir sind, Sepp, ey. Wenn du kannst, bewegt man deinen Wissenschaftler, dann... Naja. Und zack. Weg ist er. Zwei Heurekas für mich. Oder für uns. Also man kommt, sobald man hier über irgendwas normal nachdenken und berüten will. Zack. Ich habe eine kleine Frage. Ich habe hier einen General, der hat zur Ruhe setzen, reduziert die Kriegsmüdigkeit eures Reichs dauerhaft um 25%. Den muss ich einfach nur aktivieren, oder? Genau, einfach nur auflösen. Das nutzt er allerdings wenig, weil ich weiß gar nicht, wie das ist hier mit Kriegsmüdigkeit. Also bisher haben wir ja keinen Krieg. Das muss aber eigentlich bestehen. Das muss es eigentlich geben. Also im Augenblick haben wir gar keine... Wir haben doch noch gar keinen Krieg erklärt. Wir haben ja mit niemandem Krieg, deshalb haben wir auch keine Kriegsmüdigkeit. Ja, aber dann haben wir, wenn wir Krieg haben, ist das auch dauerhaft fürs Spiel, oder? Der General kann auch im Augenblick noch deine Einheiten boosten und die beschleunigen und kamen starker machen. Also ich habe vier Generäle, also ich habe schon vier Generäle. Also ich würde abwarten, bis du ein... Ich würde den General auflösen von denen, der dir wirklich einen guten passiven Bonus gibt für die nächste Zeit und der gibt dir mal auch keinen passiven Bonus. Okay. Nochmal ein goldenes Zeit, Alter. Cool. Oh, nice. Nochmal Heurika, oder? Ja, habe ich auch genommen. Sieht ja ganz gut. Also ich ziehe jetzt auch mit meinen Einheiten von Dannen, also bald könnten wir hier loslegen. Ja, also die Schwertkämpfer habe ich halt echt nicht mehr lang. Aber Schwertkämpfer sind gegen was stark und gegen was schwach? Gut gegen Speerkämpfer. Okay, das heißt Ritter eher als Speerkämpfer. Okay. Wenn du gegen wen spielen willst, oder? Gegen seine Schwertkämpfer. Wenn du gegen Schwertkämpfer antreten willst, dann kannst du das machen mit Kavalerie zum Beispiel, oder mit Fernkämpfern. Nahkämpfer sind Allrounder im Prinzip. Hm. Verstehe. Äh, welche Stützen ist die alle? Bulma. Warte mal, was ist denn? Bulma kriegt Stallung. Willkommen beim Weltkongress. Ich schaff's nicht mal, meine Politik vernünftig anzupassen. Das kann doch nicht sein. Ich auch nicht. Die ganze Zeit nicht. Ich hab schon seit Minuten gar nicht mehr reingeguckt. Ich hab's für den Krieg mal. Leute, wir müssen abstimmen. Seid ihr auch im Weltkongress? Sitzung läuft. Ja, noch nicht. Habt ihr noch nicht? Ja, bei mir, ich bin ja immer fünf Sekunden später. Ich lese euch mal schnell vor. Habt ihr, erste Abstimmung, Kauf von Militäreinheiten. Wollt ihr im Augenblick viele Militäreinheiten bauen oder kaufen? Ja, wir wollen ja gleich Krieg machen. Genau. Wollt ihr die mit Produktion oder mit Gold kaufen? Ja, Produktion. Ich hab keinen. Dann geht oben auf Soldnerkompanien dann A und wählt dann, also seid für die A-Variante, macht da ein Häkchen drauf und geht dann unten auf Produktion. Stadtstaat? Handelt einer mit dem Stadtstaat? Ich handel mit einem. Der ist... Was weiß ich denn? Ich handel nur mit dir, Sepp. Wie ist der? Das müsste ich immer gucken, aber... Oben rechts raus-ixen, dann kannst du wieder zurück und das wird gespeichert. Hunza ist Typ Handel. Einmal für Handel. Alternative A, dann Handel, Stadt, Staat und bestätigen. Handel, Stadt, Staat und dann noch wieder ein Eignis für die Rehabilitation. Diplomatie-Siegpunkte. Ich würde die dir geben, oder? Mach das. Ich glaube durch Religion. Wir sind alle für mich und ich gebe mir... Bei Souveränität, was habt ihr gemacht? Äh, Handel, Stadt, Staat, oben A. Okay. Leute, damit sich das lohnt mit den Diplomatie-Siegpunkten. Alles an Gunst raushauen. Vielleicht haben wir irgendwie Glück und kriegen tatsächlich einen Diplomatie-Sieg. So was anders brauchen wir die ja gerade nicht. Haben wir... Einreichen. Ach, meine Freunde. Ich wette, ich wette, die haben gerade den gleichen Plan wie wir. Ich glaube, die wollen selber gerade bald Krieg erklären. Zwei Diplomatie-Siegpunkte für unser Team. Das ist ein guter, erster Schritt. Sehr schön. Aber Gold, ne? Gold hat gewonnen. Die wollen Einheiten kaufen. Diese Schweine. Die haben irgendeinen Gemeindenkrieg. Die haben aber kaum Gold. Also die haben kein Gold. Du hast Gold. Miss. Miss-Klick. Was ist das denn für ein Schmuh? Okay, dann, äh, wäre ich bereit für Krieg? Ja. Yes oder nie? Ich würde vorschlagen, jetzt. Also ich würde auch langsam sagen... Mach das einfach. Wer ist der, den wir am meisten hassen? Ganz spontan. Äh, eigentlich den Herrn Bödefeld in Iwitz. Da komm, schnapp ihn dir. Oder warte mal, der ist doch hier neben mir, ne? Nee, Quatsch. Nein, nein, nein. Oben links der rote. Makedonien. Ja, genau. Das ist... Klick ihn an. Maurice. Meinst du, ich soll es machen? Jetzt, wir haben nur eine halbe Minute. Machst du Beginn der nächsten Runde. Jetzt haben wir es ausdiskutiert. Oh, du musst doch eh, du musst doch eh, äh... Ach nee, Überraschungskrieg geht, ne? Okay. Also die Schwertkämpfer werden nichts bringen, Leute. Aber ich habe drei andere Einheiten. Oh shit, jetzt hat der ein Lager hier hingebaut. Aber das Lager ist egal. Ja, mit diesem Timer ist es echt so schwierig. Ja, das ist auch echt freudig. Ich habe das Heureka ausgelöst für Stutzpfeiler. Scheiße. Mehr Ritter. Tieren. Gott. Wir gehen nach oben, Sepp, ne? Da sind keine Stadtmauern. Bei Alexandria, Troa. Ja, 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 genau. Ja, okay. Ich laufe mal da links rum, um den Berg quasi. Ein Meteorangriff auf Quito. Also, ne, vielleicht, vielleicht, Mike, mach du da die Kriegserklärung mal an ihn. Bei mir dauert das wieder fünf Sekunden, ja, alles länger her. Okay, Bödefeld. Äh, nicht Bödefeld. Egal, wen, schnapp dir einen, den Nächstbesten. Einfach Krieg erklären. Überraschungskrieg? Ja, natürlich. Die werden nicht damit rechnen, dass wir denen böse gesonnen sind. Okay, Krieg ist erklärt. Sehr schön. Leute, ich gehe für uns auf Forschungssieg. Wenn ihr mir und die Leute vom Hals haltet, ich habe gerade die große Bibliothek gebaut, dann verheiße ich euch blühende Landschaften und einen Aufbruch zum Mars und auf andere ins All. Mehr will ich gar nicht. Oh, hier hinten sind Bogenschützen von Brammen. Man hat seine Bogenschützen dort auch hingebracht. Aha. Interessant. Ritter, Imp. Hier bestellen wir noch einen Imp her. Den Bogenschützen gränen wir mal ab hier. Dann sollten wir hier die Mauer verteilen. Zwei Bombarden schon. Das war ganz gut. Wir haben sein Lager direkt getötet, seine Bogenschützen, die er direkt weggemacht, die er zur Verteidigung hatte. Lass sie bluten. Das sieht ganz okay aus, immerhin. Ich finde es so geil, dass die Schwertkämpfer genau dann weg sind, wenn sie eigentlich da wären. Das ist mir zuletzt auch mal passiert. Das ist halt dann so. Okay, ich muss einfach krass sein. Ich muss einfach krass sein. Ich habe hier... Alter, direkt die Bogenschützen in einem Schlag. Jawohl, Sepp. Go, Sepp. Lass sie bluten, mach sie tot. Okay, Mike, ich bin die erste Welle. Du bist dann die zweite Welle. Jo, ich bilde auch gerade weiter aus. Oh, die machen auch richtig Schaden hier. Eieieieieiei. Stellt am besten auf Produktionsfokus packen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist nicht so schlimm, das geht bei mir sogar noch, aber was macht denn hier der General, was macht meine Generäle alle hier eigentlich? Total verwirrt. Also Chat, ich kann euch zwar gerade nicht lesen, aber ich hoffe ihr seid genauso blutgrünstig wie wir. Eindeutig. Alexandria Troas. Mal gucken, ob hier gleich auf einmal eine Mauer aufploppt oder nicht. Oh, Armbrustschutz. Noch nicht. Schon mal entspannt. Ja, eigentlich müssten sie jetzt alle ihm Geld geben, damit er die Mauer, ne, kaufen kann er sie nicht, ne? Ne, Mauer kannst du nicht kaufen. Ah ja, stimmt. Zack, tot. Hallo, Handelsweg plündern, 50 Gold für mich. Dankeschön. Ja, hi. Wo kommt das denn jetzt her, die Gönnung? Die sind aber, die sind aber spendabel hier heute. Okay, das hat bisher ganz gut geklappt hier. Mhm. Mal abwarten, was noch kommt bei denen. Aber ja. Mal abwarten. Mal abwarten. Mal abwarten. Mal abwarten. Mal abwarten. Wie lange sind die denn noch da? Eine Hunde. Zwei. Zwei. Wow. Richtig gelohnt. immer noch keine stadtmauer da in alexandria trojas ich weiß auch nicht was da los ist ist die gelegenheit für dich ja also nächste runde dürften wir angreifen können ja leite ruhig darüber und diese weg dann belagern wir die stadt wie muss man sich hinstellen damit die stadt belagert wird das ist ein bisschen kompliziert also im großen ganzen zwei bis drei einheiten drum herum verteilen in der kurzfassung das erkennst du daran dass am stadtnamen oben rechts ein herzzeichen ist die wirst du nicht belagert bekommen weil du brauchst das ist eine küstenstadt da bräuchtest du eine wassereinheit das gibt mir auch eine gewasserte einheit die würde auch funktionieren mike ich würde direkt nach links weiterziehen also du ziehst vielleicht dran vorbei an dieser stadt wenn die nicht nächste runde eine mauer hat dann ist schlecht aus für diese für diese stadt jetzt ich mache ein bisschen trash talk das gleich am besten macht das so gut kannst willst du die einfach in den diplomatieraum locken und ihn ein bisschen beschimpfen nein bram hat ja vorhin gefragt als wir wieder ins spiel zurückgekommen sind ob wir eingeschlafen sind oben links im chatfenster und stellen wir die frage dazu das war ein kasus belli ein bisschen schon frech wir warten auf dich ja denkt dran zu plündern wenn ihr die städte nicht einnehmen könnte wenigstens bezirke plündern vor allem die muss man mühsam aufbauen modernisierung plündern alles fertig machen da ist eine runde zu spät irgendwann irgendeine belagerung kaufen nee das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht die ist schon so scheiße dies voll ist die denn gerade folge worden ja ich glaube das immer also ritter machen ganz gut schaden auch an stadtmauern ganz schlecht klar also ein viertel macht die schon ja normalerweise eher wenig also für die stadtmauern wären gut wenn du eine belagerungswaffe hättest im idealfall wir könnten eine kaufen macht das gute idee für 200 rambok hol dir den rambok und stell dir neben deine nahkampfeinheiten dann machen die die stadtmauer eher platt also den rambok kannst du auf ein feld setzen ohne nahkampfeinheit ist ohne zeugstatue 13 runden für eine zeugstatue kann ich machen das ist so ein bogenschützen sperrkämpfer rambok ich weiß nicht ob es jetzt lohnt aber vor der list muss bringt uns den sieg gab ich auch ich habe ritter noch selbst deutlich ist hoch laufen oder links bleibt weiter nach links glaube das ist besser ihr habt ihr gleich noch ein bisschen geld ja 50 ich schicke dir was rüber das wäre echt nett könnte ich mir nämlich quecksilber hier holen und ich habe nämlich in jeder stadt braun kommt von unten leben ich bin wenn ich der einheit sehr in herrscher sehr hab ich schiss dass ich gerade dem falschen das geld rüber schicke was doch das kann ich verstehen also du bist gerade du hast gerade bram entdeckt na ja links links also links alexandria troas kommt er gerade zu hilfe und ich block ihn geld ist unterwegs das dürfte er nicht schaffen also die mauer ist schon fast gefallen ja ich block ihn nur also eine nächste runde habe ich ihn geld ist unterwegs vielen lieben dank alter so ein team macht das schon spaß leute das ist schon cool ja also weil wir bumsen es macht spaß weil wir bumsen soll ich die zeustatue wirklich bauen also ich weiß nicht ob das das gibt da nicht drei sperrkämpfer drei bogenschützen und ramburg es braucht acht runden komm wenn du bock hast versuchst also der alhambra militärpolitikplatz ich glaube ich würde einheiten ballern aber nicht wie du magst da kommt vier runden für den ritter bämms rein da und bram kommt irgendwo meintest du okay machen wir hier mal mauern rein also jetzt hat der vulkan mich rechts wieder fast getötet ja geil ich schaff es einfach nicht hier was zu tun die stadt wird fallen die kriegst du klein nur der lebensbalken muss bei null sein wenn die stadt mal nach oben es ist das kein ding als ob sie sie meinen sie haben meinen ritter kaputt gemacht wir kriegen es trotzdem hin aber das geile ist kriege ich nicht auch nein das habe ich noch nicht eigentlich kriege ich eine dingens einheit eine 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 koop einheit wenn ich eine stadt einnehme aber habe ich jetzt nicht gekriegt schade hätte ich gefeiert dann ziehen wir weiter plündern und branche lassen bringen die einfach aufscheuchen durcheinander machen bringt doch glaube ich eine ganz gute sache hier so noch nicht den stadtstaat angreifen bitte die stadtstaaten du die blockieren jetzt alles es war ich der beste buch einer zeit die blockieren wirklich alles sie stehen einfach hier im weg ja warte warte seh ich das richtig das bram gerade vor meiner stadt steht in nordwengu ich könnte es noch mal ausheben das keine oh gott das hat auch keine mauern ich könnte es noch mal ausheben aber es kostet 540 gold kann ich irgendeine einheit kaufen ich kann keine einheit kaufen zur verteidigung hat jemand brauchst du geld ja 240 kostet naja ich brauch die habe ich jetzt nicht mehr hatte ne 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 nicht 240 da brauche ich nur 60 so spät gesehen aber ich glaube ich glaube er nimmt die stadt gleich ein ach wie dumm ist das denn wieso haben wir das denn nicht gesehen das ist mitten in unserem reich welcher unten rechts von sepp mitten bei uns und wengu hast du hast du hast du die 60 oder kann ich schick dir mal rüber was ich habe kann ich das schnell vielleicht noch ein ich habe ja ganz 116 sind unterwegs da beschickt ja auch alles was ich habe die stadtmauer kannst du nicht kaufen das geht nicht eine einheit aber ja genau im bogen schützen ich schick dir truppen rüber die brauchen aber da war es geschickt also er reitet hier auch gerade dran vorbei ich weiß nicht was sein plan ist aber will vielleicht irgendwas plant er ich hätte was anderes vor er will zu mir das ist natürlich ein licht hier ist halt peter das kann man werfen ein bisschen geld stauern ich habe salpeter also ich fange jetzt an salpeter abzubauen sehr gut sei peter ist natürlich auch schon stark hört mal ich konnte ich wenn ich was ich machen könnte ich könnte den glaubenssatz kreuzzug uns holen wenn ihr dann einen meiner missionare beschützt wenn der vorgeht auf fremde städte dann hätten eure kampfeinheiten plus fünf kampfstärke innerhalb der grenzen von fremden städten mit dieser religion das heißt ich würde euch begleiten wird die bekehren diese fremden städte und ihr müsstet meine einheit bewachen das können wir probieren hilft euch das ich weiß also das ist sehr kompliziert und wir sind halt schon so weit ich glaube nicht so wirklich alexandria ist das die hauptstadt oder aber keine stadtmauer oder keine stadtmauern oh mein gott ist das gut rein da ich komme auch direkt mit einem soll ich oben links rumlaufen unten rechts unten links unten links ich komme von oben ich bin ja oben rechts dann laufe ich oben links also wenn du deine sperrträger da auch runter schickst und so das wäre ganz cool also versuch so weit wie möglich runter zu gehen dann kann ich da am besten noch durch keine stadt nicht angegriffen das ist interessant er plant irgendwas anderes anscheinend was hat mir jetzt den krieg erklärt das hat mir jetzt den krieg erklärt kann das sein wahrscheinlich ein stadtstaat der dazu gekommen ist oder die zeit freunde die zeit wirklich kannst du missionar bewegen bei b 43 hat die erbne stadt eingenommen ja die erste schon alexandria trojas cool leute warte mal ich glaube ich wurde aus meinem aus meinem stadtstaat ausgedrängt hier bei mir welcher war das dann das ist so ätzend hier aus interessant armbrust schützen es geht jo hunza ist jetzt unser feind wird er das denn gemacht die sau mit dem guberner vielleicht gut kotzen er will bestimmt da gleich kaufen ja das könnte bitter sein hat er genug kohle ne ne stimmt hat nicht genug kohle ist schon jemand von euch den kumar sie kann man nicht weiß ich nicht auswendig wenn du die stadt aufrufst ich bin da nicht dann gehe ich da rein ja wo braucht ihr unterstützung gute frage also ich glaube unten links bei obamba so auf dauer äh es ist glaube ich nicht verkehrt was machen meine einheiten denn hier nein du hast oben deinen sperrträger da hingesetzt oh nein deswegen alle weg durchgang oh shit jetzt sind alle einheiten bei mir umgedreht ich musste aber weg sonst werde ich gestorben er hat aber eh in der runde gerade die stadtmauern gebaut hätte leider nicht geweicht ja ich habe ja einen ramborg mit ähm ja pass auf ich lauf jetzt nach oben weg ich laufe erstmal mit deinen einheiten vor genau ich laufe jetzt hier mit dem links vom ramborg nach oben weil wenn ich da links laufe ist er tot das ist alles dumm ja scheiß drauf dann stirbt der halt ok also also hauptsache der wehrt sich noch ne so also dass wir da einheiten verlieren ne das ist ja ganz klar so einer ist weg hier nächste runde vielleicht auch wissenschaft ja da sind nur noch pferde bei uns im land das ist mal nicht so schlimm alles so ein stress wie sind 25 sekunden ey echt krass also denn der der maurice hat ganz schön einheiten nachgeprügelt und bram scheint hier ihn gut zu unterstützen mit seinen schwertkämpfern zumindest alexandria ganz gut am verteidigen was hat bram vor wohin reitet der gerade ich weiß es nicht der reitet zu mir nee das ist nicht das ist sogar nils äh nils meine ich ja sorry das ist nicht mehr bram ich weiß es nicht vielleicht will er im hinterland äh oh der bödefeld hat die äh zeus statue gebaut ja guck mal jetzt kriegt der nämlich richtig viele punkte äh einheiten jetzt hat der alleine 6 6 einheiten mehr gekriegt da schon mal scheiße schon mal richtig scheiße kannst du mit deinem ähm ein dude einen runterlaufen dass wir das äh den campus zusammen angreifen können eins runter ja damit ich ihm nachrücken kann so dann können wir nämlich hier den campus mal eben bumsen guck mal halt da mal rein äh der kann nicht mehr äh sich bewegen was der konnte nur einfällt jo warte ich nur ne runde mit dem anderen hier soo da was forschen wir denn gerade so krass ja ich bin auf schießpulver unterwegs ich hab überall irgendwie so eins oder so drauf also schlecht machen wir das grad gar nicht ok und punkten es läuft so halbwegs also wir haben eine stadt eingenommen und keine abgegeben hab ich das richtig gehört ich guck immer wir haben schon einige einheiten getötet also wir versuchen jetzt hier natürlich jetzt äh bram seine einheiten abzuschmettern und die von moris die stadt ist halt nur ein bisschen ätzend gerade dass sie da so äh recovern konnte also die die mauern bekommen hat mhm der halter natürlich seine einheit ach ist das dumm ja ich werde vom barbaren einfach überlaufen im hinterland mit armbrustschützen nach als ob mhm aber kriegen wir alles hin option jetzt sehe ich den nils auch nicht mehr ja also ich weiß nicht was er will wenn er nicht so doch da ist er noch wenn die stadt starten haben wir auch statt mauern wir müssen jetzt auch langsam rein ne also ich weiß nicht was du bist gerade noch weg oder ja ich hab halt noch eine einheit ne was hast du denn noch eine einheit ja der hat die alle gekillt ja ja aber ich spare mal ein bisschen geld sepp ähm und kann dir vielleicht geld drücken dass du dir einheiten kaufen kannst was die krassste einheit die du kaufen kannst ist dieser impi oder der ritter äh impi und ritter kann ich beides ja sind ganz beide ganz gut aber was kostet denn einer muss ich sofort mal gucken warte mal pferde und so hätte ich auch oder salpeter was halt brauchst ach scheiße ach wie sie die einheit weg snackt man jetzt darf ich wieder nichts ziehen natürlich sind jetzt meine einheiten schon alle tot ja ist im krieg halt echt belastend oh brav oh shit oh bei nobamba ne nobamba sind oh da sind die da sind die ganzen zeus sachen gespawnt ui 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 die mussten aber alle daraus ein rambok ein rambok alter wie viel ja das sind die die sind alle da drin gespawnt die muss ja gleich noch alle bewegen so eine einheit konnte ich schon mal weg ballern hier ist ja party 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 plänkler plänkler render katapult katapult core kann ich bauen dann könnte ich das nachher upgraden habt ihr noch kohle nachher über ja was brauchst du ich schick dir mal alles ich schick dir alles was ich hab weil dann baue ich nämlich ein katapult als core hast bekommen 264 oh nice und wenn das in wenn ich dann gleich die bombarden bauen kann dann kann ich das einfach upgraden und dann ballert der richtig gut also ich glaube für den normalen chat ist es jetzt auch sehr viel spannender für jeden chat ist es glaube ich grad echt spannender als sonst gut f guarding f f f Blöden Babanen hier, ah ja. Oh, ich kann schon einen Korps bauen. Oh, das ist gut. Cool, das sind die Zunum, die können das viel früher. Ja, das überleg dir das aber gut. Also Faustregel ist bei den Korps, wenn du auf Einheiten triffst, die stärker sind als deine, dann zwei Einheiten zum Korps zusammenfassen, weil dann hast du mit der einen doppelten Einheit mehr Schaden als mit zwei getrennten. Wenn du dagegen gegen Feinde antrittst, denen du sowieso schon überlegen bist, dann hast du mehr davon, wenn du zwei Einheiten getrennt angreifen. Das hat mit der Formel zu tun, die hat bei mir mein Community-Moderator, Matso Mannix, der hat hier kürzlich recherchiert. Wir hatten den Fall gestern im Systream. Mhm. Scheiß Streitwagen, könnten wir jetzt hier die Stadt klauen. Wir müssen sofort, glaube ich, den Angriff hier abbrechen und eher Einheiten verteidigen, beziehungsweise zurückschlagen, kriegen die Stadt nicht. Solange der Bombarde nicht da ist, Mike, und solange von dir dann noch nicht der Backup kommt. Oh. Das glaube ich hier nix. Okay, ich ziehe ihn dann zurück, dass wir da diese Gebirgsketten verteidigen können. Ja. Wir kommen hier nicht weiter. Nein, jetzt würde ich gerne zurück. Ja, Mann. Ja, bitte. Wir bauen nämlich noch sieben Runden. Ja, natürlich ist alles gestorben. Ach. Wie? Also er scoutet hier mit seinem Pferd die ganze Zeit bei uns in der Base, ne? Ja ich check's aber nicht ganz. Soll er scouten, oder? Ja, naja, hey. Er kann halt jetzt den Händler von mir gleich snacken. So, warte mal, ich hab ja hier noch so ein Imp, da kann er ja mal angreifen gehen. 96 Forscher, das ist ganz schön nice und 786 Glauben, ich glaube da kannst du ganz gut auch mal vorankommen mit deinem Glauben, ne? Da kann man schon was mitmachen. Ist Hunza eigentlich noch gegen uns? Er ist gegen uns? Äh, der Stadtstart, Hunza. Äh, kann sein. Ich hab vorhin reingebuttert, ich weiß nicht ob ich's gekriegt hab. Ah ne, ist uns. Bzw. ich bin nicht im Krieg mit dem. Okay, wem. Okay, jetzt hab ich's nicht verkeckt. Okay, jetzt hab ich's nicht verkeckt. Scheiße! Nächste Runde darf der wieder anfangen. Ach komm! Uff! Komm, Marci ist auch auf unserer Seite jetzt wieder. Ich hab mein ersten Musketier. Ich hab nächste Runde. Ne, in 3 Runden hab ich Bombarden. Sehr cool. Aber damit kommen wir noch nicht so wirklich weiter, leider. Äh, Sepp, du hast keine Oliven, oder? Ne, Oliven hab ich noch nie gesehen. Ich hab dir mal ein paar Oliven rüber geschickt zur Annehmlichkeit. Oh, danke. Ich hab ein Glas heute geöffnet. Ich hab heute Mittag Spaghetti gekocht vor dem Stream. Soll ich dir welche rüberreichen? Ich mag keine Oliven, aber danke. Bin auch kein Fan. Nüsse hätte ich ja auch. Ach, natürlich. Cashewnüsse. Oh Gott. Ich kann mich noch retten. Ach komm! Nichts wollt ihr von mir annehmen! Hä, 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 Hä. Holy Shit, war das knapp, ey. Oh, komm ruhig rüber! Oh mein Gott, er läuft, er läuft in die Falle! Oh mein Gott, ist das gut! Wer? Nils, oder? Jaaa! Jaaa! Lass mir eiskalt in die Falle! Ich hab hier zu viele Generäle. Zu viele! Ich hab hier fünf Generäle oder so. Ich hab ein bisschen mein Katapult, was ich gebraucht hab. Bei Quilin sind auch zwei Einheiten. Grelin sind auch zwei Einheiten. Ja, links. Und Grelin. Zwei Sperrkämpfer. Oh ja! I see! Sperrkämpfer sind natürlich fies gegen meine... Ach, er möchte meine Ritter aufspießen. Die Sau. Oh, jetzt kommen alle drei gegen mich? Oh mein Gott, jetzt geht's aber los. Ja, der Nils hat 493. Ich hab Bram ist der, der auf Wissenschaft geht, ne? Und der hat schon 89. Ja. Haben wir, haben wir so ein leichtes Problem, richtig? Bei unserer, also Writing Bull hat 98. Und die Scheißen hat komplett auf Religion, glaub ich. Ja, tun's wirklich. Eine Religion gibt's nur, nämlich die Unsereger. Ah, wir brauchen nicht. Will, Alter, endet. Oh Gott, da krieg ich aber ein dunkles, glaub ich. Oh shit, ich glaub ich auch. Weil ich hab nur ne große Persönlichkeit gekriegt. Ach, scheiße. Ob sie da noch hinschießen konnten. Ach, scheiße. Ob sie da noch hinschießen konnten. Jetzt hier all in. Ich verliere leider sehr viel. 542, Alter. Also ich hoffe ihr könnt ein bisschen verteidigen, weil da sind echt viele Einheiten da im Süden. Von wem? Von? Von Nils, oder? Von Nils, ja. Ja, also der baut hier ordentlich Einheiten auf an der Grenze. Ja, ich schick jetzt alles rüber, aber die brauchen halt leider lang, aber die kommen. Muskeltier, Renner und sowas. Was? Der Stadtstaat, Ngar Sargamo von dir, Sepp. Der fällt gleich, ne? Was? Gar Sargamo. Oh nein! True. Oh, warum haben wir da drauf denn nicht geachtet? Ey, die Ecke vernachlässigt mich echt komplett. Das ist nicht gut. Kannst du da hin und die noch einnehmen vorher? Versuchen? Ui. Oh, das ist nicht gut. Ich werde oben jetzt auch platt gemacht, oder? Kannst du die Truppen ausheben? Oder, also ich bin, ich geh mal rüber, aber ich komm zu spät. Das ist eine Truppe, die ich ausheben kann. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Schon wieder Weltkongress. Wie wär's mit alle Stadtstaaten? Ach komm, erstmal Diplomatie-Siegpunkt. Komm, wir hauen nochmal alles für uns, sprich für mich, raus. Vielleicht haben wir Glück und die ignorieren das und machen wieder irgendeinen Mist. Alles unten bitte auf zwei Diplomatie-Siegpunkte für Simon Bolivar und WB. Einfach auf gut Glück. Alles, was ihr in Gunst habt, raushauen. Und die restlichen beiden Sachen? Doppelte Punkte bei großer Admiral. Weiß ich nicht. Welche ist eine Hilfe? Also ich krieg sowieso durchgehend Admirale, also von daher würde ich einfach nur noch mehr bekommen. Okay. Okay, machen wir mal. Produktion für Gebäude? Weiß ich nicht, was möchtet ihr? Forschung. Würde mir helfen, aber es würde auch Brammen helfen, insofern ist es egal. Ja, würde mir aber auch helfen. Heilige Städte, Heilige Städte. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ah ja, stimmt. Alles klar. Ja, aber da müssten wir eigentlich mehr reinbuttern, weil sonst wird es der Campus, oder? Ja, entweder Siegpunkte oder Heilige Städte. Ich habe bei beiden vier reingeballert. Also ich würde nicht bei beiden vier, ich würde nur bei einem alle. Ich würde uns... Campus nutzt allen. Also ich würde echt vorschlagen, Diplomatie-Siegpunkte. Dann haben wir nämlich noch... Dann haben wir noch ein zweites Eisen im Feuer. Man kann ja auch mit Weltmund Diplomatie-Siegpunkte bekommen. Ja. Alles klar? Ja. Let's go. Masagamu ist natürlich auch stark. Ist eine Elferstadt, also... Das ärgert mich jetzt, dass wir die aus den Augen verloren haben. Ja, ich habe nur auf Kumasi geschaut. Und die haben eine Stadtmauer. Und... Dachte ich, okay. Ah. Anagamu auch. Aber er ist da schon ganz gut dabei, aktuell. Ja. Also Bürdefeld baut echt eine riesen Armee auf. Da müsst ihr halt total aufpassen. Ja, der wird jetzt auch zurückkommen hier bei mir. Das ärgert mich jetzt. Und ich verliere dadurch, dass ich immer später ziehen kann, verliere ich immer eine Einheit pro Runde. Ja, das scheiße. Bleibt grad noch, ne? Oder die... Die müssen noch machen. Ja, Nils musst du noch. Achso. Ich würde gerne die Einheit retten, aber ich glaube, dass... Wir haben jetzt... Zweite Pilometrie-Siegpunkte für unser Team. Nice. Und wir haben... Heilige Städte. Doppelt. Und, Admira, wir haben alles gekriegt, was wir wollten. Wir haben alles so geschafft, wie wir es haben wollten. Leute, High Five. Nice. Sehr, 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 sehr stark. Ach komm. Fick mich doch. Oh Gott. Ah, das ist halt bitter, wenn du da so eine Level 2 Militärkorps-Einheit verlierst, ne? Ah. Geht schon mit kotzen. Ja, ich muss mich jetzt hier ein bisschen zurückziehen. Ja, meine Einheiten laufen, aber es dauert halt sechs Runden. I know. Ich muss in die Stadt zurück. Ich muss wirklich fliehen. Ich muss mich zurückfallen lassen. Nicht gegenhalten. Meine Stadt wird gefährlich. Ja. Brauchst du, wie geht da schon die Stadtmauer wieder auf? Äh... Ja. Und Obama sieht auch nicht gut aus, ja? Naja. Nimm so'n... Vulkan. Nimm so'n Vulkan schon nicht so lecker. Dass er auch ausgerechnet jetzt ausbrechen muss. Ja. Ein bisschen ärgerlich. Ja. Ach komm, ähm... ... Und jetzt her. Und dann... Ja. So. Ou... meine Einheiten erstmal heilen im Süden sind jetzt Ritter aufgetaucht bei mir und meine Stadt wird jetzt angegriffen Ohambra wird jetzt steht unter Beschuss also ich kann natürlich mal eine Truppenproduktion einschieben Wie kannst du uns denn sonst noch so unterstützen? Geld ist nicht da also ich kann euch weiterhin ich kann nochmal ein paar weitere also ich habe als religiösen Satz eingestellt die Kampfeinheiten erhalten plus 5 Kampfstärke also innerhalb eurer Städte haben wir plus 5 Kampfstärke durch unsere Leute, wenn die dem Buddhismus folgen da könnte ich euch noch mehr missionieren das heißt ich kann nach Nordwengu zum Beispiel da schicke ich mal ein Missionar im Augenblick nicht ich habe es nur wieder gerade komplett vergessen weil ich so hoffenweise anderes Zeugs gemacht habe ist okay aber ich könnte ich brauche Schwefel für den Bombarden wenn wir Geld zusammenlegen könnte ich Kumasi ausheben ne die haben nur Bogenschütze das bringt nichts ne soll man irgendwo Gesandte hinschicken? Befrage ich habe mal nach Anshan welche geschickt und habe Bram als Sozeren vertrieben sehr gut ha seinen dritte habe ich getötet nice nice try also wir müssen ernsthaft ein Salagou verteidigen gehen sonst haben wir da ich bin mit einem Schwertkämpfer dahinter aber das ist ein bisschen durftig Sepp ist auch da sozeren die haben wahrscheinlich keine Einheiten mehr die sind komplett down das ist echt durchgelaufen ich habe mir da seit Ewigkeiten meine Regierungsform nicht angetatscht ich bin so froh wenn ich halbwegs im Tempo durchkomme durch eine Runde das ist so krass das ist mehr so ein klicken, klicken, klicken man klickt ich bin schon froh wenn ich einmal pro Runde durch alle Einheiten durchkomme ja dann auch online das ist echt grausam so dort kommen gerade seine Schwerträger an bringt mir das was wenn ich hier Nahkampfwechsel eigentlich nicht kann die Wurst aber hier unten auch nicht angreifen wir stehen hier wirklich so komplett gegenüber ach scheiße jetzt bin ich auf dem falschen Platz gerodet sie scheinen Nagazagamu nicht ganz zu packen oder? also doch letzte Runde genauso viel Leben ähm weiß ich nicht weiß ich nicht irgendein Handwerker minus 10 Gold pro Runde kriege ich gerade ui kein Wunder wenn ich nie meine Regierungsform ändere ich komme da auch nicht zu das ist doch scheiße zwei Runden bis zum nächsten Zeit Alter na Biric soo soo wo kämpft er auch so meine Stücke weiter angegriffen entschuldig Reparieren verfügbar in drei Runden wir könnten Bula Vario so easy einnehmen unten wenn wir da ein paar Truppen hätten Alter regt mich da drüber gerade so auf sie rennen oh ich kann meine erste Mutter nie was hab ich auch nicht mitbekommen meine was fiend das da hab ich lange für trainiert ich hatte gehofft es wird Großkolumien heute für mich ich hab die letzte Nacht ich lag stundenlang wache um Haft Fiender zu üben Ungelogen echt mehrere Stunden lang mehrere Viertelstunden lang es war heftig es war echt heftig ein Tornado in meiner Stadt oder Hurricane oder was immer es ist also ich kämpfe hier gerade gegen zwei Leute ich weiß nicht was schlimmer ist oh die Stadt ist gefallen okay aber die Stadt die Stadt hat keine Stadtmauern jetzt das heißt wenn wir jetzt da reinkommen ja wir müssten recht schnell also wohl wenn du da weiter vorrückst was auch ich versuche ich auch hinzukommen ich hab ja gerade hier ein bisschen was hingebaut ich könnte auch das Lager fertig machen aber der hat oh der hatte einen Ritter drin wahrscheinlich haufenhaft sobald er die Stadtmauer gebaut hat kann das Lager auch feuern ich hab nur eine Einheit dort okay ich könnte Kumasi ausheben aber ich bräuchte dafür Geld und zwar 525 wahnsinnig ja ich hab minus 14 pro Runde und jetzt dunkles Zeit alter bei mir ja nach zwei großen ist das klar dass das irgendwann umschlägt ja ich muss ja zum einen meine Stadt verteidigen oh Gott oh ich hab die Monarchie das kann nicht sein oh ich hasse es wie die Pest Leute als nächstes rückt er wahrscheinlich gegen mich vor und ich hab kein großes Militär aufgebaut weil Forschung und Religion Bodyguards bitte kommen Alarm bitte alle Bodyguards zu mir rüber eilen jetzt sagt nicht ihr müsst euer eigenes Leben verteidigen im Augenblick also ich werde von drei Leuten gerade angreifen ich weiß nicht wen ich noch angreifen soll oh mein Gott ey ich werde jetzt hier unten meinen ich darf nicht als erstes ziehen ich kotze gleich sowas von dem Strahl das ist die die sind tot ach komm ich hab keinen Bock mehr das macht so gar keinen Sinn der Ritter ist halt hier unten 57 stark mein Renner ist 44 das kann nicht sein ich kann so nicht kämpfen ich verliere nur alle Einheiten da kann ich die krassesten Einheiten haben ist Peter gerade da ich hab ich kann TS leider auch nicht aufhaben ist Peter da nee nee er ist nicht da ich muss mal irgendwas tun damit wir hier damit ich nicht diesen Nachteil sonst gewinnen wir das Spiel auf gar keinen Fall wie kannst du den Kontakten ja ich kann gar nicht Kontakten also ja ich minimiere mal eben wir streamen auch wir sagen einfach allen unseren Leuten dass sie rüber gehen sollen in die anderen Streams und dort reinschreiben sollen dann Peter Sepp braucht deine Hilfe also ich weiß aber auch nicht genau wie also wie wie ich diesen dummen Fehler beheben soll aber es ist halt so ein Punishment wenn du die ersten drei Sekunden nicht machen kannst ja notfalls Neustart ich hab so viele Einheiten verloren aber ich hab voll die geilen Einheiten auch alle ja es wird schwer ich kann halt auch null verteidigen hier dadurch hallo freu dich hallo Sepp braucht mich ja bitte lass nochmal neu starten ich kann halt überhaupt nicht kämpfen ich verliere alle Einheiten er zieht immer als letzter deshalb verlieren wir nicht deshalb weil wir schlechter werden nicht deshalb aber das ist ärgerlich weil jetzt einfach ja sich die Verluste mehren dadurch dass ich nichts ziehen kann also unsere Petition einmal abspeichern und sie eine zweite Chance geben ja Neustart Peter ich weiß nicht mal ob das was bringt aber äh probieren wir uns nicht was ja klar also im Prinzip wenn wir bis zum Schluss durchkommen und wenn ihr nicht zu Offensiv spielt sondern mich verteidigt Forschungsmäßig liegen wir vorne Religionsmäßig liegen wir vorne im Diplomatie Sieg liegen wir auch vorne in drei Siegwaranten liegen wir vorne ihr müsst mich nur verteidigen ernsthaft ja also mehr als die Einheiten runter schicken kann ich nicht die sind jetzt gleich alle bei Kumasi aber das sind halt also der ist halt 15 Punkte stärker als ich mit seinen Rittern krass jetzt ist halt super stark ich bin in 30 Sekunden wieder da ich nutze die kleine Gelegenheit für ja ach komm ey ich kann auch nicht spielen ja das war echt leider ein bisschen belastend ey macht ja auch für dich so wenig Spaß ja so im direkten 101 ist es halt super ätzend ne so großartig kannst du ja vernünftig spielen aber wie ich merke halt Server steht wieder ich merke halt wie ich einfach ja ständig Truppen deshalb verliere wenn ich dann spielen kann dann sind die Hälfte meiner Truppen dann immer weg was willst du denn jetzt machen Sebastian willst du mal danach googeln vielleicht kurz oder was ist dein Plan jetzt einfach nur restart ich werde einmal Civilization reparieren lassen und googeln ok aber Peter ist schon mehr Action drin als sonst ne schon ganz gut ah ist voll geil super gutes Spiel ja richtig schön anzuschauen richtig schön Battle erst oben im Norden Battle dann unten im Süden Battle ein großes Hin und Her macht schon Spaß ah geil fällt halt auch echt viel an ich hab alles grafisch so weit runtergestellt ich hab nur ein Bildschirm dran also performance mäßig kann's das nicht sein es muss irgendwas wahrscheinlich netzwerkmäßig sein aber genau Internet eventuell also nicht direkt Internet sondern ich weiß nicht im Port oder ich weiß es auch nicht ich hab ja es kommt ja ich hab ja wir wir haben wir 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 haben wir Das war's für heute. Alle Daten erfolgreich überprüft. Ein Ladung ging noch keine raus, ne? Ich bin gerade wieder zurückgekehrt. Weiß nicht, du kannst das theoretisch, kannst du aber schon joinen. Wir warten eh auf Zap jetzt. Na dann. Alles super, was kein besprochen ist. Nutzt ihr die Karten mit in, man die Militäreinheiten schneller bauen kann? Ja, ja. Und macht es ja alles schon gut. Also ich schon, ja. Ich habe ja gerade Monarchie erforscht, habe drei Militärfelder, mache alles auf Bauen. Ich baue nur die Renner und die Muskeltiere. Aber die brauchen halt, beziehungsweise sind halt schwächer als seine. Also die Renner würde ich zum Angriff auf Städte nicht benutzen. Bei der Angriff. Ich weiß nicht, wohl Einladung kommt, Einladung kommt. Ich habe im Chat noch irgendeinen Hinweis, weil ich kann nicht sehen. Einladung angenommen. Also wegen, wegen deiner späten Zugmöglichkeit. Bram sagt übrigens, der hätte das auch. Chad, kennt ihr den Fehler? Wisst ihr, was Zap dagegen machen kann? Dafür hat Bram aber gerade ganz toll meine Bogenschützen da weggesnackt. Auf 1800 P stellen. Ja, ist. Prozesse im Hintergrund, alle schließen. Neuer PC, mehr CPU. Neuer PC ist geil. Grüße an den mit neuer PC, finde ich gut. Aktuell ist alles dumm, was da steht. Das ist nicht hilfreich, Sebastian. Ich habe keine hilfreichen Tipps für dich. Was sagt der Google? Nix. Okay. Aber Sif ist dafür nicht unbedingt das krasseste Forum. Ja. Hier schreibt einer was zum Netzwerk. Adapter. Adapter. Und ich schaue auch gerade mal parallel. Gibt es denn eine Netzwerkeinstellung hier irgendwo? Ich finde dazu auch nichts. Also hier steht, wenn man eine Sif 6 VPN runterlädt, wird das den hohen Ping eliminieren und man hätte nicht mehr dieses Delay. Also hier steht, man kann das fixen, indem man eine Powervolle Virtual Private Network Solution runterlädt. Und dann schlagen sie hier fünf verschiedene vor. Das klingt mir auch nicht so optimal. Ne, vor allem weiß ich nicht, wie verlässig. In unseren Tempeln singen wir gerne über Zapfsgut und die Sterne. Okay. Bei uns gibt's nur Erfolge und Jubel. Bei euch hören wir nur Gesturbel. Die kulturelle Revolution ist Metabolismus-Region. Und nun singt alle mit und packt euch in den Lied. Wir haben den Muttiere Helfer sogar drauf gemacht. Und dann singt alle mit und packt euch in den Lied. Heute Abend werden hier noch tausend Leute geflockt. B-U-L-L-I-S-B-U-S. Das ist das, wo jeder mit muss. Wir stürmen euer Gelände. Du hast schnell Bewegung an, oder? Wir haben alles an, ja. Kein Zünden, überall brennen und hackt euch ab. Ja, ich glaube, das ist irgendwas mit Netzwerk. Ping, keine Ahnung. Weil es ist ja immer nur am Anfang der Runde. Also ich habe ja nicht allgemein so einen Performance-Verlust. Ich habe immer am Anfang der Runde drei Sekunden, die mein Spiel einfach hängt. Und dann kann ich ganz normal weiterspielen. Und auch der Rundentimer ist dann, also es läuft ja alles weiter quasi. Und ich kann nichts tun. Aber egal. Probieren wir jetzt noch einmal, wenn nicht... Dafür habt ihr Rising Bull, also... Ja. Naja, ich bin ja mehr der Daumendrücker im Hintergrund. Ja. Okay, dann starten wir jetzt. Liebe Bodyguards, beschützt mich, als ging es um euer Leben und unseren Sieg. Es geht auch darum. Okay. Warum war oben? Von Angriff auf Verteidigung. Ja. Schützt mich. Forschungspunkte liegen wir vorne. Diplomatie-Sieg liegen wir vorne. Wir haben die einzige Religion weltweit. Wir haben drei Eisen im Feuer. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen. Wir müssen vielleicht, machen wir sowas wie im Hintergrund, ich habe einen Stadtstaat zum Beispiel, irgendwo weit hinten, weit im Westen, da bin ich so zerren, glaube ich. Da irgendwie Geld hin, Truppen ausheben, Leute durcheinander bringen, rumba ziehen, plündern. Weil ich habe noch nicht viel Geld, weil ich habe gerade meine Truppen abgegradet, damit ich besser klarkomme gegen die Leute, die anrücken, was ich ja eigentlich nicht sollte. Also, ne, aber das wäre eine Möglichkeit. Also, ich ziehe jetzt meine Einheiten zu Maracaibo und versuche es jetzt besser zu machen. Das sieht mir schon besser aus. Besser? Ja, es kann auch sein, dass es die erste Runde ist. Also, ich bin in Hongkong, so zerren, und die Hongkong-Truppen greifen dort auch das andere Großkolumbian an. Das ist Bram, oder? Ja, ich glaube, ja. Genau. Die Truppen kann ich auch ausheben, das sind allerdings nicht viele, aber dann würden wir auch mal endlich plündern. Ach, komm, wir machen das einmal, der verbrauche ich 145 Gold. Dann haben wir einmal Truppen geplündert und dann machen wir die fix und durcheinander. Geld habe ich allerdings keins. Kommt, kommt, kommt. Also, alles wie immer. Connoisseum gebaut, noch ein Weltwunder. Du oder die anderen? Ich. Wir. Oh, nice. Unser Weltwunder. Ich muss annehmen. Also, gerade greifen sie bei mir noch Bendu an. Wir können auch Allianzen machen, ne? Sehe ich gerade. Wenn du das schon kannst, kannst du das gerne machen, ja. Wir haben eine Allianz. Wir drei haben automatisch eine als Team. Ja, aber die Handelsallianz oder Forschungsallianz, sowas meint er. Ja. Das können wir zusätzlich noch machen. Was wäre denn am besten? Militärallianz. Plus fünf Kampfstärke. Ja. Ergib mir mal Militärallianz. Ja, mach ich. Hier sind noch die beiden. Ich kann, äh, ich kann, ich kann noch nicht, ich kann erst nächste Runde, ich kann nicht abbrechen. So weiter geht's, zockt er mir No Bamba da unten gleich. Wieso steht da die ganze Zeit Stadtmauern reparierbar in drei Runden? Das ist irgendwie eigenartig. Mit vielen Runden. Auch nicht so optimal. Eigentlich war das ein taktisches Timeout, damit Mike jetzt hier auch, äh, sein Reich mal managen kann. Hm. Ich find's gerade auch sehr praktisch. Ja, alles läuft rüber. Aber, ey, das, bis ich bei No Bamba, No Bamba bin, ich stehe an meiner westlichsten Stadt zwölf Runden, bis ich da bin. Wir brauchen eigentlich, ach du Scheiße, der hat schon zwei Bombarden. Ui. Also solltest du mit deinen Rittern vielleicht dann, ah, nee, auf die Bombarden, nee, die haben da, die haben da ein Lager schon. Du Scheiße. Deswegen, ja. Ich versuch halt jetzt hier die, die Stadt von Rating Bull zu verteidigen. Das ist, das würde ich, also versuch's nur strategisch zu machen, weil das ist eine Level-1-Stadt, die ist jetzt auch nicht unbedingt übelst OP. Er hat da ein Lager, wenn er rausrückt, kannst du es vielleicht machen, aber sonst würde ich erst warten. Sonst läufst du da an den Bombarden einfach auf. Nee, das mach ich auch nicht. Wir müssen echt ein bisschen defensiver spielen, weil wir haben gerade etwas viel verloren. Finde ich auch. Muss ich sagen. Ja, ist auch der Plan. Ich würde nur gern versuchen, Nobamba noch irgendwie zu helfen, aber bis ich da bin. Ja, ja. Aber es laufen Leute. Ich schicke da gerade Truppen hin, also mal gucken. Bei Rating Bull hast du das Angebot gesehen? Hm? Nee, welches? Ich hab dir Gold geschenkt. Oh, du bist ja furchtbar lieb. Ähm, Moment, wo ist es denn? Oh Gott, ich hab so eine lange Liste von Buttons. Bis ich die alle durch bin. Oh Gott, wie viele. Ich hab die nie weggeklickt. Das ist ja unglaublich. Hongkong hat uns den Krieg erklärt. Hongkong? Hm. Das ist, glaube ich, der Stadtstadt, der Rating Bull gehörte im Westen. Ah. Mhm. Den haben die sich geholt. Ja, scheinbar. Schweinebande. Hm. Wo ist denn dein A? Ah, da ist dein Angebot. Oh, wie lieb. Das ist aber echt entzückend. Ich nimm's an. Ich kann's ja auch jederzeit wieder zurückschenken. Ja, okay. Oh, ich werd massiv unter Druck gesetzt. Vom bösen Nils. Einmal sowas von heftig. Die Zulus marschieren bei mir ein. Das sind nicht unsere Zulu. Ich bitte herzlich einen Flankenangriff. Das ist schon krass. So, Rating Bull, ich mach dir noch eine Allianz. Das ist lieb. Ich hab jetzt ne Stadtmauer. Oh, nice. Das ist bei uns clever. Ist bei uns auch Militär. Ne, Militär geht nicht, wenn ich mit Sepp mache. Genau. Brauche ich wahrscheinlich ne Forschungs. Ja, Forschung ist besser als Wissenschaft. Bist du auch Wissenschaft? Äh, Wirtschaft. Ja. Ja, Forschungsallianz ist raus. Musst du auch nochmal annehmen. Ja, jetzt mit 127 bist du ja schon ganz gut dabei. Weißt du noch nicht so genau, auf welche Einheit sollte man jetzt so, so ein bisschen fokussiert gehen? Zu bauen oder zu forschen? Also in der Defensive natürlich Fernkampf. Feldkanone und... Feldkanone verteidigt Gutstädte, genau. Musketiere habe ich schon. Musketiere habe ich auch schon, die sind auch echt gut, aber... Writing Bull, wie hast du so schnell die Stadtmauer in Maracaybo hingekriegt? Durch Trick 17. Ich hab, ähm, was hatte ich gerade gemacht? Ich hatte irgendeine Politikkarte reingenommen. Ja, 100% gibt die. Genau, und dann habe ich gerodet. Das heißt 100% Produktion für Mauern. Durch die Erträge, okay. Dann habe ich mit deinem Geld, mit deinem Geld, Mike, habe ich mir das Geländefeld gekauft, wo ein Handwerker drauf stand, auf einem Wald. Nein. Du hast mir die Stadtmauer quasi geschenkt. Oh mein Gott. Dann habe ich gerodet und die 100% gelten auch für die Rodungserträge, die wurden dadurch verdoppelt. Das heißt, diese Stadtmauer, auf jedem einzelnen Stein steht eingekritzt, gespendet, sponsert bei Mike. Echt wahre Geschichte. Wenn ihr mich buchen wollt, dann besucht mich. Ja. Ja, und bedenkt, hier, ne, dadurch, dass wir neu gestartet haben, ist unendlich viel Zeit. Oh, wie lieb. Ich hab mir gerade schon Vorwürfe gemacht, wie lahmarschig ich bin. Ja. 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 Das wäre halt super geil, wenn das nicht bis zum Maximum, wo es irgendwie mega ausgereizt wird und jetzt drei Minuten da gezogen wird. Also nicht länger als 20, oder? Ja, nicht länger als 20 Minuten. Genau. Bei mir ist warten auf Böde, Felsen, die anderen. Okay. Sag mir Bescheid, wenn ich der Letzte bin. Was meint ihr, ob die Frieden annehmen? Ja. Hm. Irgendwie befürchte ich das nicht. Oh Gott, ich hab ein dunkles Seite, Alter. Das bemerke ich jetzt erst. Das ist so furchtbar. Ich auch. Ich kann jetzt endlich mal all die Sachen klicken, die ich vorher nicht geklickt hab. Ich bin so glücklich. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Was ist das richtigste hier? Warten wir auf Nils, richtig? Naja, genau. Also steht bei mir zumindest. Bin ich sehr beruhigt. Ich glaub, wir sind Trashtock mit Bram. Ein bisschen reizen. Ja, ich glaub auch. Oh, er hat hier seine Einheiten gemoved. Ach, was? Und ich kann nicht mehr angreifen. Ach, das ist so kacke. Du kannst in der Runde kannst du den Timer nicht mehr abbrechen. Jetzt hat er in der Runde einfach alle seine Einheiten hier an mich herangerückt. Das ist natürlich jetzt scheiße. Jetzt geht die hier oben auch noch auf den Sack. Ich versuche, so gut es geht, auch was mit zu verteidigen. Aber das Gefühl, ich hab ja auch alle Hände voll zu tun. Ja, das ist nur Bamba. So ewig brauchst du die Stadtmauer noch hochzuziehen oder schießt er die ganze Zeit da drauf? Nee, nee, nee. Durch den Vulkan ist die kaputt gegangen. Und dann braucht die, glaub ich, fünf Runden, bis das du überhaupt reparieren darfst. Oh Mann, ey. Und da sind noch drei Runden drauf, bis das ich die reparieren kann. Also das ist halt unfassbar dumm. Also ich kann durchaus gehen auf, ich setz mal eine Runde aus und es geht schneller. Aber worauf muss ich klicken? Weil alle warten auf mich. Alle warten auf dich. Ich kann gerne mal sagen, hier, eine Runde weiter. Was muss ich drücken? Steuerung und Enter oder was? Shift und Enter. Da komm, ich opfere mich. Ich mach eine letzte Aktion noch. Eine letzte Aktion. Und jetzt Shift und Enter. So viel musst du noch tun? Krass. Herrlich. Okay, mein Leck ist immer noch da. Ich kann auch irgendwie das... Ich hab totale Probleme, die Karte mittlerweile sauber zu erkennen. Im dunklen Zeitalter, alles verschmutzt. Ich bin da die ganze Zeit mit einem Brillenputztuch da und versuch den Monitor sauber zu wischen. Bin immer nur in einem dunklen Zeitalter. Das ist total frustrierend. Ja, das heißt, ich baue jetzt eher nicht bombarden, ne? Nee, nee, nee. Bombarden sind das allerletzte, was wir brauchen. Normale Fernkampfeinheiten zur Verteidigung und ein paar Dickenarkampfeinheiten davor. Als Schutz. Ja, ich balle Muskeltiere. Warte mal, da oben kommt ein Bombarde an. Oh, oh, oh. Da will einer an seine Stadt zurück. Was ist das für eine Stadt? Ist ja richtig kacke. Nur Bamba? Ähm, du weißt, du musst die Stadt mal manuell reparieren, ne? Ja, ich kann es aber erst in drei, in zwei Runden. Alles klar. Das weiß ich schon. Wir haben ein bisschen Bock, seine grüne Stadt, die er gerade eingenommen hat. Ach komm, ich kann eigentlich nicht ziehen. Also entweder renne ich da jetzt rein, bevor die Stadtmauer da ist. Irgendeiner von euch anschauen, als zu zerrehen. Also, oder Aktien drin, muss ich sagen. Wo willst du reinrennen, Sepp? Entschuldigung. Ja, an Nganzu-Morganu. Ah ja, okay. Erst klar, danke. Weil, wenn da einmal die Mauer steht, ist da halt Rüppner. Und das hat uns wieder Krieg erklärt. Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Junge, Junge. Junge, Junge. Oh, ich muss da... Oh, shit. Okay. Ich muss jetzt eher gucken, dass ich hier nicht selber überrannt werde. Hat der einen Kuh, hm? Jetzt rückt er nämlich aus und will mich haben. Der hat einen Kuh, hm? Sau. Ich schicke dir mal eine Einheit rüber. Nächste Runde, die ein bisschen hilft, aber das... Ich schicke auch alles hin, was ich habe. Ich habe eher ein Kohleproblem, also ein Geldproblem. Mike, soll ich dir das Geld zurückschicken, was du mir eben netterweise gegeben hast? Ernsthaft? Nee, 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 alles gut. Alles gut, alles gut. Also, wenn du was übrig hast, gibt es da. Ich habe nämlich minus 15 pro Runde, das ist nicht so lecker. Ich schicke dir auch Geld rüber. Das will... Äh, es ist gerade wirklich ein Siedler gestorben durch den Tornado. Was? Ja. Geld ist unterwegs. So, zu Glück. Für immer in der Hoffnung, dass ich nicht dem falschen Chakka das geschickt habe. Ach du Scheiße. November, es geht echt zu. Hm, hm, hm. So, jetzt will er es aber wissen, ja? Ach nein, der, der, der Vulkan ist schon wieder ausgebrochen. Der bricht einfach die ganze Zeit aus. Deshalb kann ich es nicht reparieren. Der Vulkan bricht alle paar Runden aus. Ui. Das klingt plausibel. Bitter. Das ist bitter. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was hier, was hier los ist. Alter. 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 Danke für das nette Gold. Gerne. Oh, er hat schon mal seinen Armbrotstützen verloren. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal falsch. In das Lager komme ich nicht rein von ihm. Da ist ein Bombardenchor. Wenn ich daran vorbeiziehe, macht er mich platt. Nee, genau, das, das würde ich auch nicht machen. Nee, da kannst du, da kannst du vielleicht erst mal sonst aussitzen. Wir müssen versuchen, diese Stadt zu nehmen. Oh, hier oben, hier oben geht jetzt ab. Hier möchte jemand meine Stadt zurückerobern. Ja, das ist ein bisschen belastend. Ich habe hier so einen richtig krassen Armbrottschützen drin. Der tut weh. Oh, Bram kommt auch mit Armbrottschützen an. Was ist denn? Schütze. Hä? Ich bin früher. Bulavajo ist halt auch super Schanz da, ey. Bulavajo könnte man einfach nehmen, wenn da nicht drumherum sowieso schon zu viele Einheiten sind, die einen angreifen. Das ist... Hier, das Problem gerade. Ach komm. Guck mal, mein zweier Ritter da. Der dürfte jetzt sterben. Und, ist er schon tot? Nee. Alter, das war knapp. Jetzt bricht bei mir auch der Vulkan aus. Also, wir haben auch kein Glück mit den Naturkatastrophen. Das ist sowieso nicht. So, ein Ritter von ihm ist schon mal weg. Ähm, da gerade... Oh, war der auf mich geschossen? Hat der mein Lager kaputt gemacht, die Sau? Kann nicht sein, ja. Frechheit! Absolute Frechheit. Okay. 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 Ja, also meine Einheiten sind jetzt natürlich da. Mhm. Prima. Das reicht jetzt zur Verteidigung aus. Ja, das ist okay. Wir müssen eigentlich einen Nagasar-Ramu angreifen. Wir sind gerade im Vorteil. Er hat ordentlich Truppen verloren. Mhm. Also ich kann da reinhalten. Aber das hat eine Bombarde. Das hat eine Bombarde im Lager drin. Die zerschießt das echt viel. Ne, greift direkt die Stadt an. Greift direkt die Stadt an. Soll ich reingehen? Die Stadt kann ja nicht feuern. Nur die Bombarden kann fallen. Wenn du von links aus... Obwohl, ich würde erst die Truppen. Ne, ne, ne. Einfach die Stadt angreifen. Und ich versuche auch die Stadt mit anzugreifen. Und die hat ja keine Mauer. Die kriegt ja super viel Schaden durch die. Also wenn ich gucke, ich mache die Hälfte Schaden mit meinem Ritter nächste Runde. Das lohnt sich. Wenn wir nächste Runde da einfach rein rennen, ist das schon ganz schön OP. Da wir nur nächste Runde nicht die Mauer haben. Ja, wir können es riskieren. Müssen wir. Sonst wenn die Mauer steht, dann ist... dann ist... Mh. Hat denn hier schon wieder Krieg gemacht. Und noch ein Barbaren... Ein neues Barbarenlager, jawoll. Uh, meine Amro-Schützen sind so sick. Uh, sind die gut. Spannend, ey. Das geht richtig ab. Voll nice. Ich könnte... Ja. Ich will nicht meckern. Ich will nicht schmecken. Ich will nicht schmecken. Ich will nicht schmecken. Wenn wir ihn irgendwie verteidigen können, sieht es gut aus für uns, also... Naja, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt einfach den Nils ein bisschen zurückschlagen, weil Bram und... ähm... die beiden reingehalten. Aber... Ja... Vielleicht... Vielleicht schwittelt der noch. Ich ziehe halt später. Das wäre nice gewesen, wenn ich auch ein Feld gehabt hätte. Weil dann hätten wir die Stadt schon gehabt. Jetzt können wir sie nicht holen. Was ist denn die Sache? Das hat so seinen Nachteil hier. Egal. Kriegen wir. Kriegen wir schon hin. Irgendwas bei... bei Kultur, wohin man forschen sollte. Wo ist diese Rationalismus-Karte? Gibt es einen Stadt-Stadt? Ich habe Gesandte übrig, den ihr gerne weg hättet aus dem feindlichen Lager. Du hast Gesandte über? Mhm. Drei Stück. Also ich bin gerade dabei, Anshan für uns zu gewinnen unten. Da habe ich fünf im Augenblick. Ah, dann beider du rein. Ich hatte vorhin gefragt, aber ich glaube, das ging ein bisschen unter. Dann gehe ich da nochmal wirklich rein. Ja, ja, ja. Geh da rein. Ich habe nur zwei. Zack! Wo ist nur die da? Kann ich jetzt mal bald meine Mauer reparieren? In drei Runden. Ja, komm. Ja, da steht die ganze Zeit. In drei Runden kann ich die Mauer reparieren. Auch wenn er nächste Runde die Mauer hat, dann raste ich aus. Ernsthaft. Bitte nicht. Nicht ausrasten. Komm schon. Komm schon. Nein, Sepp! Er hat eine Mauer. Mist. Rückzug, oder? Wir müssen aber nur den Lebenswagen runterkriegen. Ist sie voll? Ist sie full live? Ich sehe es ja noch nicht. Sie ist voll, sie ist voll. Und... Ja, sie ist voll. Scheiße. Und jetzt ist der Krieger tot. Fuck! Ja, weil... Rückzug. Letzte Runde hätte ich... Letzte Runde hätte ich den nehmen können. Nein, nein, nicht Rückzug. Nein, 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 nein. Wir nehmen da noch seine... Also auf der rechten Seite ja, weil da steht die fiese Bombarde. Habt ihr Kohle? Kann ich Bombarden kaufen? Mit 71. 270? Wie viel brauchst du? 560 brauche ich. Das ist ein bisschen viel. Ah, ist viel eng. Ähm... Wie lange brauche ich für einen Bombarden zum Bauen? 7 Runden. 7 Runden. Oder aber auch 7 Runden. Ich kann 7 Runden anbieten. Kriegt er mein ganzes Gold? 4. Ah... Alter, genau die eine Runde. Ich raste aus. Ich schau mal nach, Sepp. Wenn ich die nächste Runde nochmal schicke, könntest du sie vielleicht kaufen. Oder übernächse. Er hat dann nur noch den einen Ritter. Und den einen Bombarden. Ja gut, die Bogenschützen... Ja, die sind nicht schlecht, aber... Also wir sollten da stehen bleiben und auf unsere... Oh, 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 er macht seinen Zug bei mir. Er macht seinen Zug bei mir in Nobamba. Das ist... Das ist auch okay. Okay. Versteh schon. Da kommt mein... Pferdekor an. Da drauf gehen. Das wär... Nein. Versuch ihn zu backstabben ein bisschen. Alter, macht das zum Schaden. Oh, Vegeta hat die Stadtmauer verloren. Oh Gott, ich könnte... Ey, wir haben auch echt ein Pech, ey. Ja. Also ich weiß ja nicht, was die alles einstecken müssen an Naturkatastrophen, aber das ist echt bitter. Jetzt hat er hier oben einen Renner? Komm. Jo, Vegeta hat auch noch die Mauer verloren und dann steht da ein Renner neben. Ach komm, dein Ernst? Was, dass die ganze Mauer kaputt geht jedes Mal. So, meine Muskeltügel kommen, Sepp. Und jetzt gleich da. Wieviel brauchtest du? 590? Äh... Ja, ich brauch noch 200. Oh, er hat seine Pferde weggezogen. Sehr schön. Pferde weggezogen. Also theoretisch, wenn du mit deinen Muskeltieren auch mit rennst. Ja, ich komm. Gleich. Ne, so ab nächster Runde oder so. Wird es was geben. Ich versuch auch, Bulawayo parallel anzugreifen, dass egal was passiert, wir eine Stadt bekommen. Mhm. Ein dunkles Zeitalter ist jetzt aber nicht so geil. Muss ich jetzt mal einfach so sagen. Weil, bevor der nämlich technologisch soweit ist, dass er Feldkanonen und sowas hat, dann kriegen wir die Städte da überhaupt nicht mehr. Wenn er Feldkanonen hat, dann setzt er die da rein und dann sind wir, sind wir am Arsch. Curassier hat er jetzt. Was? Er hat Curassier, Curassier. Was ist das? Curassierer. Curassierer, ja. Ach, gegen Pferde, ne? Das sind Pferde, oder? Ach so. Ich, ich hab keine... Ach da, oh, das sind die fetten Ritter. Mhm. Oh, blutig. Ja. Aua. Was macht er denn jetzt hier? Scheiße. Kann ich aber auch jetzt bauen. Baue ich jetzt auch. Ich kann mit dieser einen scheiß Stadt, ich kann die ganze Zeit nicht angreifen. Ich hab in der Stadt den, den Verteidigungsgeneral. Ich kann aber nicht angreifen, wenn ich keine Stadtmauern hab. Und ich kann die ganze Zeit diese Stadtmauern auch nicht ballern. Das ist doch... Das ist echt zum Mäuse melken hier. Zum Mäuse melken. Ich hab in vier Runden die Kavallerie. Ja, nice. Ich hab sie tendenziell auch schon... Also die Curassen hab ich auch schon, aber... Soll ich mal hier... Komm, ich geh mal um hier rein. Deshalb kannst du mit den Einheiten bei NordVengu ein bisschen runter gehen, dass meine nachrücken können? Oder... Was kann ich dir machen? Können die in das Land von Nils reinrücken, damit meine nachrücken können? Ähm... Oder heilst du dich da gerade? Warte... Weil ich... Ich kann sonst nur bis das Bombarden fällt und dann... Ähm... Kannst... Du... Warte, der kann auch so? Der kann auch so? Wohl, kannst du mir dein... dein Money geben? Dann kann ich da einen Bombarden kaufen. Ja, 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 ja. Dann können wir weiterziehen. 560 brauchen wir. Noch mehr. Ich brauch noch... Ich schick dir alles rüber. Alles an Sepp rüber, ne? 250 und dann können wir eigentlich angreifen, ja. Dann lass mal ziehen. Dann lass mal draufziehen. Geld ist rüber. Ist tot. Oh shit, oh shit, oh shit. Annehmen. Oh nein, das war die erste... Spur war zu lang. Och komm ey, kann das nicht einfach mal ein bisschen lang dauern jetzt? Also ich bin jetzt reingezogen, ne? Du müsstest dann hinterher ziehen. Ne, ich bin dabei. Nice. An der Bogenschütze... Wo wollt ihr reinziehen? Nagasagamu. Ah ja. Ich bin der einzige, der die Städte umbenennt mit Sepp ey. Ja, ich hab mir... ich hab mir mal... irgendwann hab ich mir mal Zeit genommen, aber... die kommt mir nicht wirklich dazu. Ne, nicht so wirklich. Die nächste Naturkatastrophe. So, die haben wir auch getaket. Den taket wir auch. Jetzt auch weiter. Ich jetzt die Mauer bauen. Stadtmauer muss repariert werden. Yes, eine Runde noch. Also ich verliere gerade alle Einheiten dort, ne? Ihr müsst ein bisschen... Kann der Bogenschütze... Nein, jetzt mit dem Ritter hat der den Bombarden einfach weggemacht. Nein! Das waren 560 Gold. Oh je. Dann pack mal den Bogenschützen da weg. Dann kann ich da rüber laufen. Kann ich nicht, ich hab den... den angegriffen gerade. Und mein Ritter ist weg. Wir kriegen diese Stadt niemals. Also gerade kriegen wir die auf gar keinen Fall. Mein Ritter ist weg. Deine Einheiten sind weg. Unser Bombarde ist weg. Scheiße. Jetzt rennt er hier wieder mit Rennern durch die... Durch das Hinterland? Checkt ab. Der ist am scouten, die Sau. Ich könnte so kotzen einen. Ja, wahrscheinlich Handelswegeblinsern. Ja, oder so, ja. Das ist natürlich auch gut. Also wenn ihr halbwegs durchhaltet... Wie gesagt, von der Forschung sieht es richtig gut aus. Die Arbeitsteilung, die wir vereinbart hatten, klappt da eigentlich gut, ne? Ihr müsst nur die Front halten. Und gucken, dass man mich nicht fertig macht. Wir haben einen bei uns, der halt nur Forschung macht. Ja. Wobei, es wäre auch ganz cool... Wo bist denn du forschungstechnisch gerade? Ich bin im Industriezeitalter zu Beginn. Also wenn du mal eine coole Einheit bauen kannst, so Flieger oder so. Mit denen kannst du uns ja unfassbar gut unterstützen. Das ist eine gute Idee. Ich könnte eine Sache ausprobieren. Ich baue gleich ein Diplomativviertel, vielleicht... Pardon, einen Regierungsplatz. Ich gucke mal, was es da an Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann ich in meine Glaubenspunkte da investieren, in was Feines. Aber es dauert vermutlich zu lange, bis ich damit an der Front bin. Ach du Scheiße, ist das stark. Oh mein Gott, sind die stark. Also Bulavajo ist auch echt fies eingekesselt. Da ist mein Bombarde fertig. Nice. Okay, mit dem müssen wir jetzt losziehen. Ach du rennst gerade schon rein. Ja okay, mein Ritter hat gerade getankt. Der wird nicht viel machen, aber so kann ich ihn vielleicht ein bisschen ablenken da. Ja, dann kriegt vielleicht meine Einheit da gerade ein bisschen weniger Schaden. Alter. Das bei Nagasamu ärgert mich halt. Das sind jetzt alle Musketiere. Aber da reinlaufen bringt ja jetzt auch nichts mehr. Ne, vor allem sein Scheiß-Ritter ist fast tot, ne. Jo. Und bitte erinnert mich nächste Runde meine Diplomatie zu wechseln. Bitte. Nächster. Das ist jetzt schon so oft vergessen. Ich könnte auch mal hier was verändern. Das ist so fatal. Wenn man es vergisst, ja. Hoi. Das machen wir jetzt als allererstes. So. Der Renner ist so viel tot. Ja, das ist ganz okay. Das ist ein Stern. Mal nice, dass der getankt hat. Wo ist denn, warte mal, wo ist denn dieser Luftballon? Dieser Ballon zum weiterschießen. Aufklärungsballon. Was war der denn nochmal? Der kommt... Wie sehe ich den denn nicht? Der kommt mit der Luftfahrt zu Beginn der Moderne. Ah, da, Luftfahrt. Oh, das ist noch... Die brauche ich nämlich. Aber da bin ich noch weit von weg. Oben sind schon wieder Pferde. Also, die versuchen uns echt einfach zu nerven auch teilweise. Kann das sein? Ja. Ist auch eine gute Strategie. Das sollten wir aber machen. Wir buttern hier voll rein und die rennen hier einfach nur wie die Bekloppten durch die Gegend und snacken sich hier und da was. Fremder Kultursieg steht bevor. Großkolumbien muss nur noch die Kultur eines weiteren Spielers übertreffen, um einen Kultursieg zu erringen. Also ab. Was? Unser Team liegt... Ach, das sind wir ja. Du! Du bist bald mit Kultur durch? Nein. Was? Neue Runden! Tatsächlich? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was? Ist Peter da? Peter ist nicht da. Lass uns so tun, als wäre das unser Plan gewesen. Alle die gerade zuhören, das ist unser Plan. Die sind so blöd, dass die es nicht gesehen haben. Wir erzählen da gar nicht drüber, weil sonst wird Peter wieder rüber. Ach, wir haben eigentlich nicht gesehen, dass da gleich was ist. Das gibt's ja gar nicht. Alle Chats, die hier sind, stillschweigen. Leute, wer von unseren Chats geht einer rüber? Nicht wer petzen, Leute. So, hier, Abstimmung. Abstimmung, Abstimmung. Wir streamen dann auch was anderes. Wir streamen gemeinsam den Ponyhof-Simulator, wenn das Spiel abgebrochen wird wegen voreiligem Sieg. Das ist alles okay. Ihr seid ja dabei beim Ponyhof-Simulator, oder? Ja. Ne. Gut. Der legt wenigstens nicht hier am Anfang an der Runde. Wer weiß. Okay, Abstimmung. Stimmt ihr wieder für mich und einen für uns und Diplomatie-Siegpunkte? Allein schon zur Ablenkung. Militär-Stadt-Staat nehme ich einfach Joker-Politikarzt. Oh, was ist da? Was nehmen wir da? Ich hab die Monarchie. Habt ihr die auch schon? Welche beiden Regierungsformen habt ihr? Ich glaube nicht. Aber sonst nehmen wir Monarchie. Ich hab's glaube ich noch nicht. Ich hab Monarchie. Wir können auch sehen, was die anderen haben, glaube ich, im Diplomatie-Menü. Kann mal einer gucken gehen? Ich kann auch selber gucken gehen. Was hättet ihr gerne bei den Handelswegen? Ich. Das ist mir egal. Ich hab eh keine Handelswege wirklich. Also, der Bödefels hat Oligarchie, der Maurice hat Oligarchie und der... Auf gar keinen Fall Oligarchie. Also die nicht. Der Bram hat klassische Republik. Dann lass uns auch klicken auf Regierungsform verliert, einen Joker-Politik platzen. Wir stimmen alle für Oligarchie. Oh, das ist noch viel besser. Okay. Was habt ihr für Stadtstaaten gemacht? Äh, ist egal. Wünscht euch was. Ich mach's. Äh, ich brauch mir nix wünschen. Mach Militär-Stadtstaat. Ich handel sowieso mit keinem. Wo sind die denn? Achso. Haben die irgendwo... Da mach... Da mach... Da mach... Was gelb nochmal? Gelb ist Handelsstadtstaat, ne? Für gelb? Ja. Für Handelsstadtstaat. Da handel ich mit. Das heißt, soll man alles geben, auf alle Stimmen geben, auf Regierungsform einen verlierten Joker-Politikplatz Oligarchie oder alle für unsere Diplomatie-Siegpunkte? Diplomatie, oder? Diplomatie gehen die eh nicht. Also Diplomatie kannst du ein paar machen, aber Oligarchie vielleicht ein... Also mach 50-50. Ich glaub nicht, dass die... Okay. Dann machen wir 50-50. Zwei und drei. Ich mach fünf und sechs. Ich hab... Was hab ich denn? Ich hab richtig vier Punkte reingebuddert. Vier und vier oder so? Ich hab auch 4-4. Okay, dann... Ein... Ab die Post. Du kriegst sowas von der erste Zeit, Alter. Resolutionen. Oligarchie verliert den Joker. Oh, Bram kriegt einen Siegpunkt. Zweige bekommt er sogar. Ja, war ja immer, ne? Wir führen trotzdem weiter. Jetzt müssen wir das nur noch zu Ende schaukeln. Leute, aber jetzt geh ich gnadenlos auf Kultur. Das war ich vorher noch gar nicht. Ach doch, warst du, warst du, warst du. Ich glaub ich hab keinen einzigen Theaterplatz gebaut. Aber ich hab noch nie über Kultur gewonnen. Was brauchst du dafür? Was muss man da machen? Kultur. Haufenweise Kultur und... Also vor allem Tourismus eigentlich. Tourismus gibt's eigentlich in dieser Phase noch gar nicht richtig. Wieso kann ich mit meiner Stadt Nubamba eigentlich nicht angreifen? Kann man... Kann man da nicht... Aber du kannst nur Einheiten angreifen, ne? Du kannst keine Städte damit angreifen, richtig? Was würdest du machen? Du willst in Nubamba mit der Stadt was angreifen? Äh... Die andere Stadt. Das geht nicht nur. Achso. Ne, das geht... Also... Ich glaub das geht nicht, ne. Äh... Braucht jemand Gold für irgendwas? Sonst würde ich's selbst verwerten. Ah, so ne Stadt bei mir im Hinterland hat Probleme. Das ist nicht siegentscheidend für uns. Ähm... Warte, lass mich... Oligarchie noch. Oh nein, Sepp. Äh... Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Äh... Nächste Runde kann ich dir Gold geben, äh... Rating Bull. Ich mach grad 50 die Runde. Und du hast Monarchie, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht behalten wir's einfach zurück für den Fall, dass es irgendwo anders wichtiger ist. Dann mach doch mal gleich Monarchie auch. So, mein Tank ist grad gestorben. Was stirbt denn hier grade die ganze Zeit? Shit stirbt hier grade, okay. Ach Mist, ich hab mich verklickt. Okay, ich hab jetzt drei Bombarden. Ich kann ein Pantheon gründen, jawoll. Also ich werd jetzt mal gucken, dass ich nach Bula... Bula... Bula Wacho oder Boomster gehe. Oh. Oh nein, das war ein Fehler. Sind meine Ritter tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein großer Fehler. Ich muss mal wieder festhalten, dass das alles hier scheiße läuft. Nein, nein, nein. Geh wir hin. Ernsthaft? Alter. Okay, es läuft doch scheiße. Ich hatte grad nen Barbar mit ner Feldkanone zerstört. Hä? Wow. Ah, der Kultursieg, der angeblich ist schon wieder weg. Die Anzeige. Ja, war wahrscheinlich so ein Anzeige-Bug. Bisschen. Der ist weit weg. Ja, wir liegen tatsächlich weit vorne. Wahrscheinlich, weil ich so viele Weltwunder gebaut hab, aber... Ich hab mich so erschrocken, als Seth das eben gesagt hat. Das wär aber so geil gewesen. Ich guck mal. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Kultur gebaut bekomme. Ja. Der Böde fällt, ey. Der Böde fällt, ey. Bist du mit deiner Religion eigentlich schon ganz gut dabei? Du hast 1500 Punkte, du ballerst jede Runde irgendwie ein? Ja, also nutzt es eigentlich nur dafür, um euch zu missionieren, denn eure Städte sind dann kaum stärker in der Verteidigung. Aber du könntest ja auch theoretisch sie übernehmen und dann gewinnen wir einfach so. Ja, aber die müssen ja nur eine Einheit auf unsere... auf meine religiöse Einheit draufziehen und dann ist die futsch. Also eine Militäreinheit im Krieg. Ja. Das ist insofern sehr unwahrscheinlich. Alter, das ist doch so eine Scheiße hier. Mit Gold bin ich nicht wirklich gesiegt, leider. Mit Luxusgütern auch nicht. Könnt ihr noch was traden? Ich hab in jedem... jeder Stadt hab ich... echte Luxusprobleme. Ähm, hier, wir können Trade machen mit Bernstein und Quecksilber. Bringt das was, wenn du etwas bekommst, was du noch nicht kannst? Wenn ich davon eins über hab, äh, könntest du das gerne haben, ja. Ah, ne, hast du nicht. Ähm, egal, komm, ich schenke dir eins. Also wenn du davon eins über hast, ist... Ne, hab ich nicht, aber das passt schon. Also sonst keine... Ähm, und Goldzap, damit du... Hast du nicht Weihrauch auch, äh, wohl? Ähm, ja. Hab ich euch schon geschickt, Räucherwerk, glaub ich, ne? Ja, aber das musst du alle 30 Runden... Oh, oh, äh, in Gazagamo wurde geschwächt durch, äh, Fluss. Was ist denn Gazagamo? Ja, die eine Stadt da unten. Wow. Und seine Einheiten wahrscheinlich da. Ich hab Bombarden gerade bei Bula Vario. Mhm. Wenn wir da rüberziehen können. Soll ich rübergehen? Warte mal, ich versuch einen Bombarden rüberzuziehen zu dir, kannst du da den Weg freimachen? Warte, dann zieh ich mit dem Muskeltier... Bei Bulma? Ich zieh mit dem Muskeltier rein. Und schick ein Muskeltier zu Bula Vario. Ja. Um zu unterstützen. Das wär gut. Weil da kommt gleich nämlich sein... Sein... Sein Curasier kommt gleich rübergerannt. Das seh ich nämlich schon. Jaja. Und, äh... Ja, jetzt kannst du mit Küra nix machen. Alter, sein Curasier 82. Jaja. Ja, beide, äh, Luxusgüter sind euch überreicht worden. Müsst ihr nur annehmen. Ja, hab ich schon gerade. Danke. Oh, du könntest da easy reinrennen in die... Die Kacke. So, den Renner von... Brammen... Snack ich mir gleich. So, ich riss... Ich geh voll auf weiter in Friedli spielen. Auch bei der Wahl meiner Gebäude. Ich verlasse mich einfach drauf, dass ich mich um nix kümmern muss und hoffe das klappt. Das hoffe ich auch. Ich hoffe das auch. So, ich müsste jetzt... Also, ich werde wahrscheinlich jetzt Gold selber sparen für mich, weil ich kann meine ganzen Einheiten auf Cavalry jetzt upgraden. Oh, great. Servus. Ja, ich gehe ihm. Ah. Scheiße, mein Morado werde ich gleich verlieren. Kann leider auch nicht in sein... in sein Lager da reinrennen. Dann müsstest du gleich mal gucken, ob du mit deinem Hüter reinkommst. Jo. Krasses Match hier. Jo, auf jeden Fall. Guck mal. Guck mal, ich verliere jetzt auf jeden Fall den Baden. Das ist so bitter. Naja. Weg ist der Renner. Au. Hm, wie sehr eine Abstimmung. Ich lasse im Hintergrund meinen eigenen Stream laufen. Wir liegen wenige Prozentpunkte vorne. Man glaubt an uns. Was? Zumindest eine Mehrheit von 51,2 Prozent der Stimmen. Wir liegen haushoch vorne. Man glaubt an uns. Also, du bist gerade auf dem Weg nach Nangasamu. Guck ich? Ja. Ja. Ähm. Ich ziehe jetzt die einen Muskelteam rüber zu Bulawayo. Und der Rest... Wenn du da in das Lager könntest, das wär übelst neins. Ja, du musst die Bombarde zur Seite ziehen, dann... Ja, der läuft gleich einmal rum. Kannst du Nombamba rein? Sind die Stadt schon rein? Da kann ich nicht rein, wenn es dann fällt. Ach, das geht nicht. Okay. Kannst du mit der Bombarde rechts mal zu Nombango ziehen, dass man Muskelteam da rein kann, dann schick ich den zweiten noch mit. Äh... NotWengu? Genau, also die Bombarde bei NotWengu zu NotWengu ziehen. Ja, das kann ich. Genau. Denn das eine Feld konnte ich noch. Geil. Geil. Ziehen. Scheiße. War auch noch so lange zum Laufen, ne? So. Kavallerie. Oh, du hast auch schon Kürassen? Nice. Ja, ja, ja. Die kommen jetzt alle. Oh, das kriegen wir jetzt, Leute. Er hat abgelassen. Er hat abgelassen. Er geht verteidigen. Er geht jetzt rechts verteidigen. Ja. Was für Wendungen hier? Oh, er hat eine Bombarde gekauft bei Bulevaio. Oh, dunkles. Dunkles. Ja, ich auch schon wieder. Was hat er gekauft? Bombarde. Bob. Hä, warum? Oh ja, IC. Hoppla. Ich kann keine Widmung. Achso. Ich darf drei Widmungen. Haltenzeit, Alter. Ich hab sogar drei Widmungen. So, jetzt müsstest du mit deinem Dud da reinziehen können. Oder kann er nicht so weit laufen? Er kann nur ein Feld. Ein Feld kann er nur... Ah, Story of my game hier. Oh, ich weiß nicht. Ich werde angegriffen von Hunza, dem Stadtstaat. Hm. Da wurden ganz viele Muskeltiere ausgehoben. Ähm. Wie viele Gesandte hast du in Hunza? Ah, Bram hat acht, ne? Ich hab sechs. Hm. Ja, aber das müsste die Quilin ja schaffen. So, du müsstest jetzt rauf auf Nagasagamu, damit die Bombarde beschützt wird. Okay. Du bist hier so stark, ey. Egal, Mann. Das ist ekelhaft, ne? Äh. Genau. Ich versuch mein Bestes, aber... Ja, ja. Ist gut. Ist wirklich ekelhaft. Ich mein, der ist mit seinem Kürassier stärker als meine Cavalry. Ja. Die sind auch stärker generell, seh ich grad. Ja, die sind insgesamt auch stärker, ja. Okay. Aber ich hab auch zwei Kürassen hinten. I try. Oh, Annehmlichkeit könnte wieder in den Griff gekommen. Ich muss ein Wissenschaftler, der das Heureka von irgendwas auslöst. Ich mach's das. Ich mach's das. Ich mach's das. Ja, das klappt. Verteidigt mich, als hinger auch unser Sieg davon ab, kann ich noch sagen. Weil ich kann alle zwei Runden Kürassierkorb ballern. Oh, Bram hat gerade seine Armee verloren gegen mich. Uuuuuh, weil ich in Runza ihm den abgesnackt hab. Geil. Oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Ich find's ganz gut. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Das ist natürlich jetzt bitter. Ja. Ich merk gar nicht, wie ihm geschieht hier. Ja. So, jetzt hab ich immerhin Rennasch. Ach, äh, Kürassier auf Stufe 2 am Start. Also, ich hoffe, dass wir Bola Vario gleich kriegen. Wenn du da das Lager übernommen hast, also greif das nicht direkt an, bitte. Ich schieß dir das frei, dass du gar keinen Schaden nimmst. Ja. Und dann gehen wir direkt weiter in die City. Alles klar. Ich hab sechs Gesandte. Gibt es einen feindlichen Stadtstaat, den ich übernehmen sollte? Zum Beispiel Hongkong oder irgendjemand? Nee, gerade nicht. Oder vielleicht mal auch einen Hunza reinballern, weil ich glaub, du machst mehr Gesandte. Hey, aber ich hab ja acht. Wie viel hast du schon in Hunza drin? Aber er produziert halt so viele immer, weißt du? Ach so. Ja, ja. Hey, du. Aber Bram hat schon das Geld ausgegeben, wenn das jetzt weg ist. Dann ist es weg, oder? Dann ist es weg, jaja. Ja, dann hat er jetzt hier 500 oder was ausgegeben für Lau. Ansonsten, Anshan gehört dir schon, ne? Ja. Oh, schon wieder Tourismus-Sieg in greifbarer Nähe. Geil. So, ich mach dir jetzt hier das Lager frei. Lager ist frei. Du kannst da rein. Yes. Do it. Hä? Hä? Ja, was ist das denn? Hat er grad noch aufgegradet? Nee, er hat, ja, er hat, ja, also ja, er hat abgegradet und dann bist du da rein und dann bist du gestorben. Gut, er hat sein Geld verloren. Oh, da ist ein Bombard dahinten. Ja, das ist nicht so schlimm. Du bist jetzt grad mit dem Ritter vor mein Muskeltier gezogen. Oh shit. Oh mein. Der ist tot, das Lager ist wieder weg, aber... Oh. 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 Er hat seinen Ritter davor gezogen, der ist tot. Ah ja. Oh nice. Was ein Krieg hier. Nice. Oh, der hat richtig viel Schaden gekriegt. So, auf der anderen Seite komme ich nämlich jetzt hier auch weiter an. Nach Nagasabumbo. Mhm. Ähm. Baller weiter, Kürassen, die sind nämlich schön schnell und kommen schnell zu euch. So, zu dir. Ja. Das Gute ist, irgendwie ist Maurice sehr, sehr passiv. Ja, ich weiß nicht. Also da kam nichts mehr. Wir haben seine Stadt erobert und er spielt sehr passiv. Er hat weder eine große Armee, noch Forschung, noch... Also das sieht echt ganz okay aus. Der weiß, was er macht, ne? Der Ram geht eigentlich auf Forschung. Das heißt, der kann auch nicht so viel reißen. Mhm. Wir müssen zu zweit jetzt dann nur Nils mal endlich niederringen. Der hat immer noch 700 Stärke, aber das... Ach scheiße. Jetzt steht der vor meinem Bombarden. Ähm. Und den wird er nächste Runde vor mir ziehen können. Na egal. Wir machen das. Der, der Kürassier, der muss... Alter, auch tot. Beide tot. Ja. Oh, die Stadt ist halt stark, ne? Ich versuche noch zu schwächen, aber es wird nichts bringen. Zieh mit dem anderen Bombarden noch... Zieh weg, zieh weg, zieh weg, zieh weg. Ich kann nicht, ich kann nicht bewegen. Zieh weg, zieh weg, jetzt schnell. Ich kann nicht bewegen. Zieh, Sepp. Zieh. Warte. Warte. Zieh. Warte. Ich hab ihn angegriffen. Warte, jetzt kann ich. Zieh, 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 zieh. Hat er dich angegriffen? Ich ihn, ich ihn. Ja. Ich schützt ihn. Ach. Warte mal. Warte mal. Wie soll der dein La... Achso. Der ist wieder komplett voll. Was ist das denn für eine räudige Scheiße da? Ja. Den Ballern wir da mit dem Süd hier seinen Scheiß-Curassier. So nämlich. Ums. Und jetzt, ha, haben wir den gesnackt. Ha, 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 ha. Uh, Pulavayo ist gleich besser. Uh. Uh. Warte, sexy. Äh, hier sollt... Ich könnte Spione ausbilden. Nee, wir brauchen... Nee, brauchen wir nur nicht. Das mach ich. Ich bin... Ich mach die friedlichen Sachen. Ich schick die Spione für uns irgendwo hin. Nee, ich dachte, die Kluhe schliften uns so dort. Weißt du? Damit kann man gesamte vertreiben. Ich erforsche gerade Spione und die kann ich dann einsetzen. Dann könnt ihr weiter Einheiten produzieren. Okay, okay. Ich muss ja auch zu irgendwas nützlich sein. So, wir haben einen Bombarden-Core. Oh, er kommt jetzt mit der Feldkanone an. Er will zurückschlagen, ne? Wir haben jetzt einen Bombarden-Core hier vorne. Ah. Deine Einheiten sind ja auch sofort da. Nice. Das müssten wir eigentlich... Das müssten wir eigentlich zurückgedrängt bekommen. Oh, shit. Okay. Bram kommt jetzt doch mit Kürassen. Und... Und auch noch musketieren. Gegen meinen Ritter. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Aber nicht schlimm. Boah, das ist ganz wild, ey. Aber nicht schlimm. Ich kann mich ja hier verteidigen. Und auch einen Kürassen daraus machen. Alter. Das ist doch so anstrengend. Man will keinen Fehler machen. Hm. Äh. Allianz abgelaufen mit Sepp. Sepp, Sepp. Nein, nein. Das ist egal. Können wir gerade mal eben gucken, dass du den Zweierbombarden mit irgendeiner Einheit blockst? Den Zweierbombarden. Dass er nicht da drauf rennt. Ne, da kommt nichts hin. So. Aber jetzt sterben die auch. Ist nicht schlimm, der Zweierbombarde. Ah, fuck. Shit. Bulawayo sieht gut aus. Die Musketiere sind zu schwach mittlerweile gegen Nils. Ich hab einen zwei Runden Artillerien. Krass wie stark die sind, ey. Einen zwei Runden Artillerien. Alter, hat der meinen Kürassierkorb fast schon weggeballert. Pfff. Autsch. Und er ist weg. Nice. Ah, von unten werden wir da auch beschossen. Ach, als ob. Und mein Bombardier wird da auch einfach weggemacht. Ach, guck. Nächste Woche ist er auch tot. Scheiße. Wer hat denn jetzt wieder Krieg erklärt? Als ob die jetzt wieder versuchen hat mit dem Stift starten. Ich hab, nee. Ich hab Kumasi zurückgeholt. So. Junge, Junge. Wilde Runde hier. Das ist wirklich wilde Runde. Ich hätte gedacht, wir knacken sie jetzt. Und dann kommen sie mit so ner Scheiße hier wieder zurück, ey. Können echt kotzen. Abulavajo, finde ich. Ja, ich kann unten nicht richtig rum. Weil unten ist noch das andere Lager. Hier. Da kriege ich ständig Schaden. Und da ich zu spät ziehe, verliere ich da immer eine Einheit. Jede Runde. Wenn ich da durchgehe. Also, jein. Also, müssen wir probieren. Das wird richtig, richtig teuer. Und er wird sich wahrscheinlich das zurück erholen können. Aber, ja. Müssen wir gucken. Also, wenn wir die endlich hätten, das wäre nice. Dann könnten wir uns endlich drauf konzentrieren auf das andere. Pass auf. Und jetzt kommt der fucking Vulkan wieder. Ja, siehst du, mein Bombarde, nämlich Easy Snack tot. Nächster Bombarde, fast tot. Ja, nice. Ballert gut rein. Ach komm, ey. Raiti Bull, wie läuft's bei dir? Gut. Also, jetzt nicht sensationell. Irgendwelche Barbaren quälen mich, aber... Ja, das seh ich, ja. Ich bin gleich bei 200 Forschungspunkten. Produktion hinten ein bisschen hinterher. Braucht man auch für einen Forschungssieg. Aber rein von den Texte sieht's gut aus. Kultursieg. Gehe auch ein bisschen in die Richtung. Mehr weltweite. Ich sehe, du pusht auch ein bisschen was bei Forschung. Also nicht erst die Luftfahrt, dann das Funkwesen direkt. Alles andere erst mal links liegen lassen. Gibt's da irgendein bestimmtes Ziel? Bei mir jetzt? Ja, beim Forschen. Weil du so Funkwesen gerade pusht an allem vorbei. Das mache ich wegen Alu. Damit ich wissen kann, wo Alu ist. Und vielleicht kann ich auch Seebäder bauen für Tourismus. Das wäre auch ganz cool. Okay, verstehe. Dankeschön. Wir sterben alle. Werden deine Teammates da so ein bisschen vor sich hin verrecken. Na komm, ihr schafft das. Ja, das trifft's ganz gut, Peter. Genauso fühle ich mich. Ja, ich find's schön, wie deine Einheiten immer angeführt werden. Quasi in den Tod. Ja, ja. Stell dich mal dahin, das ist gut. Ja, okay. Ja, okay. Und tot. Oh. Ja. Das ist Teamplay hier. Bei uns wird Teamwork groß gespielt. Ja, das sehe ich aber auch. Ähm, Sepp, der Musketier bei No Bamba. Soll der reingehen in das Lager, wo deine Kürassier ist? Und wir gehen rein? Oder willst du... Wir gehen auf jeden Fall rein. Nächste Runde gehen wir rein. Ich hab den gerade erst gleich gezogen. Nächste Runde müssen wir das taken oder wir haben es verloren. Naja, der wird das ewig brauchen. Aber dadurch, dass ich ja wieder zu spät anfange, mal gucken. Ob meine Kürassier gleich noch da stehen oder ob die schon tot sind. Ach ja. So, so, so. Ich drück euch echt die Daumen. Ja. Same. Aber insgesamt... So, mein nächster Kürassier ist wieder da. Ich baller ja... Also ich baller gerade richtig nach. Aber... Insgesamt haben wir eine Stadt eingenommen und die hier nun Stadt statt. Ja, aber die Stadt ist geiler. Ja. Definitiv. Ja. Wir müssen da einfach... Wir müssen da einfach reinbuttern. Super viele Ressourcen. Es war ein Ritter eigentlich. Ich komm da... Ich komm da anders nicht nach. Ich baue alle drei Runden Militärkorps neu und dann schicke ich die weiter dahin. Ja, alles für Riding Bull. Ja. Aber ich mein, Brahms-Forschung ist auch nicht krass. Ich hab das Gefühl, die gehen jetzt alle mehr auf Militär... Ich weiß nicht, was die machen. Maurice checke ich gar nicht von Stands. Nee, Maurice habe ja auch wirklich noch nicht gecheckt. Weil sie versuchen jetzt gerade mich oben nochmal anzugreifen. Mhm. Aber so wirklich funktioniert das halt auch nicht. Ja, vielleicht hat Maurice auch irgendwie Probleme. Oh, ich weiß es nicht. Also hier... Ich versuche hier sehr Halt... Nee... Nee... Oh, ein Apostel? Wie kommt der denn da hin? Äh, Sepp? Ja. Kommst du einfach noch nicht rein? Ich bin da gerade nachgerückt. Was kostet ein Siedler für dich zu kaufen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde dir vielleicht Geld geben, damit du mal über so ein Goku eine Stadt baust. 460. Ähm, okay, dann gebe ich dir nächste Runde 460. Okay, das wäre nice. Übernächste. Wofür willst du einen Siedler, Sepp? Wo willst du hinsiedeln? Ja, der soll mal über so einen Goku bauen, weil ich habe Angst, dass jetzt irgendwie ein Bram oder so, oder Maurice, da was hinterher ist. Ja, ja. Ja, verstehe ich. Kann ich auch verstehen. Was isst du da gerade, Peter? Eine Pizza. Ich habe auch Hunger. Scheiße, Mann. Ich kriege gleich auch eine Pizza. Bestell dir eine Pizza. Was für eine Pizza hast du? Eine Salami-Pizza. Alles? Sehr gut. Na, ich bin Alexander. Ich müsste eigentlich Griechisch bestellen. Unser Griecher hat heute zu, ey. Mega belastend. Er ist so die einzige Kieße, wo meine Freundinnen und dich uns nicht einigen. Er hat da fünf Einheiten, ne? Einem echt auf den Ziel begehen. So, seine Feldkanone ist schon mal weg. Oh, er hat jetzt, äh, Kavallerie reingesetzt. Ähm, kann man hiermit erklären, warum ich dem Händler keine Wege angezeigt bekomme zu einer Stadt, obwohl tausend Städte um mich rum sind? Ähm, vielleicht hast du von der Stadt aus überall schon Handelswege hingeschickt? Oder es geht durch Feinterritorium, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich hatte das Problem gerade auch und bin auch nicht weitergekommen. Ich hab mir auch Gedanken gemacht, dann kam ich drauf. Nils und Bram haben gerade versucht, mich anzugreifen, und ich hab sie in einer von zwei Runden zerstört. Aber da sind echt viele unten, der Nils, ne? Das ist schon krass. Ja, der Nils ist der Einzige, der hier richtig reinballert, ey. Das ist ätzend. Das ist wirklich ätzend. Ach, komm, ey. Wenn die Bombarde da drin ist, ist das doof, ne? Hm. Aber ich kann da auch nicht rein als Verbündeter, leider. Ich kann mit meiner Bombarde halt auch nicht rausrücken, weil die sind sofort tot, ne? Wir müssen Allianzen erneuern. Hast du meine Allianz angenommen, Sepp? Habe ich schon genommen, ja. Okay, dann hier, Riding Bull. Mhm. Mach ich gleich. Ah, ne, unsere Läuft, glaub ich, noch. Ja. Läuft noch. Sepp, ich kann dir, glaub ich, Annehmlichkeiten was geben. Hattest du mir, äh, ein Angebot auf eine Allianz geschickt? Ne, wir haben noch eine. Ich hab mich verholt. Alles klar. Sepp, check mal, du kriegst drei Güter. Oh, Gönnung. Yes, Sir. Ich hab minus 40 Gold pro Runde. Minus 40? Ja, ich hab durch meine Armee, ne, ich kann halt auch nichts Richtung Gold aufbauen, weil ich die ganze Zeit nur Einheitenpumpe. Also, ich hab plus 44. Im Augenblick ist mir das egal, ich kann ja was rüber schicken, immer. Schick. Ja, gut, ich, ich gibt's ja gerade 540 für den Siedler. Das hat, das hat immer Nachteil, ne? Die Leute, Annehmlichkeit und so sinkt dann noch mehr, ne? Ach komm, ey. Ach, komm, ey. 200 geschickt wieso kann die einheit denn schon nicht mehr bewegen ich doch gar nicht bewegt also hier unten das ne bula war eigentlich kann ich das die ganze zeit taken aber irgendein scheiß passiert da immer weil ich einfällt nur da rein kann aber habe ich gerade ich kann aufklärungsballons das ist wichtig very important aufklärungsballon heißt hier hinten baue ich jetzt mal schnell ein 19 runden okay ich baue da vielleicht doch kein was kostet denn 480 ich muss dich ich hab dir gerade schon geschickt und du musst annehmen sonst kauft ihr erst den ballon und danach den siedler ja würde ich auch der ballon ist glaube ich in unten not vengu ziemlich nice wenn wir jetzt oh mit meiner bombarde kann ich über die halbe map schießen warum hat wieder hund und hat wieder rekrutiert Wir müssen unbedingt Hunster für uns gewinnen, wenn Sepp das nicht halten kann, müssen wir irgendwie umdisponieren. Wie macht der das denn immer, dass er das kriegt? Das ist super dumm. Durch den Diplomaten vielleicht? Als Rouverneur? Ja ne 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 ne, ich mein so geldtechnisch, das kostet doch immer voll viel Kohle. Die haben die doch gar nicht. Es gibt eine Karte, in der du das um die Hälfte reduzieren kannst. Oder ne, nicht eine Karte, sondern wenn du das für die Hälfte baust. Das ist meins. So jetzt gehts los. Jetzt holen wir uns diese scheiß Stadt hier einfach mal. Du sagst mir, wenn ich was machen soll, ja? Wenn ich rein soll, sagst du scheiß. Oh, sein Kononier ist auch weg. Oh, yeah. Schmeckt. So, mit meiner Bombarde schieße ich jetzt seine Bombarde erstmal in der Mitte im Süd. Nice. Schilz mal. Ja, töte mal meine Pferdchen, finde ich okay. Alle drei Runden Zweier Chor Kürasse. Nice. So, dann bauen wir jetzt nochmal eine Bombarde. Und dann rennen wir da unten gleich auch mal rein. Nächste Runde gebe ich dir das Geld nochmal und dann kannst du den Siedler holen. Wim. Also du kannst ganz gut Geld scheffeln, ne? Find ich gut. Ja, ich mach 117 die Runde gerade. Ich hab halt eine Stadt... Unterstützt, unterstützt ganz gut. Ja, eine Stadt, wo ich alles mit... Ach, Bram ist bei 12. Ach komm, ich dachte gerade, ich krieg ihn da raus. Er macht das mal echt gut. Sah eben so aussichtslos aus. Und er haltet echt gut dagegen, finde ich. Aber nur gegen einen, der eine, der kriegt... Also ich weiß nicht. Wenn Maurice einsteigen würde. Aber was machen die beiden? Was machen Bram und Maurice? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ihnen zubuttern mit Geld oder ich weiß es nicht. Also laut Statistik haben die kein Militär. Sie haben kaum Wissenschaft. Sie haben kaum Kultur. Sie haben keine Religion. Also Bram sammelt Religionspunkte. Glaubenspunkt hat aber keine Religion. Ich weiß nicht. Die müssen sich komplett auf Nils konzentrieren, ne? Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht haben die einen schlechten Staat oder so gehabt. Ich weiß nicht. Puh. Aber? Es macht trotzdem Spaß. Wie trotzdem ausprobieren hier. Oh ja. Was ist denn? Allianz gestiegen. Nice. Gerade neue Einheiten gekauft, glaube ich. Oder gebaut. Bei Nils, ne? Oh ja. Wir müssen jetzt in Bula Vario rein. Shit, shit, shit. Hey, wieso können meine Einheiten sich nicht muven? Ja! Ja! Oh mein Gott. Wir haben's. Wir haben Bula Vario. Lauf rein. Kann ich nicht. Weil es dein Feld ist. Ich komm nicht mehr rein oben rum. Weil das dein Lager ist. Okay. Okay. Statt behalten oder statt zerstören? Tendenziell... Eine Dreierstadt. Wenn du dir sicher bist, dass sie behältst, dann behalt sie. Ansonsten... Da sind... Da ist nur noch ein Bombarde und... Ach, die kriegen wir gehalten. Du musst halt unten rumlaufen. Die kriegen wir. Die ist so nervig gewesen. Die will ich jetzt auch hier halten, ey. Geil! Ja. Ja. Kohle. Ja, kommt grad. Und dann wie viel brauchst du nochmal? Für den Siedlern, ne? Ja. Ja. Keine Ahnung. 200 noch was? Ich weiß es gerade leider nicht. Ich hab 239. Vielleicht musst dir Riding Bull noch bisschen was schicken. Ich hab 92. Brauchst du was? Sepp. Lass mich kurz gucken, was der Siedler kostet. Der Siedler kostet 460. Ich brauche 250. Ja, dann brauch ich noch was. Dann hat Mike nicht genug. Ja, mein Papa, der hat seinen kompletten Kürassen weggeballert. Sehr schön. Das hat sie. Schaffst du? Wohl. Bitte nochmal? Schaffst du das, wenn du noch mitschickst, Geld? 90. Verdammt. 90 kann ich dir schicken. Ja, dann haben wir uns nicht richtig abgesprochen. Dann müsstest du das nächste Runde machen. Ist jetzt unterwegs. Ich dachte, du hättest gesagt. Ich brauche... Hilf mir nicht. Ja. Ne, 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 ne. Alles gut. Kann sein, dass es mir gleich nochmal schicken muss. Oder kommt ein Meteoritenschauer runter. Nein, du brauchst... Ja, du brauchst... Ja, du brauchst bisschen was. So, jetzt holt er sich wahrscheinlich Bula Vario direkt wieder. Und wer holt er nicht? Ne, du hast Stadtmauer auch und so, ne. Das geht schon. Ja, ne. Er hat ja... Einen Kanonier da stehen. Der ist natürlich... Die Bombarde, wenn die Bombarde zuerst geschossen ist. Aber ich glaube, er hat hier nicht geguckt. So, und jetzt würde ich halt hier rüber ziehen. Nach Nasagamu. Und diese Namen, ey. Ja, echt. Jetzt nicht. Ich würde das hier jetzt clearen und dann rüber. Let's go. Weil ich habe hier übelst viele Kürassen. Ich habe hier den fetten Bombarden mit dem Luftballon. Ich schicke auch die ganze Zeit nach. Ich bräuchte noch 40. Gold. Naja. Mach ich's. Kann ich jetzt irgendwas geiles an Truppen bauen? Luftabwehrgeschütz brauchen wir nicht, ne? Hier, ich gebe dir wieder alles, damit du was hast, falls du Minuspasst. Achklärungspardon brauchen wir. Danke. Komm, ich baue auch nochmal hier ein bisschen Markt und so. Ich baue auch ein bisschen Eco, glaube ich. So kann das ja nicht ewig weitergehen. Ach komm, jetzt spawnt der da unten so ne Scheiße. Barbaren haben Ranger. Die Barbaren immer. Barbaren haben Ranger? Ja. Nicht so bad. Okay, nice. Dann kann ich jetzt hier den Siedler kaufen. Dankeschön. Muss ich denn dann siedeln? Neben dem Schwefel wahrscheinlich, ne? Ich muss mal eben pullern. Schwefel? Salpeter? Meinst du? Ja, mein ich so. Ja. Ja. Läuft doch ganz ordentlich jetzt. Find auch. Wir haben Diplomatie halt auch schon zwölf Punkte, ne? Mhm. Ich habe leider gar keine Ahnung bei mir. Das müsst ihr eventuell nachher schicken. Mittlerweile übrigens eine neue Abstimmung. Ich sehe das bei mir in dem Stream, den ich mache. Mittlerweile 53,3 Prozent aller Leute, die zugucken, sind der Meinung, dass Team Mike, Sepp und WB rockt da spielen. Wie kann das hin, Leute? Wie kann das hin, Leute? Wie kann das hin, Leute? Man glaubt an uns, Mike. Mega, mega, mega. Das müsst ihr nun mal an wir auch an uns glauben, weil deshalb, ich glaube das haben wir von Beginn an gemacht, oder? Das Team der Bullen. Team der Bullen. So, jetzt schießen wir wieder zurück. Ich habe einen Spion. Hättet ihr gerne, dass ich damit zum Beispiel einen Gesandten, ne, oder ich könnte irgendwo, nervt euch ein feindlicher Stadtstaat, dessen Truppen, hat Nils Truppen rekrutiert? Ja, Runza. Runza. Welchen? Runza. Runza. Okay. Der nervt immer übelst. So, Bulawayo habe ich. Total. Wir können jetzt hier extremst geil unsere Einheiten abziehen. Nee, weißt du, was wir machen? Erzähl. Wir können ja, wir können ja weiter. Es ist denn eine andere Fickstadt hier. Also wir greifen gleich eine Sagamu an. Oh Gott, da steht aber auch einiges, ne? Ja, der hat sehr viel da. Der hält die unbedingt. Oh, wir können, ich kann einen Flugplatz bauen. Ohl, kannst du auch schon einen Flugplatz bauen? Kannst du so schon... Ich noch nicht, entschuldige bitte. Noch nicht, ne. Oh, vielleicht sollte ich irgendwo einen Flugplatz bauen. Weil die sind schon stark, ne? Und auch heller nix gegen. Mach das, mach das. Müssen wir mal die richtige Stadt noch finden. Oh, meine Einheit ist tot. Du bist jetzt alleine bei November. Oh, ernsthaft? Ja, der hat grad den eingedüft. Ich kann nirgendwo den Flughafen bauen, weil ich nicht wachse. Weil überall Annehmigkeit fehlt. Scheiße. Außer in dem einen Ding hier, aber es dauert elf Runden. Wie? Hilfrunde ist lang. Ja. Na gut, machst du nix, ne? Müssen wir mal testen. So, Nasagamu müssten wir von links flankieren. Ich schick da jetzt einfach meine Einheiten rein, ne? Also, scheiß drauf. Wir müssen die ein bisschen kaputt zergen. Aber was sagt hier eigentlich meine Pizza? Oh, ich konnte schon Flugplätze bauen. Ich hatte es nur übersehen. Wie peinlich. Aber ich glaube, ich gehe auf Raumhafen jetzt schon mal. Alter, was? Geil. In zwei Runden. Pardon, in zwei Runden. In zwei Forschungen. In fünf. In fünf. Schön wär's. Okay. Fünf Forschungen weiter. Ich hab zwischendurch ganz viel überschlagen. Oh, das war auch nicht schlecht. Beinlich hoch zehn. War auch nicht schlecht. Super. Ähm, kriegst du in Hunza den raus? Weil da nervt der schon wieder. Ein Spion ist unterwegs. Er ist in einer Runde da. Ja, cool. Und, ähm, ich guck mal, ob ich... Ich glaub, ich hab ne Diplomatiekarte, mit der ich die eventuell alle rauswerfen kann. Warte mal einen Moment. Ja, äh, kein Stress. Guck dir mal nach, was der Bram für ne Regierungsform hat. Vorhin war es die klassische Republik, aber ich schaue. Warte. Ne, die hab ich noch nicht. Es gibt irgendeine... Handelsrepublik. Handelsrepublik. Ah, die hab ich auch. Das ist blöd. Es gibt irgendeine Karte, mit der man... Ich glaub, die kommt erst später. Irgendeine super coole Diplomatiekarte. Mit der man bei jemand, der so zeren ist und der andere Regierungsform hat, die Gesandten haufenweise... Also, die eigenen Gesandten verdoppelt, die man hinschickt. Aber ich weiß immer, ob die nicht auswendig, wann die kommt. Und ich seh sie bei mir noch. Ach, hier. Das ist erst Fernse-Zukunft. Vergesst alles, was ich vor mich hingebrabbelt habe. Wir müssen, glaub ich, noch ein bisschen warten. Wir brauchen Bombarden und Fernankämpfer noch. Also, Gamu. Da fehlt auf jeden Fall noch ein Bombard. Der kommt nächste Runde, ploppt der raus. Und dann können wir in zwei Runden, glaub ich, dann angreifen. Also, Sepp, ich glaub, meine Leute da sind, dauert zu lang. Aber ich kann dir ja Gold geben. Du hast doch da schon voll... Du hast doch da drei, vier Einheiten. Ja, die kommen auch mit. Aber ich mein jetzt, äh, Bombarden und sowas. Ach so, nee, 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 nee. Ich baue ja Bombarden. Du brauchst gar keine Bombarden bauen. Nee, ich meinte, ich könnte dir Kohle geben, dass du auch was kaufen kannst. Ach so. Ja. Okay. Ich hab jede Runde minus 37. Also, gar kein Problem. Einheitenunterhalt um eins verringert die Runde. Ich glaub, am Ende der Runde bin ich der Typ, der am meisten Einheiten verloren hat und am meisten ausgegeben hat. Ja, wirklich. Wenn du die meisten verluste. Aber es läuft ganz gut so von der Aufteilung, muss ich sagen. Also, Mike macht so ein bisschen Economy. Bull macht Forschung und, äh, Religion. Und ich mach einfach, äh, die große Keule. Ja, vor allem, sie kommen ja gar nicht an Bull ran. Also, ist ja echt krass. Mhm. Wir müssten ja irgendwas planen übers Meer, keine Ahnung was. Das geht auf der Karte nicht. Na guck mal, Bram hat sogar nur noch 99 Stärke, ne? Und Bull hat 211 Wissenschaft und Bram 126. Ich weiß nicht, was Bram da gerade macht. Der hat sogar weniger jetzt schon. Stimmt. Man kann hier auf der Karte gar nicht übers Wasser. Wieso, wieso hat der jetzt auf einmal weniger? Ja. So, jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen koordinieren hier. Da komm ich nicht vorbei. Äh, wie lange brauchst du noch für Hunza? Ja. Ich guck mal, ob mein Spion da schon was machen kann. Umblick. Könnte jetzt... Ja, der ist da. Wacht mal. Ich guck mal, was der machen kann. Okay. Er schaltet mit 50% Wahrscheinlichkeit drei Gesandte aus in acht Runden. Aber nur drei. Wenn der drei weniger hat vor Ort, dann hätte der nur noch acht. Und ich könnte jetzt... Und ich hab noch gar keinen. Aber ich könnte hinschicken. Elf. Ich kann das jetzt machen. Wenn ich einen mehr vor Ort hätte. Einen mehr. Mhm. Ist also 50-50, dass der in fünf Runden da nicht mehr so zerrein ist. Lepp, ich laufe jetzt da rein oder noch nicht? Ne, nächste Runde erst. Mein Aufklärungsballon ist auf dem Weg. Mein Bombarde ist auch auf dem Weg. Oh, der hat die Feldkanone vorgezogen. Ähm... Hat sich das schon? Ne, eigentlich noch nicht. Oder? Ach komm. Ich kann angreifen. Ey, scheiß drauf. Rein da. Rein in die Olga, ne? Ich kann Artillerie verbessern. Haben wir... Hat jemand Öl? Hm... Ich glaub ich im Moment nicht, ne. Tut mir leid. Scheiß. Öl und 310 Gold. Mein Gott, wird das insane. Äh, Gold schick ich dir. Ja, Gold bringt noch nix. Gold bringt noch nix. Wo ist die Weltkommers? Wo ist die Runde 30 Gold? Also, wenn du möchtest, gerne, aber... Ja, aber... Gleich... Kann doch sein, dass ich Öl hab. Ich hab's noch nicht gecheckt. Ich hab eben Öl freigeschaltet, bin aber von Leute Klicker nicht dazu gekommen, zu gucken, ob ich irgendwo was überbaut hab. Okay Leute, Abstimmung, Tourismus, ähm... Haben wir irgendwas? Ne, ne? Scheißegal. Ich hab ähm... Hauftenweise... Ich guck mal nach, was ich ganz oft hab. Ich habe vier Schriftwerke. Ich weiß nicht, wie viel die anderen haben. Egal, nehm. Bei der Schriftwerke. Ja. In einer Art nicht entfernen. Regenwald. Ich hab gar keinen Regenwald. Okay. Und Diplomatie auf Writing Board. Diplomatie, genau. Da baller ich jetzt mal... Hab ich sechs drauf. Ich elf. Ich guck mal, wie das bei den anderen ist. Wie viel Kultur generieren die denn? Sehr wenig. Das heißt, ich schau mal, ob... wie viel große Künstlerpunkte die generieren. Einer von euch generiert die auch. Sulu, Sepp oder der Kollege auf der falschen Seite. Mhm. Generierst du? Ja, wegen... Ich glaub wegen Militärschriftstücke. Mhm. Dann lass uns doch... Also sonst aber keiner. Dann lass uns auf die großen Werke gehen. Das hilft uns. Das weiß ich ja genau. Das heißt, oben... Tourismus durch ähm... Schriften. Durch Schriften verdoppelt. Da geb ich mal ganz viele Stimmen drauf. Ja, aber... Diplomatie ist ja auch wichtig, oder? Mhm. Lass uns mal auf... Ja. Wobei... So realistisch... Was... Diplomatie-Siegpunkte dauert länger. Ich würde wirklich auf Kultur gehen. Guck doch mal nach. Wie sieht's bei der Kultur aus? Liegen wir wirklich deutlich vorne? Ne? Ich guck mal selber bei Kultursieg. Sie kommt da auch deutlich vorne, ne? Zwölf zu sechs. Mhm. Lassen Sie uns... Wir gehen auf Kultur. Komm. Dann mach ich bisschen Diplomatie und viel in Tourismus, ja? Ja. Oder soll ich alles reinmachen? Ne, das ist gut. Weil die ersten Stimmen, die kosten ja nicht so viel Gunst wie die, wie die späten. Das heißt, ein bisschen auf Diplomatie und den größeren Teil auf die Schrift. Okay. Und was machen wir bei der zweiten Abstimmung? Äh... Regenwald. Entfernen, verbieten? Mhm. Hat keiner doch. Mike hat ein bisschen, aber... Ja, ist ein... Arsch. Alles klar. Jetzt sind wir mal gespannt. So. Ja, zwei Diplomatie-Siegpunkte für unser Team, Leute. Und Schrift, Tourismus verdoppelt. Und Regenwald kann nicht entfernt werden. Sag mal, die machen gar keine Diplomatie. Die machen nix. Doch, Diplomatie haben wir auch gekriegt. Vielleicht haben die nur Däumchen gedreht oder am Daumen genuckelt oder irgendwas. Die haben nix gemacht, Leute. Nix. Nein, sein Ding ist schon mal weg hier. Nein. Also Diplomatie schießt jetzt 14,9. Sagt der nächste Kürasse da. Wir haben 14 Diplomatie-Punkte und die neun. Könnte sein, dass wir das schaffen. Wir müssen mal nach Weltwunern Ausschau halten, die Diplomatie-Siegpunkte geben. Ich glaube, ich hatte da auch welche gebaut. Aber eben haben wir verloren, ne? Das weißt du. Bei Diplomatie. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Ich dachte, wir hätten gerade gewonnen. Ach, der andere Bolivar. Ich dachte, ich wäre es gewesen. Scheiße, ich habe eine Religion. Wieso habe ich denn jetzt eine Religion? Ich habe nur Bolivar gewesen. Wieso kriege ich denn jetzt eine Religion? Dann kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe nicht mal so ein Ding. So ein Ding, so eine Religion meinst du? Ja, so ein Religionsding. Ja, so ein Dingerl. Ich gehe weiter rein. Mein Siedler ist da. Holy shit. Tag. So. Sepp, Geld brauchst du nicht, meinst du? Oder brauchst du doch? Das brauche ich nicht. Gold. Gerade nicht. Also ja, ich brauche jede Runde Gold, weil ich habe minus 40 pro Runde, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, das ist halt super viel. Minus 40 ist halt echt eine Nummer. Bei was haben wir gesagt, was soll ich als nächstes kaufen? Ach doch, die Artillerie upgraden, aber dafür brauche ich Öl. Haben wir schon Öl? Ich habe noch nicht Öl. Ich habe Öl, ich habe 16 Öl. 16? 16. Oh, warte mal, kannst du mir die nächste Runde schicken? Mike schickt mir auch Öl und dann mache ich eine fette Artillerie. Okay. Und dann holen wir Nagazagamu raus. Also eine Öli-Fuhrung. 732, bitteschön. Kurze Frage an euer Team, wie sieht es aus bei euch? Seid ihr genervt von dieser Diplomatie-Punkte-Nummer oder alles wies? Wieso denn das? Nein. Macht doch viel Spaß. Alles gut. Okay. Was für eine Diplomatie-Nummer? Sind die anderen genervt davon? Ne, dass ihr die jetzt die letzten Male immer verloren habt beim Wählen. Ne, wir haben noch 12 Punkte oder so. Wir liegen vorne. Ja. Ja, okay. Alles klar. Ne, wir hatten gerade eine Abstimmung, ob wir eher darauf gehen möchten oder diese Schriftwerke und haben uns dann für die Schriftwerke entschieden für Kultur. Und deswegen haben wir das mehr oder weniger hergegeben. Ah, ja, okay. Passt schon. Passt schon. Ich meine, ihr habt ja auch 14, ist ja gar nicht so wenig. Ich habe das Gefühl, dass sich zwischendurch immer mal wieder auch welche durch Wunder geholt werden. Genau. Das kann auch sein, ja. Das war, glaube ich, auf meiner Seite. Oh, yeah. Ja, das denke ich auch. Während hier die Kriege geführt werden, fühlt ihr euch aktuell Siegessicher? Im Augenblick steht bei Kultursiege angeblich Sieg in vier Runden bei uns. Ich bin, das ist allerdings, dass es so ganz kleine Werte sind, sehr wackelig, aber wer weiß. Ja, wenn du in den nächsten vier Runden es schaffst, also nochmal mehr Touristen zu bekommen, als du bisher im gesamten Spiel bekommen hast, dann ja. Ja. Ich bin mal vorsichtig. Pessi. Äh, Opti. Pessi. Ich muss ja meinen Bombarder hin. Äh, ich weiß nicht. Ich kann, ich habe die ganze, ich habe die ganze Zeit so Flashbacks, weil wenn irgendeine Einheit stirbt, kommt so ein Schussgeräusch und das klingt genauso, wie wenn Rust irgendwo einer auch ballert. Ach so. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass irgendwer hinter mir steht. Ah, guck mal, er kauft gerade. Ah, okay. Nils sichert sich langsam ab hier, weil ich versuche zu backstabben, aber das hat er wohl jetzt mitbekommen. So, dann machen wir es, dann machen wir es. Wo ist denn deine Bombarde hin? Die mit dem Aufklärungsballon? Ach da. Ne, das ist eine Artillerie geworden. Okay. Ja, die Artillerie ist noch da, aber es gab noch eine zweite Bombarde, die auf dem Weg dahin war, auch mit einem Aufklärungsballon und der ist weg. Okay. Also, hä? Was, was macht Maurice eigentlich? Ich glaube, ich frag die das jetzt auch mal. Was macht Maurice? Das fragen sie die ganze Zeit. Ähm, Mai, kannst du noch Truppen nach vorne schicken? Äh, ne. Also, neben meiner Artillerie? Ich kann keinen bewegen. Ich mach's sofort jetzt am Anfang der nächsten Runde. Schick ich's nebendran. Okay. Ich hab nämlich Angst, dass die meine Artillerie jetzt gleich bumsen. Steht da nebendran. Also, ich hab's denen geschickt. Nice. Wo ist mein Aufklärungsballon? Ach, da. Hä, wie ist das nicht mehr verbunden? Ah. Okay. Da vorne ist Aluminium. Uh. Das brauchen wir. Okay, Mike. Ich hab ne Artillerie. Ich hab Bock. Wir machen die gleich weg. Wo meine andere Dinge ins Innen ist, weiß ich nicht. Oh Gott. Warum, oh Gott? Ach, er kann hier meine Kürasse einfach töten. Das nervt mich. Kompression West ist gescheitert. Schade. Dum, dum, dum. Bei Ranger. Bei der Stadt Sitting Bull. Kriegen wir gleich, kriegen wir gleich ne, ähm. Also, ich baue vor meiner Stadt, baue ich ja gerade auf der Fläche. Warte mal, ich brenne die auch mal um. Äh, wen magst du noch aus Dragon Ball? Alle. Äh, Piccolo. Hab ich schon. Hast du schon. Äh, Trunks. Ich schick, ich kann euch ne größere Menge Soldaten rüberschicken. Die hatte ich gerade eben aufgebaut, um Barbaren, die mich hinten fix und fertig gemacht haben, abzuwehren. Was für welche? Wohin soll ich die schicken? Äh, nach Nah, das ist Gamu. Ei, ei. Ich sag euch Bescheid kurz bevor die da sind. Nice. Scheiße, jetzt werde ich da hinten in den Mangel über den Baum essen. Ja, hier. Die hat's richtig weggemacht. Und dann zack ist meine Einheit weg. Nice. Oh, Kometen. Allianz abgelaufen mit Riding Bull. Kometen bei Piccolo. Riding Bull, du kriegst ne neue Allianz. Äh, äh, ausgeschlagen. Nerven die. Oh, nice, wir haben abgestimmt. Dass wir keinen Regenwald wegmachen dürfen, richtig? Mhm. Nice, rate mal, wo mein Aluminium drauf ist. Ach du doof. Ein paar Runden noch, dann ist alles gut. Was hat uns den Krieg erklärt? Mhm. Oh nein. Ich werde ja angegriffen oben. Von dem guten Maurice. Akumasi. Maurice möchte mir auf dieses Eier gehen. Ah. Hm. Der hat nämlich auch schon ein Aufklärungsballon. Wie wäre ich das denn am besten ab? Die Aufklärungsballons? Normalerweise gar nicht, befürchte ich. Da musst du auf das Feld drauf ziehen, wo die sind. Also die eine töten, die drunter ist. Es gibt auch so Spezialgeschichten, aber in der Regel kann man das nicht machen. Ja. Ach komm. Einmalen. 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 Das ist doch so Spezialgeschichten. Hier ist doch schon ein Kugel. Und dann geht es auch noch ein Kugel. Das Wachstum. Diese Schöpflögen. Das sind jetzt Levier. Oh, guck mal. Na Sagamu können wir gleich mal eben einnehmen. Einen Schuss, die ganze Mauer weg. Ehrlich? Super. Das ist ja OP. Geil. Das ist sick. Wir müssen ihn nur verteidigen, die Artillerie, ne? Wir darf da jetzt nicht drauf rennen. Das Geiles, Writing Bull, der ist mit dem größten Militär bei uns. Schreck, ne? Ich hab gerade echt viel verloren. Schmeckt nicht so gut. Ja. Und vor allem, dass da oben jetzt so ein Ries sich denkt, ach, ich hol mir meine scheiß Stadt zurück. Schreck mir auch nicht. Obwohl die echt kacke ist, die Stadt. Die kann gar nichts. Ich hab da nicht mal was gebaut. Die kann ja gerne zurück haben, aber hey. Ähm, hast du Feldkanonen schon? Oder kannst du das aufwerten? Ja, hab keine Kohle, aber das bringt es halt auch nicht, weil ich kann nicht zurückschießen, weil ich bräuchte dann noch ein Luftballon und alles. Das bringt es dann auch nicht so richtig. Aber die Stadt ist eh kacke. Ich kann mich da überhaupt nicht rumfahren. Der Nils ballert sich da Einheiten da unten. Ich überleg die ganze Zeit, ob wir irgendwas übersehen, was Maurice gemacht hat die ganze Zeit, aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich Candy Crush gespielt nebenbei. Während des langen Meetings. Zehn Level geschafft. Ich verstehe ich den Luft. Ich will ein Тут weiter und so weiter und so weiterzukommen. Ich denke ihr links drügeliert zu bleiben. Ich gehe dann noch in der Zeit Nummerst um eine ganze Menge noch ein dunkleser alter alter ich habe auch in den normalen Huch, Glück gehabt. Oh, Flugplatz. Sehr gut. Tschüss. Alter, die Artillerie ist völlig OP. Oh, ich kann jetzt auch Flugplätze bauen. Zwei Runden holen wir uns in unserer GAMU. Wenn du möchtest, kannst du vorrücken. Jetzt? Ne, müssen wir nicht machen. Ne, ne. Ich baller die Stadt einfach runter. Ganz entspannt aus der Ferne. Er muss kommen. Er muss meine Artillerie wegmachen. Vielleicht platzierst du mal deine Kürasse und dein Musketenpekinier ein bisschen nach vorne. Statt dem Musketier. Ich glaube, sein Musketenpekinier ist besser. Wenn man den Bogen schützt, dann kann ich weg tun. So. So. das reden, ne? Mhm. Oh, ja. Das ist krass. Bram ist der Typ mit Wissenschaft. Und seit 10 Runden hat sich seine Wissenschaft um null verändert. Hm. Vielleicht pushen die wirklich alles nur auf Nils. Alles, was die machen. Ja, aber Bram macht nichts. Also, ich hab noch nicht viel gesehen. Vielleicht ballert der ordentlich Geld. Das kann natürlich sein. Weil das sehen wir dann ja nicht. Aber... Ja, es muss ja sowas sein. Wie sieht's aus beim Kultursieg? Na, wieder etwas schlechter. Wir liegen überall in Führung bei jeder der fünf Ansichten. Herrschaftssieg ist aber kein Wunder. Da ist nichts passiert. Aber bei allen vier anderen liegen wir vorne. Cool. Da gibt es dann noch ein Weltwunder. Vier Diplomatie-Siegpunkte. Freiheitsstaater. Wir brauchen erstmal einen Hafen. Kann ich den hier bauen? Nein. Ab wann? Mach schon wieder Krieg. Attacke. Blöd Wappan. Meine Städte völlig vernachlässigt. Da ist nichts modernisiert in den Städten. Hammer. Die sind alle so bad. Die könnten so gut sein. Scheiße. Ja, das ist echt mal eine andere Art von Civ-Runde. Das war am Anfang echt so schnell positioniert mit Städten. Deinen aufgeteilten, wer was macht. Ja. Also von der Aufteilung her warst du schon der mittigste. Da hast du echt einen zwei Fronten Krieg so ein bisschen. Ich bin so froh, dass ich am Anfang auf Eco gegangen bin. Ich kenne mich jetzt gar nicht hinterher. Ja und dass du die Städte so gut gesetzt hast, ne? Mit den Gebirgsketten und so. Ja. Das hat Nils ja eigentlich auch gemacht. Die eine Stadt war auch super scheiße einzunehmen, ey. Ah. Wo da war ja. Dabei ist die Stadt eigentlich total kacke. So, nächste Runde ist Nazagamu weg. Wobei, warte mal. Vielleicht komme ich da jetzt schon rein. Neue Abstimmung sehe ich gerade im Stream und die Mehrheit für uns steigt und steigt. Mittlerweile sind es 58% aller Leute, die anscheinend streamen übergreifend, ne? Die Meinung sind, Sepp, Mike und WB werden es schaffen, Leute. Nein. Die Frage ist, warum es keine 100% sind, ne? Na komm, man kann sauber treiben. So. Ich schicke euch mal zwei neue exklusive Luxus-Güter rüber. Mega. Habt ihr die Stadt? GG. Die Bitch. Nein. Nein. Rein in die Olga! Kannst du bitte umbenennen. Nice try, Nils, oder so. Hahaha. Oder, was macht Maurice, oder? Ne, nice try, Nils, finde ich gut. Wo hab ich denn überall Öl? Ich hab gar nicht so viel Öl hier. Hahaha. Hahaha. Lass lachen. Sehr nett. Böse, aber sehr nett. Sehr nett, ja. Ja komm, auch verdient. Völlig verdient. Scheiße, Mann. Ich hab echt kaum Öl. Ein Fels. Zwei, wenn ich da ne Stadt baue. Ah. Ah, das schmeckt so gut, ey. Mhm. Ein weiterer Spion kann da irgendwohin. Wünscht euch was. In Hunza. Der ist fertig. Oh nice. Hunza, hat's geklappt? Äh, ich hab ihn vorher auch schon rausgedrängt, aber dann wird er nicht so schnell wiederkommen. Das ist schon gut. Das heißt... Genau, 10. Er ist weg. Nice. Du hast da nur noch 10 und du hast noch 10, genau. Alles gut. 10 ist ja easy snack. Sehr fein. Klasse. Ich könnte drei 10 Gesandte inschicken. Ist natürlich der Irrwitz. Gibt's einen anderen Stadt, der euch nervt? Vielleicht irgendwas bei denen, was die nerven könnte. Ah, wir sind so schön. Dabei. Wir könnten uns Hongkong holen. Hongkong Militär ausheben, 410 Punkte. 410 Gold bräuchte man dafür. Ich hab 450, Truppen ausheben und von hinten dann Bram angreifen, der ja kein Militär hat. Zack, jetzt fallen hier seine ganzen Kanoniere. Oh, schmeckt das. Mike? Ja? Umgungunglulu ist schon am Revolten. Da gehen wir direkt weiter hin. Bin dabei, bin dabei. Ah, schmeckt das gut. Acht Runden ist Rebellion. Nice. Oh, oh. Da sie mir jetzt nicht mehr antworten im Chatfenster oben links, will ich's nicht übertreiben. Aber normalerweise, so wollt ihr aufgeben, wäre halt hart. Wo sind denn die Truppen von Hongkong alle? Die gehören jetzt zu uns? Wo greift denn, wieso greift denn Maurice mich oben nicht an? Der hat die ganze Zeit dann eine Bombarde mit einem Aufklärungsballon. Er müsste einfach nur auf mich schießen. Mehr müsst ihr nicht tun. Einfach nur schießen. Ich weiß, ich weiß nicht. Vielleicht trollen die uns. Vielleicht klapp auch, also... Peter, hast du denen Geld gegeben? Er ist grad nicht da. Und Peter ist nicht da, okay. Ach. Kann ich es mir nicht anders erklären. Wann ist denn die nächste Abstimmung? Oh, ich habe zweimal Aluminium an meiner Hauptstadt. Lack. Flughafen ist auch nicht so ohne fertig. Geil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich nicht wirklich aufgeteilt haben. Kann das sein? Kann gut sein. Ja, Nils macht schon Krieg. Aber die anderen beiden weiß ich noch nicht, was sie tun. Also man erkennt ja nicht, wer von denen jetzt auf Wissenschaft gegangen ist. Maurice geht übelst auf Kohle. Der hat 1000 Gold. Ich weiß nicht, was er damit tut und fort, aber er hat 1000 Gold. was die Okay. Wir machen halt ganz langsam Mike, ne. Genüsslich meinste. Ja. Ich kann gleich Kampfflieger bauen. Ne, Bomber baue ich. Acht Runden für so'n Bomber. Nice. Oder, warte mal, kann man den kaufen? 1100? Ne, so viel cooler haben wir nicht. Der wird uns jetzt auch noch mal ein bisschen nach vorne katapultieren. So, jetzt wäre der Bau eines Raumhafens möglich. Cool. Ja, gut. Ja, mach doch mal. Naja, das ist blöd. Ich habe ein Einheitenlimit über Reize, als ich einen Regierungsbezirk gebaut habe, in der Stadt, wo es nicht zwingend nötig gewesen wäre. Und jetzt kann ich in der produktionsreichsten Stadt... Jetzt kann ich wieder einen Raumhafen... Ach, der Raumhafen geht gar nicht aufs Einheitenlimit. Das hatte ich völlig anders in Erinnerung. Oh, das ist cool. Super. Oh, dann ziehen wir das durch. Perfekt. Und vorher wird das Ruhrgebiet gebaut. Das war, glaube ich, hier vorne, ne? Oh, tut weh. Ich könnte eine Sondersitzung einberufen für 30 Diplomatie, weil ich Opfer einer Naturkatastrophe geworden bin. Hahaha. Aber das bringt ja nix, oder? Ne. Die geben dir ja eh nix, also... Bram baut Wunder. Ich glaube, geht Bram auf Kultur? Bram baut, glaube ich, nur Wunder. Aber sie finden trotzdem irgendwie... Die Kulturführung, ja. Oh, Kultur... Die 7. Und 62. Ich warte hier noch. So, was sind eure nächsten Pläne? Wohin geht's? Ja, wir ziehen jetzt einmal durch Nils durch, ne? Wir ziehen jetzt einmal durch Nils. Wir ziehen jetzt einmal durch Nils. Ah. Also, hier ist gleich, äh, Zappendußer. Wir brauchen halt einen guten Namen. Vielleicht kannst du ein bisschen überlegen, Writing Bull. Einen guten Namen für seine Stadt? Mhm. Also, Eckstadt dann. Oh, der ist auch tot. Mensch, das ist so bitter für ihn. Schmeckt schon ein bisschen. Aua! Schießt der hier? Jemand von euch... 130 für mich? Ja, ich geb dir. Oh, und wir müssen Allianz erneuern. Mach ich auch. Oh, ja! Dringendst! Bam! Ja, Tlawi Ballad. Ach du Scheiße! Jo, moin! Auch nicht schlecht. So. Dankeschön. Gerne. Ey, ich mach fast 160 Gold die Runde. Nice! Oh, da ist Öl! Bei mir ist Öl. Kann ich das schon abbauen? Kann ich das schon? Kann ich das schon? Kann ich auch... Ölbauinsel? Ja, Ölquelle. Ah! Hab ich überhaupt Kohle? Doch, gar keine Öl. Doch. Scheiße auf die Umwelt. Wir bauen Kohlekraftwerk. Pfui. Okay. Der greift mich hier immer noch nicht an. Was macht denn der? Das müssen sie mir nachher wirklich mal erklären. Oh, Hunza hat wieder genug Punkte anscheinend. Er hat es wieder übernommen. Echt? Ja. Ja. Sobald er die Truppen aushebt, kann man da mal weitere Gesandte hinschicken. Ja, hat er gerade. Aber er hat die Truppen nicht ausgehoben, oder doch? Mal gucken. Du bräuchtest dann noch... Er hat vier vorne, also fünf müsste man hinschicken. Ich hab den Gesandten drin, äh den Spion drin, der versucht wieder Gesandte zu vertreiben. Vielleicht klappt das ja. Ja, also muss nicht unbedingt, ne? Wär ganz cool, muss aber nicht. Mhm. Mhm. Ganz schön entspannt mit Jobaufklärung, Schluckballon. Es wird auch sehr entspannt. Na komm. Die neue Allianz hast du angenommen, oder? Warte. Äh, hast du gerade geschickt? Letzte Runde? Ah, oder, ne stopp. Das ist ne alte Benachrichtigung von mir. Ich glaub wir haben schon wieder. Hm. Naja, haben wir. Halt dir geschickt. Nimm mal an, dann krieg ich die Einheit hier. Ajo. Hast du? Mhm. Hab angenommen. Ach shit, das hat genau nicht gereicht. Schade. Ja doch. Hä? Hat aber gar nicht angezeigt, die Schau. Hat gar nicht angezeigt, wie das geht. Da braucht man da 15 drin. Mhm. Vielleicht sollte man irgendwann Punza einfach erobern. Damit es nicht nervt. So, blick auf die Siegbedingungen. Wie sieht's denn aus? Kultursieg angeblich sechs Runden. Aber das kennen wir ja schon. Na, aber so weit weg sind wir davon nicht mehr, ne? Mhm. Mhm. So. Na, warum bums man die richtig? Ich muss endlich auch mal meine Felder hier bestellen und alles. Geht ja hier nicht so. Bei mir steht grad fremder Kultursieg, aber das ist ein Fehler, ne? Der meint. Ja, das ist ja unser. Also das meinen die mit fremd. Ja. Ja. So, jetzt können wir ganz entspannt von NiceTryNils aus. Bumgungungungungungwo. Platt mal. NiceTryNils. Kann doch nicht sein. Ja, die haben irgendwann in einer Phase des Spiels so ein bisschen verpassen. alles nachzulegen. Ja. Stimmt schon. Oh, ich kann schießen. Oh. Oh. Das ist fast eine Stufe 5 Einheit. War 4? Ist 4 das höchste? 4. Erstmal seine Mine hier plündern. Also, ich glaub echt, die haben kaum noch ne Chance, oder? Also ich würde jetzt einmal bei Nice drüber rollen. Ja. Mit dir. Ja, mit mir, Alter. Ich hab zwei Einheiten da auch. Sie haben aufgegeben. Sie haben aufgegeben. Sie haben gewonnen. Wodurch? Sie haben aufgegeben. Wie, die haben aufgeben? Das ist doch Quatsch. Sie haben aufgegeben. Vielleicht haben wir also unabsichtlich. Hä? Als ob sie jetzt einfach aufgeben. Das ist der Herrschaftspiel. Das ist der Herrschaftspiel. Hm. Ja, der ist ein Elftes. Ja, GG. Hallo. Ja. Hat der nicht aufgegeben? Wo, 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 wo kam das denn jetzt her? Ja, da war nichts mehr zu machen. Wir hingen halt überall hinterher. Er wart halt, äh, hattet ihr schon einen Tarnkappenbomber? Nein. Oder braucht ihr noch drei Runden? Fünf? Nee, 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 nee. Ihr wart auf jeden Fall in der Spalte. Noch 15. Also ich war einen davor, das zu erforschen. Und dann musste die auch was bauen und so. Ja, gut, okay. Ich brauchte, ja, trotz alledem. Das ist no chance. Ich hätte 28 Runden gebraucht, wenn ich direkt auf Tarnkappenbomber geforscht hätte. Und ich war der weiteste von uns. Ach, krass. Ja, und damit hätte ich dann nicht noch Militärinheiten mitgenommen auf dem Boden, um irgendwas aufzuhalten. Weißt du? Also, das haben wir alle nicht mehr gesehen. Was ging denn so bei euch ab? Da waren wir einfach nicht gut. Müsste sagen, das haben wir, ich glaub am Anfang weggeworfen. Und nachdem wir weggeworfen haben, dachten wir uns dann alle, man, boah, komm, lass mal da jetzt auch noch drauf spucken und treten und einfach nur, einfach nur schlecht sein. Das haben wir leider richtig mies gemacht. Das habt ihr absolut verdient gewonnen. Ja. Und wir waren einfach mies heute. Dankeschön. Was habt ihr denn für eine Strategie verfolgt? Genau. Wo habt ihr es denn weggeworfen? Also, was war... Also, das erste haben wir weggeworfen, als Sebastian Troja geholt hat. Da war so quasi, ich sag mal, ist der Stein ins Rollen gekommen. Da haben Maurice und ich gesagt, okay, komm, wir holen ihn da zurück. Aber wir beide haben nicht so den Hammer gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir schwenken jetzt um. Dann haben wir halt so halbherzig zwei Einheiten geschickt, weißt du, und nein, da steht eine Ambussschütze drin, sind wieder weggelaufen. Haben damit, keine Ahnung, bestimmt aber 15 Runden verschwindet. Also, das war richtig mies. Anschließend ist Nils dann unten reingerannt, da sah das Ganze ganz gut aus. Dann war so die Taktik, okay, Maurice und ich sollen oben lang gehen. Dann haben Maurice und ich auch vollkommen versemmelt. Wir haben uns dann ein bisschen drauf verlegt, einfach Bank zu spielen für Nils. Also, wir haben zergeweise Gold geschäffelt und es ihm in den Arsch geschoben, damit er da euch aufhalten kann. Was ja eine Weile auch funktioniert hat. Das Problem ist, das massive Gehen auf Gold hat halt bewirkt, dass wir derweil in anderen Bereichen nicht hinterhergekommen sind. Dann, Writing Bull, ehrliche Frage, wie hast du das gemacht mit der Forschung? Also, wir hatten uns zu Beginn abgesprochen. Ich mache nichts in dem Militär und die beiden machen... Ja, ja, aber ich hätte gar nicht mehr gewusst jetzt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte alles gebaut, mit Ausnahme von einer Universität noch. Ansonsten konnte ich gar nicht mehr bauen. Also, wie bist du auf diesen Forschungswert gekommen? Warst du auch nochmal doppelt so stark wie der nächste von euch? Also, wenn es geht, ich könnte mal auf nur noch eine Runde klicken und euch das mal zeigen, wenn das übertragen werden kann. Ich weiß nicht, bei mir sieht es man... Ich weiß nicht, ob es insgesamt im Stream zu sehen ist, Peter und Bram. Weil den Unterschied machen ja nicht nur die Forschungslabore aus. Nee, nee. Also, Religion war ein Schlüssel. Wie soll ich denn deine Perspektive übertragen? Ja. Achso, du meinst, wenn ich auch auf nur noch eine Runde klicke und mir das einfache. Genau, geh du mal auf eine Runde. Wir beide parallel, dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Ich gehe mal auf nur noch eine Runde und spiele pausiert und gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Beiden. Also, du siehst... Also, ich kann ja einfach mal drauf losquatschen. Und du kannst ja gucken, Peter, ob du das siehst, wo ich gerade drüber rede. Wenn du mal den Religionsbildschirm aufrufst. Ich bin ja der Einzige oder wir sind die Einzigen gewesen, die eine Religion gegründet haben. Und der zweite Glaubenssatz war ein bisschen eine Wissenschaft pro drei Anhänger dieser Religion in anderen Zips. Und das erzählt auch das eigene Team. Und ich habe halt Missionare losgeschickt. Nicht alle sofort, aber allmählich. Die ganzen eigenen Städte unserer Allianz, die waren alle bullistisch. Und am Schluss fingen wir auch damit an, zu euch auch welche rüber zu schicken, wobei das nicht so gut geklappt hat. Aber dadurch haben wir halt sehr viel Wissenschaft generiert. Und der erste Punkt Arbeitsethik, das war ein Pantheon, ein Glaubenssatz, den man zu Beginn kriegt. Ich hatte ja frühzeitig auf Religionen gesetzt und Schreine und Tempel. Ich habe viele heilige Städte gebaut. Und die bringen Produktion in Höhe des Glaubens dann. Das heißt, wenn ein Schrein normalerweise zwei oder drei Glaubenspunkte bringt, dann brachten die halt auch Produktion. Und dadurch wurden die Städte auch sehr produktionsstark. Und dann Watt, ein Gebäude, das man normal bauen kann in diesen heiligen Städten. Das ist auch durch einen Glaubenssatz freigeschaltet worden. Es gibt auch nochmal zwei Wissenschaft mehr. Und es war einfach viel Kleinfeed, das sich aufaddiert hat. Und dann war noch eine große Persönlichkeit da. Ich glaube, das war Hildegard von Bingen, wenn ich mich richtig erinnere, die hier in der Mod, die wir gespielt haben, nochmal drei Wissenschaft gegeben hat. Für jeden Handelsweg, den ich rüber geschickt habe, in meine Hauptstadt. Dahin. Und da hat jeder diese Handelswege nochmal drei Wissenschaft gegeben. Und in Summe dessen wurde es immer mehr und mehr und mehr. Und dann Unis gebaut, Forschungslabore waren langsam auch möglich. Und dadurch lagen wir bei 30 Varianten ja auch vorne, bei den Diplomatie-Siegpunkten, bei der Religion und bei der Forschung. Und das war eigentlich ganz gut. Und ich habe im Prinzip, ich habe die spielen lassen. Die anderen waren einfach nur Bodyguards und haben, im Hintergrund habe ich halt irgendwie mein Zeug gemacht und habe denen hin und wieder zugerufen. Ihr schafft das! Ihr schafft das! Das war schon alles. Warum hattest du auch die Rationalismus-Karte und so alles drin? Ja, ich kann mal gucken, was drin war. So weit war ich noch gar nicht. An den Regierungskraften. Kann man speziell Nachbarschaftsboni verdoppelt? Ja, die hatte ich drin. Die Nachbarschaftsboni hatte ich auch verdoppelt. Die hatte ich natürlich drin. Aber das hat ja trotzdem ansatzweise nicht gereicht. Ich meine, du warst über 250 oder so. Ja. Das war einfach stark. Aber diese... Das ist wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, auch so eine Mechanik. Auch wenn ich schon einiges gespielt habe, da habe ich gleich drüber nachgedacht. So verschiedene Aspekte miteinander zu kombinieren. Weißt du, zum Beispiel wie jetzt die Religion mit der Produktion und der Wissenschaft. Und ja, also... Das war nochmal ein anderes Level. Das hat man gemerkt an deinen Stats, dass du das Spiel nochmal beherrschst. Ich meine, du warst halt mit sechs Städten überall der Beste. Außer beim Militär... Oh, ich glaube jetzt am Ende warst du sogar beim Militär der Beste. Mit sechs fucking Städten. Das ist halt... Ich glaube, ihr hättet das easy gewinnen können, aber dafür hättet ihr einen gewissen Vulkan einnehmen müssen, den Nils einfach ignoriert hat. Der direkt neben seiner Hauptstadt war. Wo er direkt von Anfang an zehn Nahrung hätte haben können über einen Fels zum Beispiel. Er hat es einfach das komplette Spiel über ignoriert. Nils, was war da los? Das ist ein heiliger Vulkan und da dürfen meine Leute nicht siedeln. Ich hätte das sonst gemacht, aber ging halt nicht. Ja, okay, das verstehe ich. So heilig, dass es keine Religion gibt. So heilig ist er. Ja. Ja, ich wollte eigentlich auch... Das war der Running Gag im Stream heute. Da hab ich immer zwischendurch geguckt. Hat Nils da jetzt gesiedelt? Ne? Okay, alles klar, weiter geht's. Den hab ich echt... Ich war... Ich muss tatsächlich sagen, ich hab Probleme mit dem Timer, weil ich... Ja. Eigentlich nie mit Timer spiele, nur wenn ich mit euch spiele. Und sonst bin ich halt so ein Casual-Siv-Spieler, der dann irgendwie gegen eine billige KI so rumzockt und nebenbei irgendwas glotzt. Ähm, und deswegen bin ich immer total hektisch, weil ich jetzt zum Beispiel auch viele Sachen gar nicht so auswendig kenne. Welcher Weg führt mich jetzt nochmal dahin? Da muss ich eigentlich nochmal gucken. Und dann passieren so viele Sachen und die Zeit ist für mich zu knapp, um das abzuarbeiten. Und dann in dem Moment hab ich das einfach übersehen, dass ich da hätte siedeln müssen. Weil ich war im Prinzip dann auch schon, ähm, in einem Konflikt fast, äh, quasi. Ja, ja. Als ich dann bei, äh, Umgungungunlowu, wie ihr alle wisst, war. Und dann die Stadt, die ihr mir gerade geklaut habt und mich umbenannt habt, was ich total frech findet, mich dann noch zu verspotten. Also das ist wirklich... Das war Selbstidee, ja. Es war menschlich schon sehr verwerflich. Sehr verwerflich, ja. Und da hab ich dann überhaupt nicht mehr, ähm, die Zeit investiert, um mir das quasi, um das zu checken. Hab ich einfach übersehen. Ich hab's wirklich einfach übersehen. Aber Nils, das fühle ich. Also ich kam auch mit der Runde kaum klar. Also ich hab auch die ganze Zeit, also nicht fertig gewesen mit der Runde, weil es so schnell ging. Das war bei mir auch so. Ähm, ich hab's natürlich am Anfang einfach direkt verkackt, dass ich diese Stadt nicht halten konnte. Ähm, da, die, die war ja schon ein bisschen eine Art Kriegserklärung quasi. Und ich hab ja dann auch da Verteidigung gebaut und so. Ich hab's ja in der falschen Reihenfolge gebaut. Ich hab halt erst das Lager dann die Mauer gebaut, was ich umgekehrt machen sollen. Und danach... Ja, wir haben viele Fehler gemacht einfach. Beide Teams haben Fehler gemacht, aber das ist halt auch wirklich viel auf den Timer zurückzuführen. Ja. Das ist alles sehr, sehr schnell. Ich glaub, jeder hatte ein bisschen Probleme mit dem Timer. Aber ich find das auch okay, weil wir hatten halt sonst, wenn's halt zu lange dauert, wird's halt sehr schnell sehr zäh. So passieren Fehler, was halt auch lustig ist. Die Leute regen sich auf. Ja. Ähm, also ich muss sagen, dieses ganze Match war super spannend zu verfolgen. Es ist immer irgendwo irgendwas passiert und ich konnte mit dem Chat darüber quatschen und es ist keine Länge drin gewesen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, auch wenn das jetzt verfrüht zu Ende gekommen ist, weil sich doch recht klar heraus... Also recht klar gezeigt hat, wer hier gewinnen wird. Aber es ist ja auch mal... Also ich fand, dass auch den Team-Ansatz jetzt nicht grundsätzlich schlecht, auch wenn wir jetzt halt verloren haben. Es hat halt wirklich schon dazu geführt, dass viel mehr Action viel früher passiert ist. Äh... Ich hab noch eine Frage. Äh... Oder vielleicht am besten dann auch an Bull, weil du das Spiel einfach am besten kennst. Meine Argumentation war die ganze Zeit, wir erklären euch am Anfang nicht den Krieg, wegen dem Kriegsmöglichkeitsmalus, den man nie wieder los wird. Ach so. Ist das überhaupt relevant oder kann man da eigentlich drauf scheißen? Also und es ist echt... Ich weiß nicht genau, wie das bei Team-Matches ist. Also mir wird null Kriegsmüdigkeit angezeigt in meiner Statistik. Du bist zu weit weg. Hattet ihr denn Kriegsmüdigkeit drin? Ne, also wir jetzt nicht, aber Sepp müsste ja total im Sack geeignet sein. Ja, ich hatte sehr viele Probleme, aber die habe ich irgendwie weggemacht. Also ich hatte halt immer das Problem, dass jede Stadt, ähm, äh, Luxus, also diese Güter... Annehmlichkeit. Annehmlichkeit immer am Minus hatte. Das passiert durch Kriegsmüdigkeit, ja. Ja, fast durchweg, äh, ja. Ja, ich wollte eigentlich Sepp mehr helfen im Militär, aber irgendwann wurde ich irgendwie zur Bank. Also ich habe Sepp für jede Runde immer noch Gold gegeben. Das war die einzige Aufgabe, die ich hatte. Ja. Ja. Ja, so war es bei uns dann auch. Also dann waren, Bram und ich waren halt Bank für Nils, ähm, und, äh, bei mir war es dann leider so, dass da, du hattest ja da oben dann dann drei Städte so in einem mehr oder weniger Halbkreis, alle mit Lagern an meiner Front. Und da wäre ich halt nie durchgekommen, ähm, und ich war jetzt gerade so dabei, allmählich mal zu gucken, so mit Ballons und, und Bombern und sowas. Aber ihr wart ja weiter als wir in der Forschung, deswegen hätte auch das nichts gemacht. Ja, also gekippt ist das in meinen Augen. Also militärisch hatten wir ja wirklich einen längeren Konflikt da an meinen Grenzen. Ähm, ihr seid da permanent angebrandet. Deswegen, ich hatte auch kein... Manius hat das super gehalten einfach. Ja. Also es war echt hart da. Danke. Das war schon mega geil, ja. Auf jeden Fall. Aber, also es hat halt dazu geführt, ich weiß auch nicht, ob es beabsichtigt war, aber es war ein Nebeneffekt eurer Attacken, dass ich zu nichts anderes mehr gekommen bin, ne? Also ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, meine Armeen strategisch so auszurichten, dass ihr möglichst nicht durchkommt. Ähm, und dadurch musste ich so ein bisschen die anderen Dinge vernachlässigen. Also ich konnte meine Stadt gar nicht mehr ausbauen. Ich hab, äh, aufgrund des Timers überhaupt nicht mehr so darauf achten können, haben die genug Nahrung, haben die genug Annehmlichkeiten? Was baue ich wo? Modernisierung errichten. Dann wurde ich auch noch, äh, von Süden permanent von Barbaren harassed. Ähm, äh, also mein Reich war komplett damit, äh, beschäftigt euch sozusagen, ähm, abzuwehren. Und das hat, finde ich, auch okay geklappt, bis zu dem Zeitpunkt, als ihr technologisch so weit weg wart, dass ihr, ähm, Artillerie und Fesselbalance hattet. Und da war vorbei. Also da konnte ich da nichts mehr gegen machen. Da hattet ihr dann so eine Reichweite, dass ich, ähm, nur noch zusehen konnte, wie ihr mich zerbombt. Und ich kam auch nicht an euch ran, in dem Fall, weil die Stadt so aufgebaut war, wenn ich jetzt in die Offensive gegangen wäre, hättet ihr mich zerpflückt. Und, äh, dann wär's noch schneller gegangen, ja. Habt ihr einfach gut gemacht, Sebastian, auch richtig stark vorne. Ich glaub, so ein, zwei Fragezeichen, die wir hatten, oder so Knackpunkte. Einmal stand Nils vor einer Stadt von Sepp, wo überhaupt keine Mauer war, wo wir plötzlich, also komplett Angst hatten, dass da plötzlich zwei Renner, oh nee, was war es, Reiter irgendwas standen, weil wir noch gar keine Mauer hatten. Und der zweite, oder der größte Notfall für uns war, genau durch den Vulkan, als Nils den Stadtstadt erobert hat. Nils konnte die Vulkanstadt nicht sehen. Ich hab zwischendurch auf seine Perspektive gewechselt. Oh, was. Ja. Das war ein unaufgedecktes Feld. Krass. Okay. Das konnte er nicht sehen. Irgendwann dann natürlich, aber Spenden. Als Nils den Stadtstadt erobert hat und Sepp und ich uns oben zurückgezogen hatten, da hatten wir echt nicht mehr so viel auf Kante, was Einheiten anging. Da hatten wir echt Angst, ihr rollt jetzt über uns rüber. Aber da konntet ihr nicht so richtig nachlegen und dann konnten wir uns davon erholen. Das war nämlich genau der Plan. Nee, der Plan war, also der Plan war genau das. Also wir hatten uns vorgenommen, dass Bram und Maurice quasi im Norden über euch herfallen, aber nicht unbedingt mit dem Zweck, euch da zu erobern, sondern einfach um eure Einheiten da zu binden. Und mir sozusagen die Möglichkeit zu geben, dann an unserer Front weiter zu marschieren. Das haben Maurice und ich voll versaut. Das haben wir nicht hingekriegt. Es waren halt auch, da hattet ihr halt leider wirklich so recht eng an eng diese drei Städte, die alle schon Mauern und Lager hatten. Und da haben wir uns dann abschrecken lassen. Wir hätten wahrscheinlich einfach laufen sollen. Wahrscheinlich hätten wir das mit den Sachen geschafft, die wir da hätten. Weil da stand halt eine Armbrust, ein Lager und eine Mauer. Aber es war halt irgendwie so, oh nee, gut, die Sache ist jetzt durch. Das Problem war halt auch, wir haben halt schon, ich meine, es war jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, wir haben halt die Erfahrungswerte, dass das in solchen Events sehr häufig genau die Konstellation ist, wo man sich ewig aufreibt. Also eine Stadt mit Lager und Armbrustschütze drin und du hast noch nichts weiteres als Bombarden. Dann kommst du mit der Bombarde hin, der Armbrustschütze und die Stadt schießen beide drauf und die Bombarde ist schon fast wieder weg. Das ist ja wirklich genau die Konstellation, wo sehr oft Belagerungen gescheitert sind. Umgekehrt ja auch, ihr habt euch ja auch eine Weile an uns aufgerieben, als ihr die erste Stadt hattet. Bei der zweiten habt ihr wenig Stich gemacht. Das ist immer genau das, wo dann Kriege schwierig werden. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, die wir aber nicht sehen. Sagen wir es mal so. Da sind wir einfach zu doof für oder zu unerfahren, hoffentlich eher zu unerfahren als zu doof. Aber es war ja dann umgekehrt genauso, dass eine ganze Weile wiederum dann ihr sehr gegen Nils angebrandet seid. Und dann auch erst, als ihr dann die nächste Ära hattet mit Reichweite und so was, Luftballons und so, dass da dann wieder was geklappt hat. Es war genau in diesem Mittelfeld, wo Angriffe sehr schwierig sind. Aber vielleicht hätten wir uns nicht abschrecken lassen sollen. Das kann sehr gut sein. Das war nur so unser Gedankenprozess. Um euch vom anderen Team ein bisschen aufzubauen. Ihr habt ja bei uns nicht mitgehört in unserem Chat zu dritt. In den Phasen, wo es so hin und her brandete. Wo Nils immer wieder Truppen rüberschickt. Und wo klar war, ihr füttert ihn auch mit Geld an, sodass er sich das leisten kann. Das war ein Jammern bei uns und seinen Zetern. Ich war immer im Osten beschäftigt, hab nur gebaut, gebaut und gebaut und gar nicht hingeguckt. Und ich hörte die nur über Audio immer wieder brüllen und schreien. Nein! Schon wieder! Wo hat er die her? Das darf doch nicht wahr sein! Wie macht er das los? Pro Runde, Writing Bull, dreimal gesagt. Ihr müsst mich nur beschützen. Ihr müsst mich nur beschützen. Ihr müsst nur den Bodyguard machen. Was ja auch korrekt war. Ja. Also ich muss auf jeden Fall meinen Hut vor Nils ziehen, der da wirklich ein Feldherr für die Geschichtsbücher war. Absolut. Und es war mir eine große Ehre, dich mit Gold zu füttern, bis du platzt. Ich finde, du hast es gut angewandt. Und es war eher unsere Front, die wir leider nicht so durchbringen konnten, wie wir gewollt hätten. Und es war natürlich auch ein Schlag, dass ich halt direkt eine Stadt natürlich sehr früh verloren habe. Da war ich halt auch direkt ein bisschen hinten dran. Aber das war jetzt eigentlich nichts Unaufholbares. Wir waren nicht konsequent genug. Wie Bramman sagt. Aber insgesamt sind ja nur drei, vier Städte in den Besitz des anderen gegangen, oder? Mehr war es ja nicht. Aber ich finde auch das, was Bramman sagt. Die Teams haben schon viel Action gebracht und es war auch echt cool, am Anfang über alles zu reden. Was man so macht und was man vorhat und wie man es plant. Ich glaube, das war auch... Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es war weniger still, weil man halt den anderen erzählen kann, was man macht. Ja. Und taktieren auch. Ja, ich habe die ganze Zeit sehr gerne zugehört. Es war nicht besonders still. Also, es war alles sehr gut. Eine Sache noch so zum Beginn, wo, finde ich, schon viel des Weges vorgezeichnet war und das war der Stadtstaat, den ich dann später erobert hatte. Und zwar war mein Plan eigentlich, dass ich mir quasi Diplomaten aufspare und dir den Stadtstaat klaue und dann gleichzeitig den Krieg erkläre. Das war ein militärischer Stadtstaat und der hatte unglaublich viele Truppen. Und ihr seid uns da ein bisschen vorausgekommen, weil ihr uns dann den Krieg erklärt hattet. Und dieser Stadtstaat, der war ein richtig krasser Puffer, weil der hatte so viele Einheiten und ich kam auch nicht an dem vorbei. Ich musste erst mal die ganzen Einheiten von dem killen. Und dann erst konnte ich mich dann um diese Stadt Trunks oder wie sie hieß kümmern, wo du keine Stadtmauer hattest. Und ich habe dann versucht, schon mal, während ich noch gegen den Stadtstaat gekämpft habe, Einheiten links sozusagen vorbeizuführen, um die Stadt mir zu holen. Aber die wurde dann zerpflückt, weil der einen Armbrustschützen dort hatte. Und ich dann nicht an dem vorbeikam. So. Sonst hätte ich irgendwie, ich hätte natürlich versucht, diese Stadt noch zu holen, bevor du eine Stadtmauer gebaut hast. Aber wenn ich, wenn ich geschafft hätte, diese Stadt sozusagen zum Sozeren zu machen, bevor du mich angegriffen hattest oder ihr, dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen anders gelaufen. Ach nee, es war, es war, es war sowieso bis kurz vor Ende, war es super knapp. Ab dem Punkt, wo ich die Artillerie hatte und den Wetterballon, ab da ging es für euch halt bergab. Weil ich da den, den großen Vorteil hatte, dass ich nichts mehr tun musste. Ich musste nicht mehr angreifen. Du konntest mich auch nicht mehr angreifen, weil einfach diese Artillerie mit, mit zwei Schüssen alles weggebombt hat. Und, äh, ab da habt ihr verloren. Aber sonst war es bis zum Ende hin, habe ich geflucht und gekotzt bis zum geht nicht mehr. Ähm, weil ich auch so viele Einheiten auch verloren habe. Ja, schön war es. Ja, aber, Bram, mein Abschluss, Highlight. Ich wollte zu meinem Chat gehen und auf Wiedersehen sagen. Dankeschön euch allen, dass ihr teilgenommen habt. Ja, sehr gerne. Danke, danke. War sehr, sehr cool. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich habe einen Stadtstart, äh, mit Gold ausgehoben. Für 15 Runden die Schwertkämpfer bekommen von Kaokia. Ja, und die Runden waren vorbei, als ich mit den Schwertkämpfern bei Maurice war. Und dann haben sie, und dann haben sie den Weg blockiert für Selbsteinheiten. Das war ein Mega-Move. War das, als ihr da meine Stadt angreifen wollt? Ja, ja, genau. Weil... Der Angriff ist ja so ein bisschen ins Leere gelaufen. Ja. Hätte ich gefragt, was da los war. Das erklärt natürlich die Sache. Ja, es war... Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo die, warum, wo ist denn die Armee hin auf einmal? Ja, das ist unglücklich gelaufen, weil es war so ein bisschen auch, weil der Timer so schnell ging. Das war eine Idee von Riding Bull, dass er mir das Gold gibt, weil ich, ähm, so zerren bei denen war. Und dann meinte ich so, soll ich das machen oder nicht? Soll ich das machen oder nicht? Ja, mach! Und dann drückst du halt in der letzten Sekunde auf Ausheben. Und dann kommt so, naja, eigentlich brauchen wir noch 5 Runden, bis wir den Krieg erklären. Dann checkst du halt, okay, wie lange brauchen die Einheiten rüber? Yo, 14 Runden. Und was, dann können die nicht? Alles klar. Das war der längste Weg ever. War schön. Ja, ja, das, äh, ich hatte auch noch so einen Stadtstart ganz hinten, den ich vielleicht mal hätte ausheben können, aber es hatte auch nicht viel. Der hatte auch nicht viel, äh. Ja, vor allem die laufen halt so lange, ne, das bringt dir dann im Endeffekt dann auch nicht so viel. Das war auch ein bisschen das Problem, das ich hatte, dass ich der Front mit Nils halt wenig bieten konnte, außer Gold. Weil ich hätte halt wirklich 15 Runden zu ihm runterlaufen müssen. Und es war dieser eine scheiß Stadtstart in der Mitte, der er ständig gewechselt hat. Wie hieß er? Hand, Hand, irgendwas. Der halt ständig mal euch gehört hat, mal uns gehört hat. Und ich wäre da halt nie hingekommen mit irgendwas Sinnvollem. Ähm, deswegen habe ich mich halt dann voll auf diese Goldproduktion verlegt. Was hast du denn Gold gemacht, die Runde? Ich hatte dann später 150 die Runde, glaube ich. Ich hatte jetzt ganz am Ende, glaube ich, 270 oder so. Ja, krass. Jede Runde mit dieser Wirtschaftsallianz, das war schon krass. Das war gleich alles, Nils. Also, alle Handels, entschuldige. Nur eine Handelswege haben es schon 200 gegeben. Bei mir selbst läuft der Stream noch im Hintergrund. Ich würde ganz, ganz zu meinen Leuten mal rübergehen, die die ganze Zeit zugeguckt haben. Ich weiß nicht, ob bei euch auch noch Streams laufen, aber... Klar, auch selbstverständlich. Bei mir auch noch. Ja gut, dann gehen wir an dieser Stelle auseinander. Es war mir wie immer eine Freude. Nicht ganz so eine Freude, wie wenn wir glorreich gesucht hätten, aber trotzdem eine Freude. Ihr habt das echt glorreich gemacht. Wir haben geflucht und gejammert. Es ist alles gut gelaufen, ernsthaft. Habt ihr toll gemacht, alle. Aber ich fand auch tatsächlich die Dreier-Allianz-Geschichte mal eine ganz coole Abwechslung zu dem, wie die sich jetzt ruhig laufen. Mir hat das auch mega Spaß gemacht, ja. Ich habe eben im Chat nochmal mit einem Auge irgendwas gelesen. Und zwar gibt es ja wohl auch die Möglichkeit, dass man ein Volk gemeinsam steuert. Was ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt finde. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe es nur irgendwie gelesen, ob es vielleicht eine Mod ist oder so. Aber das wäre zum Beispiel mega interessant, wenn du halt einen hättest, der sich dann in diesem Rundentimer halt um die wirtschaftlichen Aspekte und so weiter kümmert und der andere steuert nur die Truppen. Mhm. Dann hast du halt trotzdem diese Geschwindigkeit, in der das vonstatten geht. Aber du hast nicht die Situation, dass quasi, wenn du Krieg führst, so damit beschäftigt wirst, dass du dich gar nicht mehr um deine Wirtschaft kümmern kannst. Das fände ich eine Idee, die ich auch gerne mal ausprobieren wollen würde. Klingt auch cool. Wir hatten das Problem auch die ganze Zeit wegen des Rundentimers, dass ständig Einheiten nicht gezogen wurden. Handwerker blieben teilweise rundenlang auf irgendeinem Feld stehen, weil am Ende der Einheiten Schlange waren und erst die anderen abgearbeitet worden sind. Ich hab bis kurz vor Ende, hatte ich noch die Karte drin, ja, plus 10 Stärke für Barbaren. Oh, krass. Ich hab so lange meine Karten nicht aktualisiert, weil immer, wenn mir das aufgefallen ist, war dann, ging's dann wieder nicht. Dann hatte ich ja sowieso kein Geld, um es zu ändern und das war dramatisch. Die Regierungskarten sind tatsächlich auch oft, was bei mir am meisten leidet, bei diesen Events allgemein. Denn, dass ich auch immer übersehe, ah, jetzt hab ich grad eine neue Sache erforscht, jetzt könnte ich kostenlos wechseln. Aber ich hab schon wieder, ah, der Rundentimer ist schon wieder weg, jetzt kann ich nächste Runde. Ah, dann mach ich's dann, wenn ich das nächste Mal was erforscht hab. Und dann, ah, nee, okay. Also ganz so schlimm ist es bei mir nicht geworden, dass ich noch die Barbaren drin hatte. Aber ich hab das auch nicht so viel rumgewechselt, so wie ich sollte. Ich bin auch, ich hab dann erst so auf Handelswege recht viel gemacht, weil wir halt Nils füttern wollten. Und dann am Ende wieder mehr auf Wissenschaft, um da wieder ein bisschen aufzuholen. Aber hab das auch nicht so, aber ich glaub, das ist vielleicht auch zum Teil, das meinte ja Peter vorhin, auch gar nicht so verkehrt, dass schon auch ein bisschen die Geschwindigkeit jetzt über dem Minmaxen steht bei solchen Multiplayer-Events. Aber das ist auch bei mir meistens, was dann drunter leidet, die Politikkarten. Ich fand das auch eine schöne Abwechslung, dass man überhaupt nicht bei einer Partie mal auf andere warten muss, die viel zu lange ziehen und irgendwas rumpuzzeln. Und man selber ja teilweise auch, sondern dass es einfach so ratzfatz dann ging und man unter Zeitdruck war. Und war eine schöne Abwechslung. Fand ich cool. Das hat mich persönlich massiv gefordert, weil ich der weltlangsaste Rundenstrategie-Spieler bin, denke ich. Eigentlich spielst du ja Rundenstrategie genau, weil du sowas vermeiden willst hier. Aber hast uns ja trotzdem alle noch ganz gut in die Tasche gesteckt. Von daher hast du dir keine Rundenstrategien fandet. Ich musste nie über Kämpfe nachdenken, nur wenn Barbaren kamen, weil die beiden Bodyguards, weil Sepp und Mike, die haben sich um euch gekümmert. Die haben mich quasi abgestellt. Ich war deren Stellvertreter, der sich um alles andere gekümmert hat. Und die haben sich ums Militär gekümmert. Die haben wiederum profitiert von der Forschung, die ich dann betrieben habe, weil die bekamen ja immer Neureka, wenn ich eine Forschung abgeschlossen hatte. Und deshalb hatten wir auch am Schluss an der Front dann Aufklärungsballons, weil die beiden mich halt durchgeschleift haben. Die haben mich beschützt die ganze Zeit. Und das habe ich ihnen dann wiederum zurückgezahlt in Neurekas für deren Forschung, sodass die die besseren Einheiten hatten. Aber das ging, also ich habe echt nicht nach links und nicht nach rechts geguckt. Ich habe mir auch nicht angeschaut, wie der Frontverlauf war. Das heißt, es wäre voll smart, wenn einer komplett auf Forschung geht und wirklich auf alles andere scheißt. Ja, das war unser Ding. Wir haben uns das auch kurz überlegt und haben es dann nicht gemacht. Writing Bull hat nur Forschung gemacht, Sepp hat nur Krieg gemacht, ich habe nur mit Bram gechattet. Das war die Aufteilung. Hast du gechattet? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, Sepp da war, haben wir gemerkt. Aber du warst auch. Ich wechsle immer rüber in meinen eigenen Stuhl. Dann glaube ich dir doch mal, dass du auch da warst. Leute, ich bin mal weg. Vielen Dank. Hat total Spaß gemacht. Ich gehe bei euch aus Teamspeak raus hier und bleibe im Stream selber bei mir halt weiter und mache mit den Leuten noch eine Abschlussbesprechung. Hat furchtbar Spaß gemacht, war total entzückend. Ganz sehr ernst. War ein wunderschöner Tag. Hat mir einen Heidenspaß gemacht. Euch allen noch einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So, und ich wechsle jetzt mal bei uns rüber auf meinen persönlichen Teamspeak-Server und wechsle mal zu unseren Chat-Mods. Die sind, glaube ich, auch noch da. Geht da einmal rüber. Denn die haben wir euch ja im Chat bespaßt. Ich habe am Schluss auch in den Chat reingeguckt und habe das gesehen, dass die da waren. Einmal rüber und gucken gehen. Und gleich hört ihr ohne Vorwarnung ein paar unserer Community-Moderatoren aus unserem Forum und aus dem Team aus der Tafelrunde. Und Achtung, das ist zum Beispiel Matze Mannix. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Hallo Marcel. Hallo, schon guten Abend. Ja, beide, aber auch andere. Ich habe KibaFox eben gesehen, habe den Chat bespaßt. Vielleicht kommt Kiba ja auch noch dazu. Oder war die nur im Hintergrund da irgendwo? Kiba war nur im Hintergrund da, aber oben im Willkommen ist noch der Rainer. Vielleicht kommt der noch runter. Vielleicht kannst du gerne auch mit runterkommen, René. Ja, ich gucke jetzt auch in den Chat rein. Ihr seid ganz entzückend. Vielen, vielen Dank. Aber es war, Leute, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ganz im Ernst. Ich habe vorher mal, wir hatten ja diese Mods runtergeladen, auch den Rundentimer. Ich hatte heute zum Mittag halt mal zwischendurch so ein privates Trainingsmatch gegen die KI gemacht. So 10, 15 Minuten mit diesem brutalen Rundentimer gespielt. Ich habe gedacht, meine Güte. Dann hatten wir die Vorbesprechung. Um 15.30 Uhr haben wir uns getroffen. Und dann hieß es plötzlich hier. Ich hatte die naiverweise gefragt. Sag mal, wie macht ihr das mit den Pausen? Wie mute ich euch dann? Und dann haben die mich mit großen Ohren und Augen angeguckt und haben gesagt, Pausen? Bei uns gibt es keine Pausen. Wir ziehen das durch. Das war heftig. Aber es hatte echt zwischendurch so einen kleinen Hänger. Also natürlich macht man laufend Fehler. Tausend Fehler. Nicht nur wegen Rundenteil. Man soll auch über Stunden hinweg die Konzentration hochhalten. Mit einem Ohr immer hinzuhören, was die Kollegen sagen. Weil ich musste auch hin und wieder auch hinhören. Ihr kennt ja alle, wie das ist beim Multitasking. Da machen nichts hundertprozentig richtig. Und ständig bleiben Dinge liegen. Hin und wieder nur die Politikkarten gewechselt. Eine Sache, die sonst total im Fokus ist, dass das so wichtig ist. Man macht tausend Dinge falsch. Aber man sieht halt, es geht dann im Team, klappte es dann plötzlich immer besser und auch besser als bei den anderen. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wenn man mitkriegt, dass diese Gefühle von wegen, wir kriegen irgendwie die Dinge nur so halb auf die Reihe. Wenn man dann mitkriegt, doch unterm Strich bei dem Zeitung, der man hatte und mit dem Absprechen und mit der Mod, mit der Balancing Mod, die wir alle gespielt haben, die keiner von uns richtig kannte. Ich hatte mir vorher bei der, also die anderen hatten da auch schon mal mitgespielt, aber da gibt es eine neuere Version und eine alte. Die neuere Version, da hatte ich mir heute die Readme-Datei runtergeladen und mir die Hintergrund hingemachte auf einen der Monitoren abgedacht, da kann ich da mal irgendwas nachgucken, wie was verstellt worden ist. Da wäre gar keine Zeit für gewesen. Und es war auch noch die Datei von der falschen Mod, weil wir dann mit einer anderen gespielt haben. Also war heftig. Ich gucke in den Chat rein. Lieb, wir hatten noch nie so viele Leute hier im Chat. Wir haben die Tausendergrenze heute geknackt. Freut mich sehr. Bevor wir gemeinsam gerne kurze Abschlussbesprechungen machen, nochmal der Hinweis, morgen geht es hier richtig weiter mit dem Vietnam-Paket, das morgen rauskommt. Morgen spielen wir gegen die KI dann allerdings und in aller Ruhe mit auf Gottheit. Matsu Manix ist da mit dabei und ich bin, Leute, entschuldige ich mal, aber ich bin in 30 Sekunden wieder bei euch. Seit Stunden durfte ich diesen Stuhl nicht mehr verlassen und ihr könnt euch vielleicht denken, was ich in den nächsten 30 Sekunden vorhabe. Ich übergebe euch mal, ich übergebe mal ganz kurz an Matsu Manix und an Marcel und bin in 30 Sekunden wieder bei euch. Bis gleich. In der Zwischenzeit sind auch noch KibaFox und Ryan hat zu uns gekommen. Halleluja, ihr beiden. Genau, Hallihallo. Hallöchen zusammen. Hat es euch denn gefallen? Habt ihr den ganzen Stream gesehen oder musstet ihr noch arbeiten zu Beginn? Wie war es bei euch? Also ich muss noch arbeiten bis 18 Uhr, so um 16 Uhr kann ich noch nicht Streams gucken. Aber ich fand das anstrengend, das Zugucken bei der Geschwindigkeit ist der Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen mitgezittert, weil das war für unseren lieben Daniel echt eine Herausforderung, mal mit Runden-Timer und dann noch so schnell. Aber es hat ja am Ende doch geklappt. Ich konnte ab 16 Uhr dazukommen. Ich habe mich auch gleich angewunden gehabt dafür, weil ich im Homeoffice bin und ich sage mal so, bis auf mal 10 Minuten mal ganz kurz mal auf den anderen Bildschirm schauen, konnte ich heute das ein bisschen vergnusen, weil ich die meisten Sachen schon vorher erledigt hatte. Aber es war echt mega klapp und teilweise auch wirklich so, dass das Spiel auf der Kippe stand. Und ich hatte mehrfach das Gefühl, dass Daniel mit der Geschwindigkeit Probleme hatte, also weil man einfach nicht alles sieht. Man kann auch nicht zu Ende denken bei der Geschwindigkeit, jedenfalls in dem Tempo, wie der Daniel sonst ja in Ruhe alles immer bedenken möchte. Das war fast schon ein Echtzeit-Strategiespiel, oder? Ja. Krass. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Entspannter. Das kann ich schon mal versprechen. Morgen mit Vietnam und mit den Kooperationen und Monopolen werden wir uns genug Zeit lassen, um alles genau zu entdecken, zu erkunden, so wie wir das in gewohnter WB-Manier gewohnt sind. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Und ich muss sagen, 1 Minute 30 am Anfang. Also wir kennen ja WB-Streams am Anfang. Er guckt alles ganz genau an, wo kann man was hinstellen. Also gerade wenn man eine neue Partie beginnt, wo kommt meine erste Stadt hin und wo die zweite, ganz genau geplant. 1 Minute 30 pro Zug. Das. Also da würde ich Stress bekommen. Aus dem Chat mal zwei Fragen aufgreifen, die gerade reingekommen sind. Wir haben ja auch heute viele neue Zuschauer dabei, die den Ablauf hier vielleicht noch nicht ganz so kennen. Also es wird ein Video on demand geben in den nächsten Tagen auf YouTube. Ihr könnt aber natürlich auch jetzt schon auf Twitch die Aufzeichnung gucken. Die ist hier natürlich schon verfügbar. Und es kam die Frage ran, wann es morgen losgeht mit Vietnam. Lieber Matsumen, wann geht es denn morgen los? Ja, also wir trudeln hier morgen wieder ab 19 Uhr ein, werden dann bestimmt erstmal noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Wir müssen dann das Spiel erstellen und so weiter. verfügbar wird das Vietnam-Paket für euch selbst ab circa 18 Uhr sein. Das war bei den bisherigen DLCs auch immer so, dass die dann immer am Donnerstag ab 18 Uhr erschienen sind. Die Entwickler hatten auch gerade selbst noch einen Livestream gezeigt, wo sie die Features ein bisschen detaillierter erläutert haben und da auch nochmal bestätigt, dass es ab morgen 18 Uhr dann zum Download freigegeben wird unserer Zeit. Was auch noch ganz wichtig ist, oh, ähm, ja, ähm, ich wollte gerade sagen, dass du ja auch gerne zu Beginn einer neuen Partie das Volk, was du gerade spielst, auch vorstellst, ein bisschen geschichtliches, vielleicht auch zum Führer manchmal, je nachdem, ob er geläufig ist und das finde ich auch immer eine sehr tolle und sehr spannende Geschichte, muss ich sagen. Wir werden heute Abend, morgen Abend, am 28. Beginn mit dem Vietnampack, ihr habt es gerade gehört, spielen gegen die KI auf Gottheit, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Drei Streams binnen vier Tagen mit dem neuen Vietnampack und mit der, da seht ihr es im Hintergrund, mit dieser reizenden Anführerin. Das ist eine ganz, ganz spannende Spielweise, weil wir dann defensiv spielen werden und wir wollen einen Kultursieg erreichen. Wir heißen in dem Fall ihr natürlich und ich und Matsu Mannix, Matsu Mannix, habt ihr eben auch gehört, der als Co-Moderator die ganze Zeit mit dabei ist und die ist total spannend, die ist total spannend. Wir schauen noch, dass wir euch am Wochenende ein Video noch bringen dazu. Ich könnte euch zwar auch morgen Punkt 18 Uhr ein Video bringen, aber dann müsste ich, ich weiß noch nicht, also ich wollte es eigentlich heute Morgen oder gestern Abend, seit gestern Abend wäre es möglich gewesen oder morgen früh dann aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie frisch ich bin. Entweder morgen Abend um 18 Uhr als YouTube Premiere mit Echtzeit-Chat auf YouTube oder halt am Wochenende nachgereicht, aber den Twitch-Stream gibt es auf jeden Fall Freitag, Samstag, Sonntag ab 19 Uhr auf Gottheit und mit dem neuen Modus Kooperationen und Monopole und Kooperationen. Und das ist alles sehr cool. Das ist ein wunderschönes, das ist eine wunderschöne Zivilisation mit einem 1A-Spitzenprofil, wie wir die noch nirgendwo anders erlebt haben. Mit Boni auf Bewegung in Wäldern, in Dschungel, auf Sümpfen. Man kann sich einigeln, man kann Pflanzen, Wälder pflanzen, ist dann fitter und kampfstärker. Man kann mit dem neuen Modus, mit den Monopolen und Kooperationen Luxusgüter rumpuzzeln, Werke daraus generieren, Monopole generieren, Werke auch zu anderen Städten hinbringen und sich total aufbauen. Das ziffert echt zu einem Aufbaustrategiespiel damit im Kern, was es ja teilweise auch ist und damit noch mehr. Ja, da freue ich mich total drauf. Aber lasst uns gerne noch mal kurz hierbleiben beim Streamen, weil ihr konntet ja die ganze Zeit mit mir nicht ein richtiges Schwätzchen halten und ich auch nicht bei euch. Erstmal danke. Ich habe am Schluss ja gesehen, wie viel ihr die ganze Zeit gepostet habt. Das ging ja rasend runter, in einem irren Tempo und auch ganz vielen Dank für die vielen Abos, die hier hinterlassen worden sind. Ich kann das so ein bisschen in der Liste hier sehen. Das ist total viel. Das ist rekordverdächtig. Ganz, ganz entzückend von euch. Ganz lieb. Feedback von euch. Also, ich kann auch mal gerne sagen, was mir am meisten Spaß gemacht hat und danach würde ich euch gerne fragen, was euch am meisten Spaß gemacht hat, was ihr beim Event vom Ablauf her besonders gelungen fand, was ihr anders machen würdet, wie ihr die Taktiken fand, mir persönlich den meisten Spaß gemacht hat. Dieser Teamgedanke, dass man zwei Leute hatte, mit denen man reden konnte. Diese Arbeitsteilung, die auch aufgegangen ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht. und man glaubt es kaum, der runden Timer, weil der einen so lustvoll quält, weil man dann so aus der Komfortzone rauskommt. Normalerweise denke ich über jedes Detail tausendmal nach. Jetzt ging das nicht. Jetzt musste man schnell ziehen. Und das bringt einen ja so zum, da muss man Mut zur Lücke haben. Man muss Dinge mal beiseite schieben. Und das konstant die ganze Zeit. Ich war wirklich gefordert. Ich musste so raus, aus den üblichen Abläufen rauskommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt ja auch die beiden anderen mitbekommen, die bei uns im Team waren, Sepp und Maik. Und wie angenehm die Gespräche mit den beiden waren. Die sind ja total sympathisch. Es hat total viel Spaß gemacht, mit denen rumzuhängen, rumzutüfteln, selber an Dingen so rumzumachen und im Hintergrund, die immer schreien zu hören, während ich selber eine Statte optimiert habe. Oh Gott, um Himmels Willen, da greift wieder jemand an und wie geht's weiter. Das war für mich halt ein Hörspiel. Im Hintergrund, die brüllen, schreien, taktieren, leiden und feiern zu hören, während ich selber so den anderen Part übernommen habe und uns so ein bisschen gefüttert habe mit den anderen Dingen. Das hat echt Spaß gemacht. Die waren total entzückend. Ja, für mal einen Blick in den Chat rein. Super Team-Kooperation, schreibt Black Panther. Hallo Matze. Hat euch gut gefallen, die Absprache. Das ist schön. Das Wort Wechsnecken fand ich lustig. Also kannte ich vorher noch gar nicht im Zusammenhang mit Spielen, was Sepp immer gesagt hat. Danke an Mace für den freundlichen Kommentar. Ren Tragel meinte, am Anfang hätte ich noch in der alten Geschwindigkeit entschieden. Ja, echt. Ja, war so ein bisschen schneller, ging's im Laufe der Zeit. Aber ich habe auch die letzten anderthalb Stunden gemerkt, da hatte ich so ein zwischendurch so, ja nicht so große Hänger, aber so kleinert, dass ich mal für zehn Sekunden irgendwie plötzlich auch so ganz langsam runterging und dann wurde ich wieder wach und dann ging's wieder weiter. Weil wenn man das stundenlang macht, ohne Pause, ist schon krass. Ja, wir hatten vorher diskutiert. Kalippo fragt danach, wer wo kämpft, ob an der Front oder weiter hinten. Ich hätte im Prinzip auch so eine Rolle an der Front einnehmen können, wäre eine andere Erfahrung gewesen. Man muss aber sagen, so wie wir gesponnt sind auf der Karte, als der Piet, der Peter reinkam von den Piet's Meets und uns zu Beginn des Streams gesagt hat, Leute, entschuldigt bitte, das ist eine West-Ost-Karte. Pardon, das ist eine West-Ost-Karte und wir sind im Osten. Das war uns gar nicht klar. Das hat er uns gesagt und dem Augenblick wusste ich, ich bin ganz im Osten der Karte. Hier mit dem Rücken an der Wand, hinter mir ist nix und dann war glasklar, wenn einer, wenn zwei den einen beschützen, dann sind die beiden natürlich an der Front hin. Dann ist nicht der, der kämpft ganz hinten und muss seine Truppen erstmal an die Front bringen. Das hätte ja überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Deshalb bot sich diese Arbeitsteilung an einfach. Schnellespiel hat euch gut gefallen, schreibt auch eins im Metzger. Das mit dem Timer-Wunch, wie war das denn für euch als Zugucker mit dem Timer und wie gut habt ihr das mitbekommen und wie viele Leute von euch wechselten zwischen den verschiedenen Streams? Gerne mal auch die Frage an Marcel, an Matsumen und an Jim Rayner und an euch. Habt ihr aber woanders auch mitgeguckt? Habt ihr mehrere Monitore gehabt? Habt ihr mehrere Browser geöffnet gehabt? Wie habt ihr das gemacht? Erzählt mal. Also ich konnte leider nur zwei Drittel des Streams sehen. Den Anfang habe ich leider verpassen müssen. Aber ich habe das dann ca. 95% der Zeit bei dir auf dem Kanal geguckt. Ich habe ab und zu mal rüber gewechselt, um zu gucken, wie es da ausschaut. Aber ich bin dann hier geblieben und mit dem runden Timer, klar, es fehlte so ein bisschen das Puzzlen, die Erklärungen, die wir normalerweise in den Streams haben. Aber man konnte gut folgen. Tablo Taxl schreibt im Chat, es war super spaßig, aber auf die gemütlichen Partien will ich nicht verzichten. Kein Grund zur Sorge, gemütliche Partien gibt es ja ab morgen Abend hier wieder, ab 19 Uhr. Ihr wart nur hier, Klärchen war nur hier. Gentleman Blue hat meistens bei Peter geschaut, bei den Pete Smiths, weil da die Übersicht war. Rui Lepri schreibt, 60% warst du bei Pete Smith, 40% hier. Zwei Browser auf, berichtet Black Panther. Na, okay. Ja, und wie war das für dich, Matsumannix? Erzähl mal. Ja, also tatsächlich habe ich leider gar nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe das so ein bisschen nebenbei mitverfolgt, laufen lassen, eher so ein bisschen als Hörspiel. Zwischenzeitlich war ich tatsächlich auch in einem anderen Livestream mit drin, allerdings nicht von eurer Aufzeichnung, sondern von den Phyrexis-Entwicklern, um mich vorzubereiten auf unser Let's Play ab morgen. Und dann wieder zurückgewechselt. Und was ist passiert? Da bin ich einmal eine Stunde nicht da und auf einmal schreibt mir der Chat, oh Mats, es ist ja schön, dass du wieder da bist. Die anderen haben aufgegeben. BB hat gewonnen und das Team. Das war sehr faszinierend für mich. Red Skranger schreibt gerade im Chat, ich war kurz vor der Aufgabe bei Nils und da sah ich, die Panik im Team, hätte nicht gedacht, dass die hinwerfen. War zu 99 Prozent her. Wo Sir Wynsternick schreibt, er fand den psychologischen Effekt spannend zu beobachten. Die Vorstellung, was es mit dem Gegner macht, wenn man mit einer fortschrittlichen Einheit auftaucht. Du hast öfters die Seiten gewechselt, um die Emotionen mitzubekommen. Das ist eine coole Geschichte, muss ich sagen. Jim Rayner, wie hast du den Stream erlebt? Ja, also ich habe am Anfang bei dir viel reingeschaut, also auf deinem Stream. Habe dann aber, also einfach um auch nicht mich zu spoilern, wie die ganze Karte aussieht. Habe danach beim Pete Sweets mal reingeschaut. Ich muss auch sagen, seine, was er gemacht hat, fand ich auch sehr spannend. Er hat einfach nur den anderen zugehört und seine eigenen Kommentare dazugegeben. Das fand ich eigentlich auch vom Stil her ganz gut. Und er hat es neutral gemacht und ich fand es auch super interessant, beide Seiten zu sehen. Aber auch, was geschrieben worden ist, auch schon im Chat, in dem Moment, wo die Atelier gekommen ist, ist das gegnerische Team dermaßen resigniert und hat dermaßen stark abgebaut, moralisch, dass die an der Stelle echt, das war der Knickpunkt, wo die gesagt haben, jetzt geben wir auf. Sie haben gesehen, Wissenschaft war bei dir, du hast ja fast so viel gemacht wie die anderen drei zusammen. und da haben sie gesagt, das holen wir nie wieder ein und wir haben keine Siegchance mehr, das geben wir auf. Das ist auch so, ja auch, also es war tatsächlich so, das meine ich nicht nur so, also das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so, dass ich so viel Wissenschaft generieren konnte, war ausdrücklich nur möglich in der Arbeitsteilung im Team. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch zu Beginn des Streams hier waren, wir haben uns ja vorher so abgesprochen in unserem TeamSpeak Channel, Sepp und Mike und ich, wir haben das genauso besprochen. Mats Mannix und ich haben gestern Nacht noch nach dem letzten A-Babylon-Stream zusammen die Köpfe hier zusammengesteckt. Das hat mir auch sehr geholfen und wir haben uns ein bisschen beratschlagt, was ich vorschlagen könnte in meinem Team, wie man auftritt, was man macht. Nachher habe ich mir gedacht, die meisten Strategien, die wir entwickelt haben, waren wahrscheinlich viel zu kompliziert. Aber so eine Sache, die ich mitbehalten habe, wo wir uns das gemeinsam überlegt haben, das war halt eine Forschung, zwei Bodyguards. Und genau das haben wir dann schließlich auch gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, dass das halt, dass dadurch die anderen auch geboostet worden sind in der Forschung. Das sah man bei denen nicht, bei den Forschungserträgen, bei den anderen Teammitgliedern. Die waren dann bei weitem nicht so hoch als bei mir, aber die haben trotzdem, die waren trotzdem dann viel schneller in der Forschung, weil das im Team halt so ist, wenn einer eine Forschung zu Ende durchführt, dann bekommen die anderen von dieser Forschung das Heureka geschenkt. Also die bekommen 40 Prozent der Forschungskosten spendiert. Das heißt, wenn einer aus dem Team, in dem Fall ich, von den beiden anderen durchgefüttert und beschützt wird, dass der voran rushen kann, durchziehen kann bei der Forschung, dadurch habe ich den anderen quasi immer und immer wieder Heurekas bei denen erzeugt, sodass die trotz der geringen Forschungserträge viel schneller durchkamen durch ihren Tech-Tree, als es bei den anderen war. Und deshalb kamen am Schluss die Artillerien und die coolen Einheiten, weil wir das Team so gut funktioniert haben. Und ich habe wirklich mich komplett darauf konzentrieren können. Ich hatte am Schluss zwar die größte Armee, aber das war nur deshalb, weil ich halt die Barbaren hatte und die aufwischen musste. Aber im Prinzip, und ich habe halt kaum Einheiten verloren zwischendurch. Also ich habe gar nicht so viele Truppen erzeugt. Die anderen haben im Team viel mehr Truppen erzeugt. Ich habe auf dem Papier die größte Armee gehabt am Schluss, aber das war so ein bisschen eine Illusion, weil ich halt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Einheiten verloren habe, weiß ich gar nicht genau, weil ich wurde ja nicht gefordert. Ich musste nur mit Barbaren mich ein bisschen rumärgern. Aber die haben die ganze Zeit produzieren, produzieren, produzieren und Einheiten dann auch verlieren müssen und haben dadurch halt mir den Rücken freigehalten und das klappte so. Es war wirklich eine sehr spezielle Arbeitsteilung. Die hat gut funktioniert und dazu gehörten alle. Ich bin natürlich in der Situation, dass die anderen dann saßen und da waren am Schluss und gesagt haben, Mensch, wie kann man sowas hinbekommen? Aber definitiv ohne Teamarbeit wäre das nicht möglich gewesen. Bei normalem Verlauf einer gegen alle, jeder gegen jenen, hätte ich nie und nimmer solche Werte am Ende haben können. Das war nur, weil die Teamarbeit so gut funktioniert hat. Ernsthaft, das ist wirklich wichtig. Mal gucken, was die anderen noch schreiben. Im Chat. Sepp hatte auch relativ viel Forschungspunkte, obwohl er so aktiv war im Krieg. Bramman hatte länger mitgehalten, stimmt, bei der Forschung. Ich komme jetzt nicht mehr rein. Ich weiß nicht, ob ich die Statistik, ob ich die noch zeigen kann. Ich gucke mal, ob das geht. Ob ich euch die noch zeigen kann. Ne, da läuft, glaube ich, im Hintergrund. Mal gucken, ob das geht. Ich glaube, ihr seht das gerade nicht, aber ich glaube, ich komme nicht mehr in den Statistikbildschreiben rein. Tut mir leid. im Hintergrund lief das Spiel noch, aber jetzt nicht mehr. Konntet ihr gerade nicht sehen, aber ich komme in die Statistik nicht rein. Tut mir leid. Ja, moderieren mache ich auch immer gerne. Wenn man mich fragt, irgendwas zu moderieren, bin ich immer dabei. Das 3 gegen 3 fand ich sehr cool, weil man so viel diskutieren konnte, weil es taktischer waren. Die Rocket Bean Streams, die drei, wo ich mitgemacht hatte beim G8-Gipfel, das war halt immer so, ja, jeder gegen jeden. Es war so ein gepflegtes Chaos und es war weniger, es war mehr so Spektakel und da ein bisschen Taktik und da ein bisschen Taktik. Das war mehr taktisch geprägt als strategisch. Einfach weil wir auch ohne Rundentimer gespielt haben und dadurch musste man auch, ja, man hatte ständig so kleine Scharmützel irgendwo. Das hat mir so sehr, sehr gut gefallen. Ja, scheint euch ja echt gut gefallen zu haben. Das freut mich sehr. Eine MP-Partie hosten, ja, wir überlegen uns, das ist ein Vorschlag, den die Community hat, Matsu Mannix, ob wir nicht vielleicht mal ein MP-Turnier machen, nicht ein MP-Turnier, eine MP-Match streamen, wo Matsu Mannix und ich moderieren und andere aus unserer Community spielen, Matsu. Genau, das haben wir uns mal überlegt und da sind wir schon am Sammeln und am Ideen kreieren, wie wir das am besten aufziehen können und werden dann bei uns im Community-Forum da eine extra Sektion für erstellen, wo wir dann tatsächlich noch weitere Details und auch noch weitere Ideen von euch einsammeln möchten. So, Winstonic schreibt, wie B, da gab es mal eine Situation mit einem Apostel, da konnte man sich die Beförderung holen, alle Barbaren übernehmen, warum ich das nicht gemacht habe. Ich hatte die Idee, dann habe ich irgendwas gecheckt, dann wollte ich den irgendwo hinziehen und dann war es drei, es ging nicht sofort, es ging in die Idee später und ich weiß nicht, wie viele Einheiten habe ich am Schluss ziehen können, zwei Drittel nur. Irgendwann habe ich am Schluss mehr rundlangen Bauarbeiter nicht ziehen können, weil die am Ende der Aktionsschlange waren. Das waren nur Rundentimer, deshalb hatte ich mehrfach so Ideen oder da war auch eine Sache einmal mit einem Weltwunder, das ich bauen wollte und das ging, glaube ich, nur auf Wald zu bauen und das habe ich dann, dann habe ich irgendwie den Wald entfernt und habe dann nicht kapiert. Und ich habe dann völlig schockiert auf mein Stadtfeld drauf geguckt und habe gedacht, warum kann ich das Weltwunder nicht mehr bauen? Ich hatte neben Augen die gar nicht auf dem Schirm, dass man das nur auf Wald draufsetzen konnte, aber bei dem Rundentimer über Stunden hinweg, bei zwei, zweieinhalb Minuten, die man hat für so viele Einheiten, wo so viele Überlegungen deine Religionen verwalten, Politikkarten, ich habe alle paar Politik, alle paar Wechsel bei den kulturellen Forschungen, wo man ja eigentlich für lau die Politikkarten wechseln kann, das habe ich gar nicht jedes Mal gemacht, gerade am Anfang, irgendwann erst. Also ich habe Ewigkeiten, manchmal Karten drin gehabt, die ich gar nicht mehr brauchte. Also die Frage, warum hast du das nicht gemacht? In der Regel ist die Standardantwort, ja, war einfach Rundentimer. Rundentimer über Stunden ist brutal. Einmal habe ich für das Wechseln sogar Geld gezahlt, weil ich dachte, jetzt das Wechseln der Politikkarten, jetzt habe ich einmal dafür gedacht, jetzt gebe ich auch Geld drauf raus, weil ich weiß, wenn ich es in zwei Runden machen könnte, dann treibt mich der Rundentimer in irgendeine andere Sache rein, dann ist das wieder weg. Und da war noch irgendeine Sache, Freiheitsstatue wollte ich bauen und da habe ich keinen guten, wegen den vier Diplomatie-Siegpunkten und habe keinen guten Platz dazu bekommen. Und eine Sache, über die ich mich geärgert habe, ich glaube im Nachhinein war es ein Fehler, ich hatte ja den Regierungsplatz gesetzt, habe dann danach das Gebäude drauf gebaut, wo man Landeinheiten mit Glaubenpunkten generieren kann, kaufen kann. Das heißt, ich hätte am Ende der Partie mit diesen unfassbar viel Glaubenspunkten, die ich angesammelt hätte, riesige Armeen ausheben und rüberschicken können auf einen Schlag. Hätte ich vielleicht auch in zehn Runden gemacht. Das wäre ja gar kein Ding gewesen. Aber ich habe es minutenlang, viele Minuten lang überhaupt nicht daran gedacht. Ich habe das zwischendurch eine halbe Stunde lang gar nicht auf den Schirm gedacht gehabt. Ich habe nicht nur, ich habe irgendwann mitbekommen, Kultursieg immer so knapp davor oder nicht, Forschungssieg knapp davor oder nicht. Ich habe mitbekommen, die schaffen das im Prinzip, die brüllen mir, ihre Jubelschreie ins Ohr. Dann habe ich mich nur noch konzentriert auf, wie stimuliere ich Kulturproduktion und Forschungsproduktion. Dann hatte ich irgendwann das Problem entdeckt, dass ich zu wenig Industriegebiete gebaut hatte und auch keine coolen Plätze für Industriegebiete. Und der Forschungssieg ist dann nur möglich, wenn man neben viel Forschung auch viel Produktion hat. Und das hatte ich ein bisschen schleifen lassen. Deshalb hatte ich am Ende dann außerdem noch auf Industrie immer gucken gehen müssen. Und naja, also man kann nicht an, man kann an vier Sachen oder fünf gleichzeitig denken, so eine Runde, aber nicht an sechs oder sieben. Und ich hatte die Sache mit den Glaubenspunkten einfach nicht mehr im Kopf. Und hätte ich das Diplomativviertel nicht gesetzt, ach so, auch der Raumhafen, der ging anscheinend bei der Mod, Matsumaniks gar nicht auf das Bezirkslimit. Ist das standardmäßig auch so? Das ist standardmäßig auch so, dass der Raumhafen, den kann man immer bauen. Das habe ich komplett falsch in Erinnerung gedacht. Ich dachte die ganze Zeit, Scheibenkleister, ich kann keinen Raumhafen bauen, weil ich das Diplomativviertel gesetzt habe. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Wie hat dir denn allgemein, lieber Daniel, die Spielgeschwindigkeit gefallen, mit der ihr gespielt habt? Das ging ja doch sehr, sehr zügig voran. Ja, das hat total Spaß gemacht. Mal in einem Tag über mehrere Stunden hinweg, wie lange haben wir gespielt? Fünf Stunden lang etwa, ne? Mal durch alle Epoche zu kommen, bis fast in die Moderne. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Fand ich total klasse. Natürlich ist das anstrengend, viele Dinge bleiben lieben, aber das gilt ja für alle gleichermaßen. Und die Sache mit der Balancing-Mod, die wir gespielt haben, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt, weil wenn man sich die Change-Log-Liste anguckt, die ist ellenlang. Das sind irgendwie fünf, sechs, sieben Druckseiten, was da überall bei den Ziffs und woanders geändert worden ist. Und ich dachte, ich bin total hilflos. Aber irgendwie ging dann doch alles gut. 40 Runden in der ersten Stunde, berichtet Doreenchen, echt. Was mir aber aufgefallen ist bei der Balancing-Mod, du hast bei den Gouverneuren ganz schön schauen müssen, weil die wurden doch deutlich durcheinander gewirbelt. Ja, da war ich echt, das war krass. Das ist alles total durcheinander. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ehrlich gesagt so klug ist, bei so einem Spiel mit so einem schnellen Runden-Timer, mit Leuten, die jetzt nicht unter die totalen MP-Cracks sind. Das war ja keiner von uns, dann eine Mod reinzunehmen, die die Spielmechaniken verändert, die die Balancing-Werte durcheinander wirft, weil das ist, ich kann klar, die hat einen guten Ruf, die Mod, aber das schleift ja noch mehr die Automatismen ab, die wir haben, die wir Civ-Spiele haben. Das heißt, es entsteht noch mehr Zeitdruck zwischendurch, einfach Dinge checken zu müssen, weil die jetzt nicht mal alle auswendig funktionieren, muss man die nachschlagen. Und der Runden-Timer peitscht einen ja da so brutal drauf. Also ich hätte diese Mod eher weggelassen, muss ich sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, bei den Diplomatie-Siegpunkten, bei den Abstimmungen, bin ich mir fast sicher, dass du ein- oder zweimal aus Versehen dem falschen Großkolumbien zugeschustert hast. Das bin ich mir relativ sicher. Habe ich echt gemacht, das traue ich mir zu. Das ist auch heftig. Ja, weil das ist der Zeitdruck. Der Zeitdruck, und das sind halt dieselben Leute. Immer wenn ich ein Luxusgut oder Geld jemandem verschenken wollte, vom selben Team, habe ich immer, nachdem ich gesagt habe, so alles angeklickt, und dann wollte ich auf Absenden, habe ich gedacht, nee, komm, guck noch einmal nach. Ist das wirklich dein Waffengefährd? Oder schenkst du gerade den anderen Geld- oder Luxusressourcen? Weil ich habe dann gedacht, wenn mir das passiert, das hängt mir noch Jahre nach. Immer einen Schritt zurück. Erst mal gucken, was der Richtige dann wieder gemacht. Das ist schon ziemlich verwirrend. Ob der Timer fragt Duffman oder Duffman für erfahrene Spieler ein größerer Nachteil ist, oder ob das Niveau dadurch angeglichen wird? Gute Frage. Also ich vermute mal, dass der Rundentimer für erfahrenere Spieler eher zu handeln ist, als für Leute, die nicht so erfahren sind, weil die, die nicht so erfahren sind, haben ja dann kaum Gelegenheit, irgendwas nachzugucken. Die Option fehlt ja dann. Wie willst du das machen? Im Chat wird gefragt und hat ein Data-Balancing-Mod. Ich zeige euch die mal. Schaut mal, hier. Das sind die. Es gibt die Civ-Players-League und die haben ein Paket rausgebracht von vier Mods. Das ist diese hier, die Better-Balanced-Game-Mod. Die balanciert das Spiel halt gnadenlos aus. Dann bessere Startpositionen, dass man fairer die Startpositionen sind, dass sichergestellt ist, dass man zum Beispiel in einer Region spawnt mit einer Civ, wo man auch wirklich hinpasst, dass die Kanadier im Kalten immer sind und nicht nur meistens, dass die Mali wirklich immer in der Wüste sind und nicht nur meistens und so weiter. Das ist irgendwelche Geschichten technisch bei Multiplayer-Games, damit die sauberer laufen. Und diese Better-Spectator-Mod, das ist die, dass der Peter von dem Pete-Smith euch halt das ganze Spiel zeigen konnte bei deren Stream. Und der dynamische Rundentimer, das ist der, der halt kein fester Rundentimer ist, immer x Runden lang, sondern der sich so ein bisschen anpasst an das Spielgeschehen, dass man zum Beispiel beim Weltkongress ein bisschen mehr Zeit hat. Und den Link auf diese Seite, den poste ich euch mal bei mir, bei uns im Twitch, im Chat rein. Schaut mal, das ist der Link und da findet ihr genau die Seite, die ich euch gerade gezeigt habe. Die findet ihr da komplett. Und wir hatten allerdings nicht mit dieser Mod gespielt, sondern aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit dem Vorgänger. Das heißt, wenn ihr drauf geht und sich dann weiter informiert und dann kann man auf die Steam-Seite wechseln, da wird einem das angezeigt. Ich hatte die neuere Version geholt, aber ich glaube, die, die die Partie gestartet hat und hatten noch eine ältere, dann hatten wir mit der älteren gestartet. Das war ein bisschen schräg. Aber ansonsten lief alles ja technisch sehr gut. Der Sepp hat ein bisschen Probleme gehabt anfangs, weil der immer hing in den ersten Runden. Der hatte auch deshalb so Probleme bei den Kämpfen. Immer dann, wenn ein Rundenwechsel war, in den ersten Sekunden konnte der nicht ziehen und dann hat Nils schon mal gezogen und er musste dann hinterher gucken. Das war echt ein brutales Handicap. Ja, Weschbeer und alle anderen, vielen Dank für die unfassbar vielen, sehe ich mit einem Auge, Abos und Bit-Shier-Aktionen des Tages. Alles, das ist, das ist reizend. Und für die Verlängerung von Abos und was weiß ich alles. Es waren auch so viele Leute da, die gerade zugucken. Was wollt ihr noch wissen oder was wollt ihr mir noch mitgeben an Feedback? Ich kann leider nicht auf alles antworten, weil so viele Leute von euch posten. Ihr hattet laut einer Abstimmung laufen, Matsu Manix und Marcel, kann das sein? Das war eine Vorhersage, wenn ich mich nicht irre. Wer hat die gemacht? Ich. Erzähl. Am Anfang waren wir uns alle nicht so sicher. Wie klar kommst du mit dem Rundentimer? Wir kennen dich ja auch ein bisschen. Und da haben wir so gedacht, ja, also, welches Team wird gewinnen? Dein Team oder das gegnerische Team? Und ich muss dir was gestehen. Nein, sag's nicht, René. 34% haben dir den Sieg zugetraut. Wie viel Prozent? 34. Von unseren eigenen Leuten ein Drittel haben für das WB-Team gestimmt und zwei Drittel dagegen. Warum denn? Ich durfte nicht abstimmen. Weißt du ja. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Die zwei Drittel. Ganz ehrlich, in Chat, warum haben zwei Drittel von euch geglaubt, das andere Team gewinnt und nicht wir? Waren das die furchteinflößenden Namen der anderen Teammitglieder? Habt ihr gesagt, oh Gott, Maurice Weber. Gegen den haben die da keine Chance. Oder Brammen, oh Gott. Der Spielgott Brammen. Woher kommt denn das? Weil Nils und Brammen erfahrener sind als Sepp und Mike, schreibt Mr. Toxino. Wegen dem anfänglichen Gejammerer der anderen beiden. Sepp und Mike? Ach, so viel gejammert haben die auch wieder nicht. Wegen des Rundentimers, schreibt The Old Good One. Die haben die acht Gipfel gesehen. Jack Daniels, das habe ich gelesen. Sam hat für WB-Team gestimmt und ist jetzt um eine Viertelmillion Kanalpunkte reicher. Gerade kam noch eine Frage rein, wie sehr mich die Barbaren behindert haben. Rechts unten? Gar nicht so sehr. Also die kamen mir am Schluss hoch und dadurch habe ich ein Militär aufgestellt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Einheit verloren habe. Man muss da irgendwie ruhig bleiben, Nerven bewahren. Ich hatte ja dicke Mauern gebaut. Das war alles nicht so schlimm. Die haben ein bisschen geplündert, aber das ging eigentlich. Weil Nils beim G8-Gipfel immer so gut war, schreibt Thevers im Chat. Ich habe mir übrigens noch mal diese Vorhersage jetzt noch mal im Detail angeschaut, lieber Daniel. Tatsächlich sieht es gar nicht so düster aus. Also von den Prozentangaben, was René gerade gesagt hat, das ist richtig. Das ist das eingesetzte Bullen-Karma. Weil wenn jemand sich anguckt, wie viele Leute haben aber für dich gestimmt oder für das andere Team, dann war es so, dass 70 Prozent der Leute gesagt haben, ja, das Team von BB wird gewinnen und 30 Leute haben gesagt, nein, das andere Team wird gewinnen. Ach, das geht doch. Das ist ja okay. Dann ist ja alles gut. Teptschel-Taxel meint auch die Barbaren-Karte, die diese Balancing-Mod bringt. Dass die Politik-Karte gegen Barbaren nicht plus 5, plus 10 bringt, ist es heftig. Das stimmt. Ja, hast du wenigstens? Dir ist vergeben und vergessen. Was wollt ihr mir nur mitgeben? Viertel Stunde noch quatschen, 10, Viertel Minuten, 15 Minuten, dann würden wir aufhören, weil ich fange jetzt nicht an, irgendwas anders zu streamen. Der Rundentimer ist hart, ja. Nee, heute kein Dorfromantik, weil ich habe eine neue Version, bekomme ich in ein paar Tagen, also in Kürze, und jetzt ein Match anzufangen mit der alten Version, das macht keinen Sinn. Danke, Zugucker. Ja. Ja, es war echt sehr unter... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel mehr sogar noch, als ich erhofft hatte. Das mit dem Ponyhof-Simulator, lieber Hippie, war ein Gag. Das ist ein Insider-Gag hier. Ja, ich moderiere, das ist lieb, dass er sowas sagt. Ich moderiere auch immer gerne so Events, ich komme aus dem Journalismus, aber das liegt ja nicht an mir. Wenn ich dich noch was fragen dürfte, wie hast denn du das empfunden, dass es jeweils die gleichen Ziffs waren? Eher langweilig, eher verwirrend oder eigentlich ganz gut? Ich glaube, ich hätte es gelassen, weil das war, also von der Atmosphäre her, von der Immersion, vom Eintag und ins Spielgeschehen ist es cooler, wenn man so fantasieren kann, die bösen XY, dann schimpfen wir. Wir haben ja nicht, wir haben immer nur über die Namen der anderen Ziffs hergezogen, die auf der anderen Seite standen. Wir haben nicht, also über die Namen der Spieler, nicht über die Namen der Ziffs, weil die wären wir ja selber gewesen. Also so ging so ein Stück Atmosphäre verloren. Und es führte halt potenziell zu Verwechslungen. Ich habe das gestündert im Handelsmenü. Jim Rayner meint, ich habe auch mal falsch abgestimmt und für den anderen Großkolumbianer gestimmt im Weltkongress statt für mich selber. Immersion bei 90 Sekunden Rundentimer, Tussweg zumindest so ein bisschen, dass man sagt, wir greifen die Deutschen, die Polen, die Amerikaner an. Warum nicht? Ich kann mir das vorstellen. Team WB hat gewonnen, meint Captain Kiba. So, Leute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Na dann. Ob ich meinen Standort aussuchen konnte? Nein, wir waren, das war zufällig. Wir hatten den Pool von gleichen Ziffs auf jeder Seite. Wir konnten uns intern überlegen, wer spielt was. Ihr wart ja, ich glaube, wer war schon dabei, oder? Das habe ich, glaube ich, schon gestreamt, als wir überlegt haben, wer nimmt welche Ziff. Und ich habe dann am Schluss gesagt, komm, dann spiele ich Großkolumbian, kenne ich schon. Die ist ein bisschen komplizierter als die andere. Lass uns mal langsam zum Ende kommen. Dann hört ihr ja nicht, weil mir wird es langsam peinlich, dass mein Magen beginnt, immer lauter zu knurren. Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Wir sehen uns heute Abend wieder beim... Wie heißt die denn? Die Anführerin Lady... Lady Vietnam. Lady Triu. Lady... Batriu. Wie heißt die? Wie gut ist dein vietnamesisch mittlerweile, Mats Manix? Ja, ich muss noch an meiner Aussprache feilen, aber ich würde auch Batriu sagen. Lady... Ich habe mittlerweile ihre Geschichte gelesen. Wisst ihr, was das für eine Frau war, die Anführerin der Vietnamesen, die wir morgen Abend ab 19 Uhr hier streamen auf Gottheit, das neue Vietnam-Pack? Wahre Geschichte? Sie hatte gelebt, wenige, ich glaube, wenige so in der Antike oder in der Klassik. In der Klassik, glaube ich. Ich war irgendwie so in der Gegend halt in Vietnam und hat den Aufstand von der Vietnamesen gegen die chinesischen Besatzer koordiniert. Das war eine ganz einfache junge Frau aus armen Verhältnissen, so ein bisschen wie Johanna von Orlea, nur auf ihr vietnamesisch und lebte in einer Familie, wo es ja total schlecht ging. Ganz viele Geschwister, sie wurde misshandelt, es ging ihr schlecht. Dann hat sie ein Familienmitglied ermordet, war es die Schwägerin und ist halt abgehauen, ist irgendwie in die Wälder und auf den Berg geflüchtet und war voller Hass und voller Wut auf die Chinesen, auf die Familien. Dann hat sie gesagt, so, ich läutere mich und ich läutere mir eine vietnamesische Heimat. Und dann hat sie halt immer mehr Leute um sich herum versammelt. Vietnamesische Widerstandskämpfer hat ein immer größeres Untergrund her aufgestellt und man hat dann Guerilla-Angriffe gemacht auf die Chinesen und hat heftig, heftig gewonnen. Und die Chinesen waren total empört und sauer, weil erstens, es sind ja nur Vietnamesen und keine Chinesen, die kann man nicht ernst nehmen und zweitens eine junge Frau um Gottes Willen. Dann haben die chinesischen Besatzer immer mehr Truppen und Truppen aus der chinesischen Heimat rübergeschickt an die Front und am Schluss wurde dann deren Heer dann doch zerschlagen und sie selber hat sich dann in einem Fluss ertränkt und fand so mit Anfang 20 erst ein kühles Grab. Und man weiß gar nicht genau, wie sie aussieht. Also ihr seht im Hintergrund ihr Bild so als junge, energische Frau mit dem Speer herumwirbelnd. Aber das ist sie im Hintergrund zu sehen. Aber letztlich weiß niemand genau, wie sie aussah. Nach Legenden, die einen erzählenden Legenden, sie sei drei Meter groß gewesen. Ohne Scheiß. Dieses kleine, zierliche Geschöpf angeht nicht drei Meter groß und heldenhaft und übermenschliche Kräfte und konnte was weiß ich Berge versetzen oder so. Naja, mit ihr spielen wir. Morgen. Mats und Mannix, bist du dabei? Morgen um 19 Uhr. Ja, sehr gerne. Da freue ich mich schon super drauf. Auf Gottheit. Mit dem neuen Modus, der da heißt Monopole und Kooperationen. Morgen 19 Uhr hier. Freitag 19 Uhr hier. Sonntag 19 Uhr hier. Drei Streams. In vier Tagen drei Streams. Alle auf Gottheit. Höchste Schwierigkeitsstufe. Wir wollen. Und dann spielen wir auch ein bisschen langsamer und erklären alles schön und puzzeln rum. Und da freue ich mich sehr drauf. Es war ein zauberhafter Tag. Vielen lieben Dank, dass ihr ja anscheinend hier, ich muss das alles nochmal nachlesen, voller Begeisterung dabei wart. Das ist sehr, sehr lieb. Danke an die Chat-Monster, an Marcel, an Jim Rayner, an Matsumen und die anderen, die den ganzen Tag über hier ein bisschen dafür gesorgt haben, dass ihr alle Infos bekommt und dass die mit euch ein bisschen hier abgefeiert haben. Danke an euch drei. Immer gerne und gute Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht und bis morgen dann. Das Update der 92, wann der Pack morgen erscheint, ich glaube um 18 Uhr, aber ich weiß es nicht genau. Also ich kann ab 18 Uhr, könnte ab 18 Uhr ein Video zeigen auf YouTube. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, weil der ist, ich hab, also es sitzt mir jetzt schon, ich bin wahrscheinlich morgen platt. Es kann sein, dass ich es am Wochenende bringe oder morgen um 18 Uhr auf YouTube. Da kommt dann ein Video-Special morgen Abend oder am Wochenende auf jeden Fall der Stream. 19 Uhr. Leute, schlaft gut, gehabt euch wohl. Spielt Ziff. Es ist ein echt schönes und coole Spiel. Gehabt euch wohl und danke für das gnadenlose und begeisterte Anfeuern und für die vielen Jubelschreie, die im Chat auftauchen. Als Team WB, als meine coole Mitstreiter Sepp, Mike und WB es geschafft haben, sich durchzusetzen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht was draus und spielt vielleicht an diesem Abend selber noch ein bisschen Ziff. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.